Problem ist nur, auch hier ist natürlich Dienstag, soll heißen, oh ich stand hier ganz schön lange, 22 Stacks, hoppla, soll heißen, die Gruppen sind bestimmt nicht ganz so krass ab wie letztens am Sonntag oder auch am Mittwoch, deswegen mal gucken wie lange wir Lust haben, also jetzt 700 Jahre hier irgendwie zu stehen, dann brechen wir das natürlich vorher ab, fangen dann eher mit der Bastion an, aber erstmal versuchen wir es. Was sagst du zu dem 30 Jahre Blizzard Paket, ich finde es leicht drüber, leicht drüber, am Ende sind es 40 Euro für den schicken Bären, ja gut, aber dann machst du ja dann den Fehler und reduzierst das irgendwie auf einen Inhalt, das ist ja jetzt nicht die Schuld von Blizzard irgendwie, dass sie ein Paket für all ihre Spiele anbieten und wenn Spieler, die nur eins davon spielen, sich dann beschweren, ist halt schwierig. Man kann natürlich kritisieren, dass man das nicht einzeln kaufen kann, dass man es nicht gesplittet kaufen kann, sollte man eben nicht alles spielen, aber für mich als jemand, der sowohl mal bei Diablo reinschaut, als auch bei Overwatch, Starcraft, WoW, Hearthstone, Heroes of the Storm ist das halt ein mega nices Paket, plus man muss es halt nicht kaufen. Es ist jetzt halt so ein Jubiläumsding, jetzt bin ich gerade gejoint, wo er tot ist oder was, ihr verarscht mich heute mit dem Timing, Skava, danke für das Shearing, insofern darf man das halt nicht nur auf einen Inhalt runterrechnen, das ist jetzt in der Form scheiße gelaufen, dass wenn ihr nur WoW spielt, sagt, ja da irgendwie 40 Euro für einen Mount, aber es ist halt nicht nur dieses eine Mount, das ist ja, wenn du zu Meckes gehst und sagst, boah hier das Big Mac Menü, da kostet der Burger auf einmal 8 Euro, aber da sind doch Cola und Pommes dabei, ja ich will aber nur den Big Mac. Dann haben wir da das Glück bei Meckes, dass wir den Solo bestellen können, aber ansonsten jetzt von dieser Menügeschichte her, wäre das dann dasselbe, deswegen finde ich es dann ein bisschen schwierig, das in dieser Form zu kritisieren. Skunksaver, 4 Monate, Buggy mit 25 und Chris mit 13, Dankeschön, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe KJ in Mythisch auch mit dem Kumpel gelegt, das geht klar, ist schon knackig, ist halt jetzt nicht so vergleichbar mit den vorherigen Geschichten. Na, damit meine ich vor dem Squish, wenn wir dann ein neues Addon hatten, dann war es schon ein bisschen zügiger, vor allem dann mit Full Epic und Raid Gear und so, war es zügiger möglich die alten Sachen zu clearn und das ist jetzt von der Schwierigkeit her, vom Scaling her, definitiv anders. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Nachtfestung mythisch Solo nicht machbar ist, Scheiter an Gul'dan, beziehungsweise was danach kommt, musste dann um Hilfe in der Gilde fragen. Auch da wird es bestimmt wieder, wie schon Ende BFA, den ein oder anderen Überspieler mit geilen Trades, Schmuckstücken, Best-Sin-Slot-Rüstungsteilen und so weiter geben, der das bestimmt in den Griff bekommt, aber für die breite Masse. Für die breite Masse wollten wir es ja gerade so formulieren und vor allem im Vergleich zu den älteren Addons dann quasi in dieser Richtung. Friedales mit T, Fork in 3 und 34 Monaten, vielen Dank, Dankeschön, da droppt jetzt bestimmt gleich mal hier unsere lustige Milbe. Junge, ich habe so viele Stacks, da bin ich jetzt One-Hit bei seinen Fähigkeiten eigentlich, muss ich aufpassen, auch als Bärchen hier, ne? Shit, zum Glück haben wir eine so große Gruppe, dass er hoffentlich umfällt, weil hier viele geile Mörder-DDs bei sind, ansonsten ist er gleich der Mörder, nämlich meiner, das wäre unangenehm. Ich habe gehört, das Celebration-Paket schreit nach einem Mental-Manfred-Video und ich will den Helm. Ich will den Helm, ja, auf den habe ich auf jeden Fall auch Bock, ne? Ist leider nicht komplett aus Metall, aber wahrscheinlich wäre er aus reinem Metall auch einfach nicht bezahlbar, ne? Dann kostet er locker das Zehnfache oder so. Oh, Mount, ne, natürlich nicht, wie immer droppen bei uns Epics von Mount Rare, sondern es sind Armschienen. Mann, ey, nächster Try. Ich will das Vieh, dann bin ich fertig in Revendreth, dann habe ich alles. Silverback, Hallöchen. Grüße, Grüße. Also, man kann natürlich davon abgesehen auch immer drüber debattieren, wie teuer solche Sachen sein sollen bei digitalen. Wo sind die Zandalariselen, Biwong, Samdi? Wo ist Rastakhan? Ja, gute Frage, ne? Den wollte er ja eigentlich saven in dieser Hinsie. Rastakhan, den hat er gerettet. Den hat er ja Talanji im Buch sogar serviert. Das konnte er ja auch nur, weil er gerettet wurde und er nicht im Schlund gelandet ist. Aber warum wir den jetzt hier nicht sehen? Gute Frage, Baggi. Dankeschön für deine drei Euro. Möge Bwong, Samdi deine Frage hören, ne? Möge er sie hören. Ich finde gut, dass es eine längere Zeit verfügbar ist. Einfach jeden Monat zehn Euro sparen. Du kannst es dir kaufen. Ist ja bis September verfügbar. Ja, oder über WoW-Marken und so, ne? Battle.net-Guthaben aufladen. Geht ja auch. Kann man ja, wenn es jetzt keine Ausnahme ist, auch ganz normal über Gold finanzieren, ne? Trotzdem sofort gegönnt. Der Bär ist einfach cool. Das Pet eventuell ein versteckter Hinweis. Und die Hearthstone-Packungen mit nur goldenen Karten. Mal was anderes. Eben, ne? Das ist schon eine gute, gute Sache. Und wir wollen einen weiteren Fahmut-Try. Warmode aus. Oh, die Gruppe ist schon wieder so voll. Der ist doch tot, oder? Oder die wurde nicht abgemeldet. Und das ist die, in der wir eben schon waren. Mal sehen. Oh, nein! Mann! Das ist doch nicht euer Ernest. Come on, ey. What? What? Ich raste aus. Digitour. Christa. Hallöchen. Mal wieder ich mit Nürgelei. Ich hatte mich jetzt gut eingetaktet mit Anima-Sammeln, Reittiere, Questreihen, Haustiere, etc. Und nun habe ich gestern den Dunkelmond-Jahrmarkt entdeckt. Oh, entdeckt. Ja, dann. Kommst du nie wieder raus. Im Kalender jetzt die ganzen anderen Events entdeckt. Ganz klar, ich muss meinen Job kündigen, um das alles zu schaffen. Ja, absolut. Anders wirst du nicht drumherum kommen. Aber sehr interessant zu hören, wie man das dann wirklich so entdeckt. Wie man dem auf die Schliche kommt. Spannende Sache. Viel Spaß beim Entdecken und Besuchen. Geld an, mein Lieber. Das ist mal eine Begrüßung. Tausender Shearing. Vielen Dank. Digitour. Vier Monate. Auch dir. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, Famu, Leute. Noch eine Gruppe. Jetzt kommt nie wieder eine. Das war die letzte für die Woche. Scheiße gelaufen. Findest du es auch irgendwie, dass die Night Vale-Kampagne weird ist, weil sie so random zusammengeschustert ist? Mal kommen die Drust, mal ein bisschen von Samley, mal die Nachtkrieger. Irgendwie ganz viel. Und nicht so richtig. Bei Venture war das geradlinig. Ja, in Sachen Gradlinigkeit gebe ich dir recht. Da waren die Venture auf jeden Fall am besten. Aber die Night Vale hatten halt wirklich ganz, ganz viele Baustellen, die sie leider auch nicht alle zum Ende bringen konnten. Das habe ich auch in meinen Kampagnen-Videos so schön dazu gesagt. Das finde ich ganz, ganz seltsam. Mit Hinblick auf die Auswahl des Finales. Dass wir uns da wirklich der Drustbedrohung widmen. Die aber auch nicht total zerschlagen, sondern auch einfach erstmal woanders hinpusten. Wieder einen Boss umhauen, der bestimmt ersetzt wird. Und dann ist ja die Laube in dieser Form schon fertig. Und da haben sie sich dann eben entschlossen, das andere Art Akta zu legen. Herr Hochberg, der unterwegs war, um weitere Nachtkriegerhinweise zu finden. Ja, der war halt weg. Dann ist er wieder da. Und News war da auch nicht. Das wollen sie sich sicherlich aufheben für die nächsten Patches. Dass sie jetzt nicht irgendwie in 9-0 alles liegen. So die Heimat der Drust, Elun und die Verbindung und was nicht alles. Ja, deswegen bin ich da ganz bei dir. Es fühlte sich ein bisschen komisch an, weil sie eben ganz viele Baustellen angefangen haben. Und dann eben eine dieser Baustellen fürs Finale wählen. Man konnte dann in gewissen Rahmen nachvollziehen, warum. Weil die Bedrohung eben gerade am präsentesten war. Tyrande und Elune ist ja ein bisschen weiter weg. Aber es fühlte sich ein bisschen unverhältnismäßig an im Vergleich zu den Finalsektionen der anderen. Das sehe ich ganz ähnlich auf jeden Fall. Das sehe ich ganz ähnlich. So, was war hier noch für ein Whisper? Werden wir mal joinen. Es wurde vorher aus Versehen in Bastion eine Glocke geschlagen. Heißt, müssen ab sein, falls es noch gelten würde. Und Lust besteht. Jetzt in diesem Moment. Ja, also nachher gern. Jetzt so auf Panik mittendrin. Eher ungern. Eher ungern, wenn es darauf abziehen sollte. Aber danke schön für die Info. Nessi, hallöchen. Wegen dem Pet, was dabei ist, vermutet man ja jetzt, dass eine TBC Classic Ankündigung kommen würde. Da das genauso heißt, wie aus der Collector's Edition damals. Ja, sehr, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Hat auch irgendeine Fähigkeit. Die heißt Asche der Scherbenwelt. Auch irgendwas mit dem Mond. Da wird momentan wieder spekuliert. Oh, hatten wir gerade mit Crate. Wie es aussieht mit den Nachtfeier und dem Finale und so weiter. Elune, 9.1, TBC auf der BlizzCon. Wir werden sehen, wo es hingeht. Aber wir wissen auch, dass Mounds und Pets gerade aus solchen Editionen durchaus von Bedeutung sein können. Zumindest waren sie das in der Vergangenheit sehr, sehr häufig. Wie Wonsamdi mit Muisala umgegangen ist in der Fähkampagne. Also das schreit doch schon wieder nach so einer Wonsamdi-Aktion von wegen, ja, jetzt versiegele ich den. Oh, ich habe das Siegel zu Hause vergessen. Da wird bestimmt auch noch was kommen. Ja, also so wie Muisala auch präsentiert wurde. So wie er ja auch wirklich mit Mächten hantiert hat. Da ist bestimmt noch nicht Feierabend. Da wird noch irgendein richtiger Mist passieren. Bestimmt kommen BlizzCon-Tark-Videos. Auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe gerade überlegt, sagst du auf jeden Fall oder sagst du vielleicht. Aber da wird bestimmt so viel passieren. Irgendein fetter Trailer, irgendwelche News, irgendwelche Lore-Entwicklungen, die wir ableiten können. Also dazu kommen bestimmt ein paar Videos. Ja. Maluxion. Drei Monate. Dankeschön. Auch wenn ich dich nicht so regelmäßig in den Streams sehen kann. Aufgrund der Arbeit verdienst du trotzdem ein Abo. Besser Content Creator. Vielen, vielen Dank für deinen Support und deine lieben Worte. Drei haben wir noch. Die Hoffnung ist da. Oli. Hallöle. Und ich mag das mal gar nicht. Ist das ein Schreckenslord? Ha. Ha. Mal gar nicht. Dass es erst um 13 Uhr losgeht. Das schreit wieder nach Durchmachen dann. Bin auch gespannt, wie es zeitlich aussieht. Müssen wir uns ja auch erstmal so ein bisschen arrangieren. BlizzCon ist immer voll special und so. Und ich freue mich schon am meisten darauf, wie dann alle auf Twitter eskalieren werden. Und es wird wieder so diesen einen Typen geben. Ha. Auf Twitter werden dann alle wie beim Cinematic Release von Shadowlands. Silvanas gegen Boll war der Riss und wir haben alle auf Twitter rumgeschrien. Alle waren total Feuer und Flamme. Und Eskalation. Und da gab es so diesen einen Typen. Und der hat überall drunter kommentiert so. Hä, was denn? So. Imagine, du folgst mehreren oder fucking allen Social Media Kanälen von WoW und allen Content Creatern. Und du vergisst, dass die BlizzCon ist. Und dann flippen die alle aus mit Screenshots und Caps und was weiß ich nicht alles auf Twitter. Und du machst so den Tweet auf und alle drunter so. Oh, wie geil. Oh, hast du das gesehen? Bin so hyped. Und dann schreibst du so drunter. Hä, was denn? Geil. Ey, auf den Moment freue ich mich jetzt schon wieder. Und dann gab es manchmal den Moment, wo du dann so einen Link schickst halt, ne? Zu dem Stream oder zu irgendeiner Zusammenfassung so von den News. Und dann kommt entweder, ach so, okay. Oder es kommt, scheiße, ich hab's vergessen, ich hasse mich. Das ist, weiß ich nicht, immer wieder jedes Jahr aufs Neue sehr witzig. Insofern vorne versucht einfach, es zu vermeiden, dieser eine Typ zu sein. Ich hab heute Morgen die Loks angeschaut und hab gesehen, dass ich den ganzen Abend mit einer falschen Leggie gespielt habe. Oh no. Nur deswegen lag er nicht, Kel, dann, ne? Das waren die Grits, die gefehlt haben, sonst wären die letzten 40% auch noch down gegangen. So sad. Headhunters. Hallöchen. Ich hab das bei meinem Parler festgestellt. Bei meinem Parler sind teilweise in den Rüstungssets noch die Acerid-Teile und das Herz gespeichert. Das war auch gar nicht so cool, das zu bemerken. Relativ spät. Fred Fredchen, Temnon, hi. Hast du auch den Trailer zur BlizzConline gesehen? Dort gab es ein Frame, wo man einen Mitarbeiter an einem Urtum-ähnlichen Mount gesehen hat, ja, der da gearbeitet hat. Genau, das war höchstwahrscheinlich unser Community-Tier. Also von dem, was man sehen konnte, finde ich das Mount echt hässlich. Hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Also es kommt schon an das ran, was ich im Kopf hatte. Aber, äh, ja, ich bin jetzt nicht irgendwie schreiend durch die Wohnung gelaufen, ne? Ein normales Urtum wie aus Legion, der je Jahreszeit sein Blattwerk ändert wie das Pad, würde ich besser finden, ist, denke ich, nur meine Meinung. Ja, ist natürlich irgendwo eine rein subjektive Sache, ne? Ist auch schwierig da irgendwie zu debattieren, weil wer weiß, wie die anderen letztendlich ausgesehen hätten, die zur Auswahl standen. Und das war ja auch erst der Anfang, ne? Wer weiß, was da alles noch reinkommt. Vielleicht hat es auch die mega geile Animation, vielleicht sogar eine Interaktion mit dem passenden Haustier oder so. Mal sehen. Bin erst mal gespannt. Das mit dem Drust fand ich irgendwie am lähmsten, weil man keinen Plan hat. Wer die Alte, die man am Ende killt, so, die haben wir umgehauen, wollten wohl das weghaben, weil wir hatten viel Zeit in BFA. Die wollten einfach den Deckel auf den Topf bringen, ne? Ja, es kann halt auch sein, dass sie das sehr bewusst ausgesucht haben. Vielleicht hat 9.1 ja auch mit dem Drust zu tun und ihrer Heimatstadt, die Heimatwelt oder so, ne? Die sind ja nicht komplett weg vom Fenster und deswegen war das jetzt das Finale. Und dann widmen sich quasi alle ein bisschen mehr den Drust, so, Inhaltspatch, neuer Raid. Och, Drust-T-Mock, Leute, da sehe ich mich. Und die Night Vale machen dann weiter mit Elune oder so und ihrer eigenen Kampagne, wenn sie die genauso weiterführen. Das ist ja auch ein sehr interessanter Punkt, ne? Wo ich mir selber auch noch nicht ganz sicher bin, wie ich, ja, das jetzt beurteilen kann, wie sie weitermachen, ne? Ob sie jetzt das genauso beibehalten, die Kampagnenstränge und wir jede Woche dann über verschiedene Stufen neue Kampagnen freischalten. Ob die das hinbekommen, ja? Ob jetzt von der Zeit, von der Intensität dieselbe Arbeit in 9.1 und die einzelnen Packkampagnen fließen konnte, wie damals in die Vorbereitung von Shadowlands und dem ersten großen Patch generell. Oder ob wir mit 9.1 nur einen großen neuen Kampagnenstrang bekommen, ja, pro Pakt oder wie auch immer. Da bin ich sehr gespannt, wie sie diese Geschichten an sich weiterspinnen, ja? Und in welchem Ausmaß die auch weiterhin stattfinden können. Weil, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die das in diesem Ausmaß wirklich beibehalten können, weil wie lang wir wirklich Kampagnenwohnen hatten bei den Pakten, das jetzt nochmal so oder noch krasser auch weiter zu spinnen. Ja, man erwartet dann ja in der Regel nicht nur dasselbe, sondern noch mehr, ne? Finale an Finale, jetzt wurde aufgebaut und jetzt geht's erst richtig los und so weiter. Also, das finde ich auch ganz spannend. Siva, hi, gerade erst mal Maus gereinigt, weil ich heute zweimal in Türner Schisch von der Brücke gefallen bin. Mann, war das peinlich, ja, belassen. Gerade wenn's dann im Plus ist und auf Zeit und dann sammelt man da Tode und die Gruppe muss noch warten und solche Sachen, ne? Oh, 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 das ist immer belassen. 23 Uhr, also ja, du hast 13 geschrieben, meint es 23. Das macht auch mehr Sinn, ne, mit dem zeitlichen Faktor. Was ist dieses BlizzCon? Wenn du aus dem Bauch heraus raten musst, in welcher Region spielt der nächste Raid? Ich würde sagen, Fae und die Drust, den auf die Nase zu geben oder die Kyrianer. Mal, Draxos ist ja wahrscheinlich dann Kel'Thuzer, der Böse, der chillt im Schlund. Ventur hatten wir auch schon, ich halte Fae für am wahrscheinlichsten, weil die Drust doch noch am schwächsten oder unabhängigsten vom J-Log sind, beziehungsweise so vorkommen. Genau, das ist die Frage. Sind sie das wirklich? Großes Fragezeichen, ne? Aber, ja, die Drust halte ich auch für durchaus wahrscheinlich. Ich meine, wir haben mehrere Baustellen, auch in dieser Hinsicht, ne? Die Verschlinger, die sind ja auch sehr präsent. Wir haben natürlich auch die Mittler, könnte auch sehr interessant sein. Aber gerade die Drust mit Trost oder wie auch immer ihr Reich, ihre eigene Zone jetzt genau heißt, die könnten durchaus alle, ja, ein Inhaltspatch stemmen. Sie könnten auch so einen kleinen Zwischenraid basteln, dass wir den verräterischen Baron Wyrass oder so, in diesem extra geheimen Raum im Theater der Schmerzen, wo wir nicht reinkommen, unten bei den Bossen, ne? Dass wir da quasi noch so einen Zwischenraid bekommen, wie die Prüfung der Tapferkeit oder so. In Legion, also da haben sie ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz, ganz viele offene Baustellen. Aber, ja, Drust halte ich auf jeden Fall auch für nicht unwahrscheinlich. Bumsbirne, Hallöchen, auf dem Weg nach Tübingen und jetzt schon über 130 Minuten später, wenn du ein Abenteuer suchst, fahre Bahn. Oh, ja, abenteuerlich. Dieser Zeit in mehr denn je, oder? Vrel, Hallöchen, dann trotzdem gute Fahrt und so, ne? Lalon, hi. Und jetzt gibt es erstmal einen Mount, Leute. Ich freue mich auf meinen Morast-Springer-Spinner, was weiß ich nicht, let's go. Epic jetzt, come on, Mann, der gönnt einfach nicht. Wieso, wieso, Fahmoo, ich hab so viele Chars gelevelt und er gönnt trotzdem nicht. Anzeige ist raus, Mann. Während den ganzen Morast hier irgendwie zu baggern mit Erde, bestell ich ein bisschen Mutterboden und dann runter da mit den Baggerschaufeln. Wenn man das Urtum reitet, schreit der Sylvanas-Murlock von der Blizzcon. Burn it, das wäre auch geil. Wirft so eine kleine Fackel, wie wir in Valhalla immer, ne? Bam, und so. Farmst du Hoffnungsvernichter mit dem Main? Oh, ne, siehst du, den hab ich auch noch nicht. Damn, Crate, ich dachte, Fahmoo ist der letzte. Crate war grad mein persönlicher Hoffnungsvernichter. Ah, ja, den muss ich eigentlich auch noch farmen, du hast recht. Fuck. Kleinfinger, hi. Und morgen werden wieder einige Dungeons genervt und der Affix Tyrannisch wird genervt. Ich glaube, das ist das erste Mal seit langem, dass es so viele Dungeon-Nerfs vor den ersten Content-Patches gab. Echt strange. Ja, aber ich muss sagen, von mir aus, also gerade in der nekrotischen Schneise, gerade auch tyrannisch, das hat mich immer sehr gut abgefuckt. Wir waren ja auch nur in Anführungsstrichen immer so 9er, 10er, 11er. Ja, insofern kann ich damit sehr gut leben. Dennoch interessantes Timing. Ja, absolut. Oribos kann auch noch ein Raid werden. Ja, wobei ich denke, dass wenn wir so eine Entwicklung bekommen, dass wir wirklich auch feststellen, ja, alle haben hier Dreck am Stecken. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, möglicher Endraid, dann Oribos. Und dann jeder der Ewigen, der noch steht. Dass wir dann die Winterkönigin im Ardenwald bekämpfen, ein Portal von Oribos öffnen ins Herz des Waldes, die bekämpfen oder so. Dass dann am Ende die Richterin steht als Endboss in Oribos. Nachdem wir dann durch ein anderes Portal die Archon herausgefordert haben oder wie auch immer, darf man feststellen, oh, der Kerkermeister, das ist eigentlich der Gute hier. Der ist ja auch völlig wahnsinnig und seine Taten und das Ausmaß dieser Taten, das können wir nicht gut heißen. Aber die anderen, die sind auch nicht das goldene Ei und kann sich auch so nochmal drehen. Durchaus möglich. Woidia, Hallöchen, Essen, was hatte ich denn heute? Königsberger Klopse hatte ich heute. Geil. Die Verschlinger wirken irgendwie einfach wie ein Haufen Tiere. Die sind wohl am besten, wenn die einzelne Gegner in anderen Raids stellen. Vielleicht ein Dungeon, in dem man ein Nest von denen zersägt oder so. Ja, wobei wir auch zu denen einen interessanten Plot haben. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass gesagt wurde, dass die aus irgendwo im Schleier kommen. Also zwischen den Welten existieren. Und wer weiß, was da noch alles so lauert. Und ob die da wirklich, ich sag mal, leben oder ob die da vielleicht geschaffen werden oder so. Könnte auch sein. Die Verschlinger wie ein Haufen Tiere. Ja, das war die Formulierung. Das ist auf jeden Fall wahr, weil die kommen an und zerstören alles. Aber da kann ja auch Taktik hinterstehen. Die niedersten Diener der brennenden Legion machen ja auch nichts anderes, wenn man es so sehen will. Kann es sein, dass der Kerkermeister auch einen hat, dem er Rechenschaft ablegen muss? Durchaus denkbar. Der Primus spricht in Maldraxxus davon, dass der Kerkermeister uralte Verbündete hat. Demnach kann es durchaus sein, dass auch der letztendlich eine Rolle für jemanden spielt. Das ist jetzt nicht mega wahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen. Koffe in Flash. Vier Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Weiß man, wann das Ur-To-Mount kommt? Na, da sie es im BlizzCon-Trailer gezeigt haben. Vermute ich, dass sie auf der BlizzCon selber drüber sprechen werden. Und dann wäre natürlich der nächste größere Inhaltspatch eigentlich eine gute Sache. Jetzt mal nur so ein bisschen mehr oder weniger logisch abgeleitet von dem, was wir jetzt dazu gesehen haben. Sonst hätten sie es sich ja sparen können, das da zu zeigen. Dann hätten sie ja irgendwie auf der BlizzCon sagen können, jo, wir haben es übrigens nicht vergessen, Leute. Tschüss. Aber sie haben es gezeigt. So, und dann sind wir natürlich warm gelaufen. Hätte den Animalader Stufe 3 in Bastion für den Rare. Dankeschön. Das ist sehr, sehr lieb. Da werden wir bestimmt nachher den einen oder anderen haben, der das in unserer Bastionsrunde stellen kann. Was ich damit sagen möchte ist, ihr müsst euch an der Stelle dann nicht extra frei nehmen oder so. Oder wenn ihr gerade was anderes machen müsst oder ein M-Plus-Dungeon laufen wollt oder so, dann könnt ihr das tun. Wir hatten heute mehrere Animalader Stufe 3 Anmeldungen. Deswegen ist bestimmt nachher jemand auf jeden Fall dabei, der die Runde auch mitkommen möchte. Und dann müsst ihr euch nicht extra für abstellen. Vielen Dank trotzdem. Ist Herr Riebmann ein Verschlinger? Geil. Sehr, sehr gute Frage. Wir werden die entsprechend weiterleiten. Herr Riebmann. Bitte hören Sie auf, Schiffe durch meine Steckdose zu bauen. Wer Herr Riebmann nicht kennt, der hat wirklich einiges verpasst. Oder das müssen wir an der Stelle so sagen. Holy fuck. Die Bücher habe ich auch alle im Schrank. Organisiert. Benutzer definiert. Letzte Runde. Farmu. Let's go. War mode of the dream. Come on. Ja. Here we go. Und. Okay. Hier ist gar nichts. Nur ein paar Leute und ein paar Leichen. Okay. Hat nicht mehr angefangen. Alles ist cool mit dem Timing. Alles ist cool. Moin. Hallöchen. Hi, hi. Die sind, denke ich mal, vergleichbar mit den Zerg aus Starcraft. Ja, auch sehr guter Punkt. Oder den Tyrannies aus Warhammer. Alienwesen, die einen großen, riesen Hirn dienen und einfach nur Ressourcen sammeln. Ja, oder einfach alles platt machen. So die Vorhut, um quasi alles zu schwächen. Was? Zu schwächen. Ja, mein Sprachzentrum zum Beispiel. Das ist auch stark angeschlagen, wenn man hier ein paar Mal hintereinander Farmu macht, Junge. Der haut da auch alles kaputt. Das Urtum sollte im ersten Quartal kommen. Ja, das würde gut passen, siehste. Wusste ich gar nicht mehr, dass wir so eine Aussage auch hatten. Aber dann passt sie natürlich sehr, sehr gut. Wer ist Herr Riebmann? Herr Riebmann ist ein Mann aus den Comicreihen von Joscha Sauer. Der ist, wenn ich mich nicht überhaupt verantwortlich für die Comics, Bücher und Websites rundum, nicht lustig. Besser gesagt, das ist der Name dieser Comicreihen. Hat unglaublich viele super bescheuerte, witzige Comics gezeichnet. So auf einem Humorniveau von Charlizee Unicorn und Lamas mit Hüten und so. Also genau mein Bereich. Und Herr Riebmann war eine seiner vielen Hauptpersonen. Und Herr Riebmann hatte nicht viel Geld, deswegen wohnte er in einer Wand. So, und dann gab es immer die Szene vom Nachbarn vom Herrn Riebmann, der quasi ganz normal in der Wohnung wohnte. Und Herr Riebmann wohnte dann in der Wand. Er konnte sich da auch nicht bewegen, nur hoch und runter quasi. Und dann ging ihm Herr Riebmann natürlich mega auf den Sack. So, das eine Mal hatte Herr Riebmann ein neues Hobby, hatte aber keinen Platz. Musste also durch die Steckdose in der Wand Schiffe bauen. Ja, in die Wohnung seines Nachbarn und so. Oder er hatte dann ein neues Hobby mit Gesangsunterricht. Oder wollte gerne baden, ja, in der Wand mit der Steckdose. Müssen wir uns jetzt auch nicht drüber unterhalten, wie das ausging. So, total bescheuert. Absolut geisteskrank, mega geil. Also, wer nicht lustig Comics nicht kennt, Freunde, und auch nur ansatzweise irgendwas von dem feiert, was ich gerade gesagt habe. Ey, Nachholbedarf des Jahrtausends. Wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, das hat auch so krass meinen Humor geprägt. Unglaublich gut einfach. Markwart, Hallöchen, was für ein Urtum es gab vor Shadowlands. Eine große Community-Abstimmung darüber, was für ein Reittier von Blizzard gesponsert werden soll, das dann jetzt für die nächsten Wochen und Monaten quasi an die Community gegeben werden soll. Da war so eine Schleimkatze aus Maldraxxus zum Beispiel in der Abstimmung enthalten. Aber letztendlich gewann das Urtum, und dieses Urtum ist jetzt in der Mache und wird dann höchstwahrscheinlich, ja, demnächst in unsere Taschen wandern. Bin neu hier, bin durch deine Videos, Solor, von Sylvanas auf YouTube auf dich aufmerksam geworden. Weiter so. Freut mich, dass du vorbeischaust. Hallöchen, Hallöchen. Gut, dann würden wir jetzt anfangen mit unserer Bastionsrunde. Wir wollen heute nämlich nochmal eine große, große Runde in der Bastion drehen und quasi alles mitnehmen, was so geht. Ja, an Rares, an Events, an quasi allem. So, Animaleiter hier da, Sonnentänzer, wenn er da ist. Vielleicht auch die Glocken, da müssen wir dann eben gucken, wie es Timing-technisch aussieht. Aber viele haben sich gewünscht, nochmal so eine Runde zu drehen, weil als wir das im großen Ausmaß das erste Mal gemacht haben, waren viele einfach noch nicht mal Level 60. Und darum haben wir uns gedacht, wir machen das an der Stelle einfach nochmal. Ein Vögelchen hat mir geflüstert, dass wir auch einen Reiseführer bekommen. Das ist immer maximale Ehre. Und dementsprechend, ja, werden wir uns dann jetzt quasi sammeln. Wer mitkommen möchte, kann das gerne tun. Es ist sicherlich von Vorteil, wenn ihr auf eurem Kyrianer einloggt, egal ob Main oder Twink, weil die ein oder andere Sache sicherlich nur für Kyrianer droppen kann oder die begünstigt werden oder, 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 wie es immer so ist. Wir werden ziemlich viele Sachen machen, das heißt, es ist immer die Chance da, dass auch irgendwas für jeden Pack dabei ist. Aber solltet ihr einen Kyrianer-Twink oder Main haben, dann ist der hier höchstwahrscheinlich am besten aufgehoben. Ich habe den BlizzCon-Trailer noch nicht gesehen. Ja, war jetzt auch nicht so übertrieben spannend, aber es gab das ein oder andere interessante Bildchen auf jeden Fall. Kann man auf YouTube mal nachholen. Denk aber dran, wenn du Hoffnungsvernichter farmst, only Venture. Ja, deswegen war ich da und noch nicht so motiviert, ne. Da fehlen mir dann nämlich wieder die drölft sich Chars. So sad. René, hallöchen. Du weißt ja, jeder braucht einen Pinguin, auf den er Sachen schieben kann. Ah, da sehe ich. Die Leute mit Kultur, ne, sofort reagiert. Einwandfrei. Ja, das war auch so ein Comic, gab es auch mit einer Maschine, ne, wo so ein Ehepaar in der Küche steht, dann sagt die Frau auch, Hä, Schatz, warum brauchen wir nochmal eine Maschine, die uns hier ständig anpöbelt? Und dann sagt der Mann, naja, damit wir sagen können, blöde Maschine, pöbel uns nicht ständig an. Und die Maschine sagt dann einfach, ihr Schlampen. Herrlich, ey, ich finde sowas super witzig, ja. Wenn ihr jetzt da sitzt und euch denkt, hä, das ist null lustig, ja, dann dürft ihr euch die Comics nicht angucken, aber wer sich denkt, ey, das ist so unglaublich funny, nicht lustig, ja, ohne Witz. Mega, mega geil. Hat, glaube ich, auch eine Homepage und es ist einfach nur schön. Imagine, du kaufst dir diese Maschine und stellst sie einfach hin und argumentierst für die. Wie unglaublich lustig ist das, bitte. Okay, wir wollen jetzt aber weg vom Witz und hin zum Ernst des Lebens, ja. Und haben natürlich den Kriegsmodus aus, das ist ganz wichtig. Und dann könnt ihr euch gerne anmelden, serverübergreifend für folgende Gruppe, organisiert benutzt, definiert, L-O-H-L, Gruppe LOL. Und dann, ja, sammeln wir uns irgendwo in der Bastion, wo unser geheimnisvoller, ominöser Reiseführer dann sagt, da bitte einmal hin, ne. Und, hallöchen, grüße. Machst du auch Sachen auf Ali? Ja, aber wie immer wenig, ne. Hier mal ein Turo's runnen, da mal ein Turo's runnen. Ansonsten Main-Seite natürlich Horde. Hast du eigentlich Charlie in WoW gefunden und umgehauen? Er droppte seine Nieren natürlich. Das war im Sturmsanktal oder so? In BFA war das irgendwo. Habe ich recht spät gefunden. Aber ich meine mich auf jeden Fall zu erinnern, dass, was war allgemein in BFA, hatten wir ja viele E-Sex, ne. Da hatten wir ja auch so Harry-Potter-Gelöht dabei, ey. Das war ja unglaublich, als da die ersten Fans so mal Zusammenfassungen veröffentlicht haben. Ich finde da gefühlt beim eigenen Durchquesten immer höchstens die Hälfte, ja. Und wenn da mal so ein tiefgreifender, detaillierter Bericht veröffentlicht wird, holy fuck, dann denkt man auch, ey, ich habe das Add-on gefühlt gar nicht gespielt, ne. Diese Höhle, diese Ecke, diesen Mob, ich kenne das alles gar nicht. Wo soll das sein, ja. Wo soll das sein? Kleine Frage, würdest du sagen, es lohnt sich 2021 noch mit WoW anzufangen? Mehr denn je. Es ist sogar immer einsteigerfreundlicher geworden. Du brauchst natürlich eine Menge Bock und du brauchst im Idealfall auch eine Menge Zeit. Ja, das sind so die beiden Faktoren. Aber wenn das beides vorhanden ist, dann gefühlt mehr denn je, weil es, wie gesagt, auch immer dahingehend entwickelt wurde, neue Spieler an die Hand zu nehmen, ja, Aufholmechaniken mit reinzubringen und so weiter. Und es ist über die Jahre durch das, ich sag mal, aktuell Halten, ja, durch Add-ons und Co. auf jeden Fall auch nicht schlechter geworden. Ganz im Gegenteil. Vieles hat sich, auch in diesem Rahmen, den ich eben angesprochen habe, sehr weiter ins Positive entwickelt. Und es gibt nach wie vor auch wirklich einen nicht zu verachtenden Teil von komplett neuen Spielern. Ich habe neulich mit Black Desert Online angefangen, allerdings auf der PS4 und suche halt noch ein MMO für den PC. Ja, es gibt auf jeden Fall auch eine kostenlose Testversion nach wie vor. Und die kann ich dir in diesem Rahmen nur ans Herz legen. Und dann wirst du relativ schnell merken, ob dir das so von Grafik, Gameplay und Co. alles gefällt. Aber, ja, wie eben gesagt, ist es weiter von ab irgendwie jetzt total scheiße, unnütz oder was auch immer zu sein. So, Vean, Dankeschön für dein Abo. Danke, danke. So, wo sammeln wir uns denn? Wo sammeln wir uns denn? Ich habe absolut keine Ahnung. Bestimmt entweder irgendwo im Norden oder im Süden, oder? Ich muss mal gerade gucken. Da unten wird auch schon geschaut. Die Leute haben sich schon schön verteilt und checken die Rare-Positionen. Sonnentänzer leider gerade nicht da. Gucken wir am Ende vielleicht nochmal hin. Ansonsten phasen wir uns wieder sonst so hin. Da kriegen wir bestimmt noch so ein, ich sag mal, Grüppchen zusammen für den Tänzer. Spack dein Internet immer noch oder soll ich mal einen Kumpel anfragen? Der soll das mal inoffiziell checken. Nee, du, in letzter Zeit eigentlich überhaupt keine Probleme. Muss ich gestehen. Seit ich einen neuen Router habe, alles soweit in Butter. Aber danke für das Angebot. Moin Boss, keine Sorge, heute nichts Ekliges. Nur eine Frage. Gibt es noch alte Götter? Und wenn ja, könnten sie den Kerkermeister beeinflusst haben? Vielleicht sogar die Lehre? Naja, alte Götter wurden ja von den obersten, uns bekannten obersten Wesen der Lehre erschaffen. Und dementsprechend, denke ich, ist es auszuschließen, dass die rückwirkend die Lehre beeinflussen können. Dass die oder sogar mächtigere Wesen mit dem Tod zusammenarbeiten. Das ist nicht gänzlich auszuschließen. Wäre dann aber so eine Art der Zusammenarbeit im Sinne von, naja, wir machen mal ein Zweckbündnis, um vielleicht andere aufzuhalten. Laut Blizzard sind die uns bekannten alten Götter von Azeroth allerdings tot. Dass auf anderen Planeten alte Götter gelandet sind, das wissen wir. Da haben wir auch in den Kampagnen-Videos vor allem im Rahmen der Ardenwald-Kampagne drüber gesprochen. Da hatten wir die Nachtjäger, äh, Nachtjäger sag ich schon, die Nachtkrieger-Ponys. Das Pärchen, was auch dieses Ritual vollzog. Die Kraft von Elun annahm, um ihre Welt vor alten Göttern zu retten. Die wurden damals ja von leeren Fürsten geschaffen, durchs Universum geschleudert und sollten Planeten erobern, Weltenseelen verderben. Das heißt, im Kosmos an sich haben wir noch sehr viele davon. Aber die uns Bekannten sollten erstmal tot sein. Was der Tod in WoW allerdings wert ist, das wissen wir seit Shadowlands auch. Auch insofern sollte man da niemals voreilige Schlüsse ziehen. Ja, wo sammeln wir uns denn? Da unten, bei der Heldenrast. Dann fliegen wir da auch mal mit hin. Da sind auf jeden Fall gerade die meisten. Kann sein, dass ich die Aussage gerade verpennt habe, weil ich wieder halbe Stunde über, über alles philosophieren musste. Dann sammeln wir uns erstmal da in der Mitte. Und dann geht das weiter. Geil. Sepport, hallöchen. Socknav, hi. Hättest du eventuell einen Link zu? Oder finde ich das einfach auf der offiziellen Homepage? Ja, das müsste eigentlich sehr, sehr schnell zu finden sein, weil letztendlich wollen sie dich darüber ja mit dem Game anfixen und das ploppt bestimmt überall auf, sobald du irgendwas mit Spiel anklickst oder so. Wenn du es nicht findest, sag gerne mal Bescheid, aber ich glaube, das reiben sie dir recht zeitnah unter die Nase. Der neue Bär sieht aus wie ein Esorite hier, aber nicht wie aus WoW. Ist ein bisschen anderer Stil, das stimmt. Gerade auch im Vergleich zu anderen Bären, auch zu den neueren WoW-Bären-Modellen. Aber finde ich eigentlich ganz geil. Soll ja was wirklich Besonderes sein und vielleicht im Rahmen dieses Jubiläums auch wirklich ein neuer Auftakt. Ein neues Zeichen für neue Mounds generell und was weiß ich nicht. Neuer Grafikstil, 30 Jahre später. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, außer Blizzard und Eisbär. Ja, vielleicht steckt da noch der ein oder andere Gedanke dahinter. So. Wir folgen jetzt alle Crate. Was? What? Wirklich? Oh Gott, das sind Aussagen, ich sag mal, die enden auch sehr schnell mit dem Tod aller Spieler. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also wir sammeln uns erstmal in der Heldenrast und dann, wenn im Idealfall alle hier sind, dann können wir gucken, wie wir weitermachen. Was macht ihr denn? Wir wollen eine schöne Bastionsrunde drehen mit Events und Rares und was wir alles so finden, ne? Für ein paar Erfolge. Bisschen Anima nebenbei hier und da, bisschen Temok und all solche Geschichten. Oh, und Blinktron steht hier schon mal. Das ist super. So. Schön. Feinster Müll. Da stehe ich drauf. Großartig. Kann sein, dass die Ersten nicht nur das Todespantheon gegründet haben, sondern auch leere Licht und Co., dass sie ein Pantheon von den Ersten haben. Das ist durchaus denkbar. Also da haben wir jetzt keine Möglichkeit der Bestätigung. Wir haben aber auch gleichermaßen keine Möglichkeit, das total auszuschließen. Hängt sicherlich alles auch irgendwo mit der Frage zusammen, wo diese Ersten herkamen und wo sie auch jetzt sind. Aber die scheinen sehr mächtig zu sein. Die scheinen diverse Züge in der Hand zu haben und darum könnte wirklich vieles auf die zurückzuführen sein. Absolut. Nachtkrieger-Ponys. Mein neues verbündetes Vollkonfirm. Ja, da sind wir sofort dabei, oder? So sieht's nämlich aus. Bei einem Reskin hätten gewisse Content-Creator wieder ein 15-Minuten-Rage-Video gemacht. Ja, das ist auch so ein Punkt. Das stimmt. Wenn der ausgesehen hätte wie die Bären, die wir schon kennen. Oh, ja, guter Punkt. Guter Punkt. Da sind sie natürlich präventiv am Start. So, sind denn langsam alle da? Gibt's hier etwas umsonst, ne? Der Kollege kam gerade vorbei und denkt sich, hä, was ist hier denn passiert, um Gottes Willen? Und Crate ist auch unterwegs. Sehr schön, sehr schön. Liebe Leute, ihr kennt das Spiel schon. Damit wir uns nicht aus den Augen verlieren. Wenn ihr einen habt, dann holt gerne euren Luftballon raus. Ja, ihr dürft eure Luftballons präsentieren, liebe Leute. Dass die Reisegruppe Lollipop auch wieder erkannt werden kann. Frage ist jetzt nur, wo finde ich denn meinen? Hieß der, oder hieß der nur Ballon? Ah, ja, hier, Hordenballon. Sehr nice. Da ist er. So. Dass man uns hier auch erkennt, ne? Wie so eine Rentnertouristengruppe irgendwie in Ägypten oder so, wo dann alle so ein gleichfarbiges Schlüsselband um den Hals bekommen. Dass man gleich sieht, ah ja, hier, die Reisegruppe. Sehr, sehr schön. Und dann sind, glaube ich, alle da. Dann sind, glaube ich, alle da. Dann würde ich sagen, ich markiere mal gerade, damit ich vielleicht auch selber was sehe. Ah jo. Und dann können wir eigentlich loslegen. Es sei denn, die Aussage mit Crate geht heute vor, die war real. Ich hoffe, nein. Ich hoffe, nein. Merritt ist nur mad, weil ich die Bars gegen Furorkrieger wieder raushaue. Ah, okay. Ja, das alte Kriegerspiel. Man kennt das. Gut. Freunde, es geht los. Wir folgen dem X zum Pfad der Erleuchtung und verwandeln uns in Animakugeln und schauen dann mal, was kommt. Kann wie immer sein, dass Scheiße wird, weil wir machen eine Menge Open-World-Kram. Und wenn Leute heute dachten, ey, wir machen heute vor 16 Uhr mal alles in der Bastion, was geht, dann kann halt sein, dass gefühlt nichts ab ist. Ja, deswegen machen wir das am Dienstag, weil da eigentlich alle irgendwie so der Lethargie verfallen und auf Mittwoch warten wegen ID-Reset. Da ist die Chance einfach relativ hoch, dass so gut wie alles oder zumindest vieles ab ist von dem, was wir hier machen wollen. Oh, hier sterben doch welche. Hier geht doch die Hälfte der Reisegruppe jetzt schon drauf, oder? Oh, oh, oh. Einige springen todesmutig sogar noch weiter runter. Crazy. Okay, mache ich. Übrigens, du hast eine mega angenehme Stimme. Hab mir bis dato deine Lore-Videos immer zum Einschlafen angeschaut, wenn ich damals nur Warcraft und nicht WoW gespielt habe. Das freut mich, dass ich da helfen konnte. Dankeschön. Wie sieht das Mount aus? Kannst du das zeigen? Kann ich tun? Lass mich nur gerade gucken. Wie hieß der denn? Schneesturm? Blizzard? Da. Ja, das hier. Ist das Bärchen. Sieht halt ein bisschen aus wie Voli-Bär auf Wish bestellt. Leider nicht da. Okay, Nummer 1 war leider schon mal nicht da, Freunde. Ganz sad. Wer jetzt natürlich clever ist, ne? Wer jetzt natürlich clever ist, der merkt sich trotzdem die Position, zu denen wir gerade gehen. Weil, wenn man das nächste Mal in der Nähe ist, dann könnte das wieder anders aussehen. So hab ich das zumindest bei den ersten Runden gemacht, die wir gedreht haben. Und ein paar Tage später einfach alles gesnackt. Aha, da war das ja nochmal ein bisschen spezieller. Da gab's noch Loot, den man auch GS-technisch brauchen konnte von Rares und so weiter. Ganz interessante Nummer. Wie selbst Craftcrate nicht trauen kann. Ja, man muss vorsichtig sein bei diesem Mann. Manchmal überkommt ihn der Wahnsinn. Das ist einfach so bei Kriegern. Das ist einfach so. Hier haben wir einen Rare-Stern. Ah ja, da ist sie. Die Relikt-Horterin. Das ist dieser ganz spezielle Mob. Den müssen wir slowen. Sobald die nämlich angegriffen wird, rennt die weg. Er sprintet sie einfach von Dannen. Und muss dann eben geslowed werden. Die hab ich lustigerweise mal ganz am Anfang bei einer Weltquest hier gefunden. Und hab mich gewundert, warum mir jemand lang rennt und alles zusammen pullt. Ja, das hat er aus Versehen getan. Denn er wollte eigentlich den Rare jagen. Aber hat Solo eben sehr, sehr lang gebraucht. Namban, Hallöchen. Höre ich da den Beginn einer Meuterei in der Army? Na, na, na. Wir sind sehr weit weg vom Fluch der Karibik. Wenn wir demnächst Schiffe bekommen, dann wird's schwierig. Ja, dann wird's schwierig. Dann müssen wir da nochmal drüber sprechen. Aber jetzt im Moment alles erstmal cool. Uns fehlt irgendwie Satomi. Ich weiß nicht genau warum. Aber da kommt er, glaube ich. Ja, ist unterwegs. Hat er nur irgendwie einen Platten. Aber jetzt läuft das schon wieder. Hab seit gestern eine neue Azubine. Ich mag ja ihre Berufsschule. Das Mädel hat an den Tagen Schule, an denen du WoW streamst. An allen. Lul. Am Wochenende auch. Die Arme. Ne. Unter der Woche sicherlich. Genau getimt. Frechheit nenne ich das. In der aktuellen Notbetreuung heißt das, ich hab an diesen Tagen frei und kann brav pünktlich dabei sein. So. So wollen wir das nämlich haben. Ne. Einwandfrei. Meist Maveritt eigentlich, dass er eben gewonnen hat. Ne. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich dir original nicht sagen, wann, wie, wo, was bei anderen passiert. Und nicht. Aber du weißt, wie das Leben so spielt. Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen. Ne. Die Reliktorderin vorne. Die kommt hier gar nicht raus. Lass uns in Ruhe. Kaputt geslought. Die Arme. Kriegen wir jetzt auch Loot? Jetzt ist sie einfach abgehauen, oder was? Die muss da was droppen. Droppt sie nichts? Oder sehen wir nur den Wald vor lauter, vor lauter Leuten nicht? Ich bin verwirrt. Oder ist die Truhe dann irgendwo, die wir looten können? Da müsste eine Kiste liegen. Ähm. Ja. So rein theoretisch, ne. Aber... Sie hatte gar keinen Bock. Sie hatte original gar keinen Bock. So sad. Oder hier? Ne, ne. Tja. Freunde. Die Bastionsrares, selbst wenn sie da sind, haben gar keinen Bock auf uns. Vielleicht kriegen wir es noch per Post. Aber gut. Zumindest zählt der Kill dann erstmal, ne. Das ist ja auch etwas. So. Freunde. Ihr müsst leider drüber hinwegkommen. Die 35 Anima, ne. Die wurden uns jetzt hier abgezogen. Da wurden wir eiskalt genatzt. Hahaha. Und Feri ist sie, glaube ich. So sad. Na gut. Haben wir den aber auch mal gesehen. Vielleicht war er jetzt auch sauer. Wir haben den ja so gestunnt und geslowt. Der ist ja gefühlt keinen halben Meter von seiner Spawn-Position weggekommen. Und das ist natürlich einfach super sad, ne. Das ist einfach super, super sad. Zumindest für ihn. Eine sehr kleine Truhe. Hahaha. Eine super, super kleine Truhe. Ach man. Wie immer alles am Verbacken. Ja, so bin ich, ne. Das ist mein krasser Pally-Schaden. Ich habe mir jetzt auch hier das 235er-Token. Wo ist es denn? Da. Immer H geschossen. Hergestellt von Hammer-Hurry. So will ich es nämlich sehen. Hat irgendwie nur 14k gekostet. Musste ich mir gleich mal snacken. Und das bedeutet, ich darf mit dem Paladin demnächst Torgast grinden. Yeah. Seelenasche. Beste Leben. Schön Kaltherz mit Bonusleben. Mit großen Elite-Konstrukten. Mhh. Das schmeckt einfach. Das schmeckt, das schmeckt. Ja. Freunde. Das war der Flitze-Mob. Der kann alleine super, super reudig sein. Solltet ihr da also bei einer Quest, bei einer Welt-Quest oder so dran vorbeikommen. Dann wartet ruhig irgendwie mal eine Minute. Ob noch wer dazukommt. Oder macht eine Gruppe im Tool auf oder so. Ja. Weil es kann wirklich sehr, sehr schnell passieren, dass die dann durch dieses ganze Gebiet rennt. Und ihr ruckzuck 30 Mobs am Arsch habt oder so. Weil da stehen eben überall diese verschmähten Diener rum. Ja. Und wenn man da nicht aufpasst und vielleicht auch mit einem unterequipten Stoffi-Twink unterwegs ist oder so. Dann verreckt ihr halt. Ja. Und dann kommt irgendein anderer Typ und klaut euch den Mob. Deswegen da auf jeden Fall ein Auge drauf. So. Oh, das ist der Teil, wo wir sterben müssen, oder? Kann das sein? Wenn er ab ist. Wenn er ab ist. Wartet hier. Das ist nämlich ein ganz interessanter Mob. Wenn der da ist, dann müssen wir tot sein, um den angreifbar zu machen. Das ist quasi ein Verschmähter, also so ein gefallener Kyrianer, der hier in der Geisterwelt wartet. Da sehen wir auch schon eine Leiche liegen. Der kann ganz gut zuhauen. Und den können wir eben auch wirklich nur kontaktieren, indem wir ihn, wenn wir tot sind, also in Seelenform, zum Duell herausfordern. Und dann holt er uns quasi zurück ins Leben, rett uns und dann können wir ihn bekämpfen. Und der wiederum kann dieses mega, mega geile Zweihandschwert droppen, was inspiriert ist von der silbernen Hand. Ich muss mal gerade gucken, ob ich es finde, während Maverick das vorbereitet für uns. Das hier nämlich. Oh boy, wenn das nicht geil ist, gerade für Palas, dann weiß ich auch nicht. Da ist sie. Drücke euch die Daumen, liebe Leute. Und dann einmal ran an den Speck hier. Armfahrt. Sehr schön. Als Palatank ist Torgas Level 8 absolut entspannt alleine. Ja, also mit Tanks hatte ich bisher allgemein gar keine Probleme. Das ist wahr. Aber gerade Kaltherz mit diesen großen hier Elite-Konstrukten, die auf diesem Arakoa-Modell basieren. Und dann irgendwelche Schlitz- und Sturmangriff-Angriffe. Sturmangriff-Angriffe machen. Geil. Die gehen mir so auf den Sack, weil die leben so lange. Und es dauert so ewig. Da verdurst ich teilweise während der Kämpfe. Aber davon abgesehen vom üblichen Gemecker ist es machbar. Absolut. Ui, da kriege ich es sogar nochmal. Auf Epic 184. Kann ich das handeln mit euch? Nee, ich kann es leider nicht abgeben. Aber der ein oder andere hat es hier auf jeden Fall bekommen. Sehr cool. Vorne geht Z zu dieser fetten Klinge. Und natürlich geht Z an alle anderen, die 35 Anima bekommen haben. Mega. Hybrid ist so eine Gruppe für Anima-Leiter Stufe 3. Das ist super. Dann können wir uns den gleich im Anschluss eigentlich gönnen. Vorsicht, Freunde. Wenn wir Richtung Anima-Leiter Stufe 3 gehen. Elite-Zone. Deswegen versucht, möglichst in der Nähe von den Tanks, von der Gruppe, von den Plattenträgern zu bleiben. Weil das erhöht die Chance, dass ihr nicht qualvoll sterben werdet. So wie Kraid das gerade vormacht. Aber Kraid kriegt das hin. Der hat heldenhaften Sprung. Das wird schon. Oh, ja. Und die Zitadelle hier, die ist eben einfach dazu da, um auf den Sack zu gehen und uns zu brechen. Sollte tatsächlich jemand sterben jetzt hier auf dem Weg. Dann werden wir ihn sicherlich ranporten können. Wir haben ja Hexys dabei. Und so unlucky werden wir ja nicht sein, dass nur unsere Hexys sterben. Der Weg ist halt wirklich, ich sag mal, unangenehmer Natur. Ja, hier wird jetzt auch erstmal gesammelt. Bisschen zusammengepullt. Dass wir das Schlimmste da vermeiden können. Kraid hat's auch überlebt. Wunderbar. Kraid, wir haben alles getan, um dich zu retten. Wir haben die abgelenkt. Hoffen wir, das hat funktioniert. Und dann sind wir gleich schon bei dem Teleporter, der uns zum Anima-Leiter bringt. Hier unten? Ne, wir müssen auch nach oben, oder? Wo laufen wir denn jetzt gerade lang? Oder war der da hin? Wir müssen eigentlich hoch, oder nicht? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen doch hier lang. Ja, da ist ja auch unser X. Freunde, wem sind wir gerade hinterher gerannt? Frage für einen Freund. Da ist der Porter. Komplette Panik hier, Junge, geil. Keiner kommt klar. Wunderbar, Hallöchen. Grüße. Fassbier und Parlerdose. Da sehe ich mich aber auch. Eine sehr kleine Tour. BFA Flashbacks Sturmsanktal. Vergessene Brotdosen irgendwo im Dachgebälk eines Hauses. Wer vergisst sowas? Genau da. Und warum sind in einer Brotdose dem verschimmelten Stullen 25.000 Kriegsressourcen? Und da war Mama wieder besoffen, als sie die fertig gemacht hat morgens. Unangenehm. Ganz, ganz unangenehmer Haushalt auf jeden. Woldi, was machst du jetzt eigentlich? Hast du schon irgendwie heftig Jobangebot und so weiter? Oder genießt du gerade das gute Leben als abgeschlossener Ausbildungsboy? Oder was hast du jetzt eigentlich für Pläne? Würde mich mal interessieren. Falls du Bock hast, so zwei, drei Sätze gerade mal zu schreiben, ein bisschen zu talken. Weil da haben wir ja auch eine ganze Weile mitgefiebert beim Werdegang. Unseres Legenden, Lord Voidys. Der, was dann letztendlich alles ins Positive drehen konnte. Und da müssen wir natürlich wissen, wie es weitergeht. Das war auch Wissen, wo wir dann im Zweifelsfall, naja, einkehren können, so gaststätten-technisch. Um dann ein bisschen gratis-Fuhr zu schnurren. Sehr wichtig. Unseren Mage hat es leider zerfetzt. Das ist aber gar nicht so schlimm. Dann brauchen wir nur noch einen Hexerstein, Freunde. Dass wir den dann ranholen, sobald er sich wiederbelebt hat. Und hoffentlich Outfight ist. Vielleicht hat er Unsichtbarkeit ready oder so. Und dann können wir den Kollegen noch ranholen. Und wenn der da ist, dann können wir auch den Rare beschwören. Wunderbar. Bin-Bene, Hallöchen. Crate hat sich gestern beim HC-Raid verausgabt, ne, Solo einfach gegönnt hat. Ja, Denatrios steht übrigens noch. Den haben wir auf, naja, Anfang P3 geschafft. Was ist das? So 40% rum, hätte ich gesagt, ne. Und Stein-Legion war super ekelhaft. Lag dann aber plötzlich total sauber. Ja, wir hatten so Trials. Und ständige Leute verreckt. Dann ein Tri, keiner gestorben, downed. Komisch, ne. Wenn alles sauber gespielt wird, alle sich konzentrieren, läuft. Und Denatrios, ey, ich hatte am Ende auch überhaupt keine Nerven mehr. Ich war, umso mehr es auf Raid Ende und umso mehr es auf 22 Uhr zuging, ne, Freunde, ich werde alt, ja. Da war ich so im Arsch. Und das ist so eine Shitshow, dieser Bosskampf, ja, weil 1000 Voids, 1000 Effekte. Ey, ich bin innerlich mit jedem Vibe gestorben. Und auch alle anderen hat man gemerkt, Konzentration nachgelassen, überhaupt nicht aufs Positioning geachtet, ne. Hier mal runtergefallen, dann mal falsch gefokust. Und, boah, das war einfach kacke. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Raid-ID sauber durchziehen bis zu ihm. Das wäre geil. Und dann quasi diesen Fight wirklich top konzentriert ab 19 Uhr, ab 20 Uhr dann mal angehen können. Dann, glaube ich, kann der jetzt momentan auch schon liegen. Aber, würdiger Endboss, würde ich sagen. Denatrios HC, würdiger Endboss gewesen. Frank Rosin, ich schaue gerade die ganzen Folgen auf YouTube. Ohne Witz habe ich auch eine lange Zeit gemacht. Es ist kein Schild, oh no. Aber für einige andere, für Krayt ist es gedroppt, geil. Ja, hat er sich jetzt verdient nach der Flametirade gerade. Megaschönes Schild. Vielen Dank fürs Beschwören. Und geht's dann alle, die dieses super, ja, noch mehr am besten, Freunde, übertreibt. Geil. Ja, nice. Gezattern alle, die dieses wunderschöne Schild hier eigenen dürfen. Mega nice. Im Moment W.O.W. zocken, Code Vein zocken, Bewerbung schreiben, schlafen und essen. So ist circa mein Tag im Moment. Jo, aber dann hast du ja zumindest erstmal Perspektive und so eine Art Plan. Das ist ja schon mal von Vorteil, da hast du ja gerade im Momentan-Chaos einigen anderen ein bisschen was voraus. Und das ist ja schon mal gut. Das ist ja ein Anfang. Als Heiler war NHC schon das Grauen. HC, das wird eine Herausforderung, aber ich würde es gern probieren. Ja, Jana hat das auch sehr schön aus, ich sag mal, Heiler-Sicht formuliert. Und zwar in HC war es so, dass unsere Heiler in der ersten Phase mega rausgerotzt haben. Sprich, ab der zweiten gefühlt oben waren. Aber das war okay, weil der Schaden sich irgendwie in Grenzen hielt. Jetzt ist es so, Phase 1 ballert denen das Mann heraus. Phase 2 ballert denen das Mann heraus. Und Phase 3, naja, es geht genauso weiter. Da mussten unsere Heiler sich auch erstmal abstimmen, akklimatisieren, umplanen. Und es ist wirklich brutal. Es ist ein würdiger HC-Endboss, wenn ich mir dann immer vorstelle, wie Leute den auf Mythisch einfach weggeballert haben. Junge, was zum Fick ist eigentlich mit den Leuten los? Aber, ja, wir haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Das ist für mich ja immer wichtig, dass ich sehe, ich mache Fortschritte. Ich sehe, die anderen machen Fortschritte. Alle verstehen den Boss immer mehr. Das haben wir ja auch in unseren Community-Raits jetzt sehen können. Sowohl Feuerlander als auch Natriana. War nice. Erstmal alle rankommen lassen, okay. Und dann stehen wir hier beim Teich und freuen uns übers Wetter. Giorgino, Hallöchen. Rhypen gehört zum Raiden dazu. Dafür wären es geile Mad Moments. Das ist genau. So wollen wir das nämlich sehen. Fleischer. 24 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Damit sind zwei Jahre voll, wie die Zeit vergeht. Der Wahnsinn. Ja, absolut. Dankeschön. Council HC regt mich so auf. Sir liegt schon. Aber das Council will nicht aufhören zu tanzen. Ja, das war auch ein unglaublich nerviger Boss, wo wir auch sehr viel umgestellt haben, was das generelle Positioning angeht. Die Einteilung auch, jetzt Ads betreffend, beziehungsweise wie wir die Tanks und auch die DDs vorrangig das Minicamp positionieren. Und wir haben auch öfter umgeplant, wen wir zuerst umhauen und wie wir den Raum aufteilen. Also das war echt so ein Boss. Guck mal, wie reitest du denn hier deine Made? Hör mal. Höchst in der Sun. Vorwärts, rückwärts, seitwärts, Gang. Nice one. Und da haben wir auch wirklich ganz, ganz viel umgestellt. Mehr als bei jedem Boss vorher, würde ich fast sagen. Hier ist ein beliebter Farmspot für das Provosten-Pet. Ach, gucke da. Für das Provosten-Pet. Schön. Das ist diese Baby-Eule, Leute. Wer da mal denkt, ach Mensch, ihr habt gerade Freizeit, aber nicht so viel, dass ich jetzt gerade müde schraden gehen könnte. Der kann hier mal ein bisschen aufräumen bei den verschmähten Kollegen. Habe die Rolle zum Beschwören von diesem Rare, nehme ich an. Dann sammeln wir uns mal drumherum. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den auch schon mal gesehen habe. Weil man den anscheinend irgendwie speziell beschwören muss. Da ist er. Zack. Und brauche irgendwie eine Rolle dafür, die wir jetzt am Start hatten. Sehr nice. Habe immer nur den Stern gesehen. Ganz häufig beim Rumreiten hier zum Weltboss oder so. Kraft und ich immer runtergefallen. Sad life. Es ist so krank. Du hast einfach Voids unter dir, die Schaden machen. Ja, dann alles ist rot. Oh, sogar meine fucking antimagische Hülle und meine eigene Paktfähigkeit sind rot. Mann, ich habe nichts gesehen. Ich habe mich so über mich selber geärgert. Ich bin einfach runtergefallen. Das fuckt mich so ab, weil als Tank ist es halt sofort scheiße. Als DD ist es auch blöd. Als Heiler ist es auch blöd. Aber als Tank ist es halt sofort wipe, wenn es kacke läuft. Oh, und war ich sauer auf mich, Junge. Ich hasse das, Mann. Und dazu dann diese nachlassende Konzentration. Es war einfach scheiße. Es war ganz, ganz schlimm. Hat er was geiles gedroppt? Register, Register. Speer. Ja. Naja, für so ein schönes silber-weißes Set. Kann man auf jeden Fall mal machen. Nicht schlecht. Geht's ja, die Leute. Temok. Schöne Waffen. Na, aber hallo. Die zweite heute schon. Kleros. Hallöchen. Hast du Blizzcon Mount geholt? Hab ich geschenkt bekommen. Dankeschön. An dieser Stelle nochmal. Ich muss auch sagen, als Heiler verbrennt man diese Expansion das Mana so, als ob es auf Bäumen wächst. Ich bin bei den Natrius NAC oben gegangen, aber wozu gibt's die Hardtanks? Die brauchen eh kaum Heal. Ja, das denkt man. Und dann, wenn's wirklich mal kritisch ist, dann hat der nichts und man selber auch nicht mehr. Und alles ist im Eimer. Ich habe aber auch unmenschliche Schellen bekommen bei den Natrius. Gerade in der zweiten Phase, wo man ja dann auch den Tank wechselt, dann generell einen Debuff bekommt, über den man von allem mehr Schaden kriegt. Ja, dann leben die Ätzen ein bisschen zu lange, kriegst du davon die Schellen. Hier eine Void, hier irgendwelche Blutungs-Stacks von dem Schwert nach dem Tank wechsel. Und, Junge, also so muss sie auch noch nie meine Dev-CDs timen, glaube ich. Oder vermutlich immer, aber erst Richtung Endboss eben. Das vergisst man, finde ich. Ich zumindest. Die Erfahrung, die man bei Endbossen macht, die wird dann abgeflacht, sobald ein neuer Raid kommt. Gerade, wenn man mit Gear aus den vorherigen Raids dann auch reinkommt. Ja, und nicht in einem neuen Addon erstmal Hero und M0-Gear farben muss. Und dann in den Raid geht, sondern am besten schon Hero- oder Mythisch-Teile hat. Und dann, bam, normal in den nächsten und so. Und, ja, das war relativ nice, sich das dann immer wieder neu zu erarbeiten. Weil die ersten Bosse liegen dann immer so. Dann kommen mal ein paar spätere, muss mal ein bisschen tryharden, was umstellen. Und dann kommt so der Endboss, oder eben die letzten. Und da musst du richtig aufpassen. Ja, musst dich absprechen, musst mega konzentriert sein. Und diese Phasen muss ich gefühlt jedes Mal neu lernen, weil ich sie auf dem Weg dahin komplett vergesse. So komplett verdränge. Wo kriegt man bitte das Mount geschenkt? Man denkt ja, du musst eine geile Community haben und dann schenken die dir geile Sachen. Dankeschön an dieser Stelle. Ich rechne nicht damit, den Atrius HC überhaupt zu sehen. Ist halt kein fester Raid, sondern nur ein Community Raid, bei dem ich mitlaufe seit zwei Wochen. Eingespielt ist erfolglich keiner. Ja gut, es gibt auf jeden Fall auch Leute, hier alles umhauen, bis der Rare hier vorne spawnt. Okay, Leute, einmal Massaker bitte, bis wir den Rare sehen auf der Karte. Ähm, es gibt auch Random Gruppen, die den Atrius HC unboxen und so weiter. Aber ob das dann wirklich so Random Gruppen sind, denen wir Otto-Normal-Heinis joinen. Ja, oder ob das eher so Random Gruppen sind. Ähm, wir nehmen nur Leute, die schon vor Shadowlands das Achievement mit dem Kill hatten oder so. Ne, ab GS-7000. Und, haha, da sei mal dahingestellt. Das weiß ich dann auch immer nicht, aber man soll ja bekanntlich niemals nie sagen. Kalito, Hallöchen. Grüße. Sludge Fist verteilt auch böse Schellen. Oh ja, da fing das dann spätestens an. Ähm, bei Schlickfaust, ja, gerade dann ab den 30 beziehungsweise 20 Prozent, so die letzten Meter, wo alle schon wesentliche CDs auch raus haben. Ja, und dann dieser Soft Enrage, Junge, also das war auch jenseits von gut und böse. So einmal falsch gezogen, einmal nicht in heiler Range oder so, du bist halt komplett weggehämmert worden. Und das Gefühl habe ich sehr selten. Glücklicherweise sehr selten mit meinem DK, aber bei den letzten Bossen HC, wie gesagt, muss man sich immer noch mal so ein Stück weit umgewöhnen. Für die Gang. Minarisch, Hallöchen. Grüße und Mozart mit drei Monaten. Vielen Dank. Natürlich sind da Leute bei, die den Raid kennen und der Raid-Lead ist halt ein Müdisch-Raider, aber HC ist halt ein anderer Schnack als NRC mit deutlich höherem Gier als den NRC-Drop. Ja, man kann sich weniger Fehler erlauben, man kann weniger Sachen ausgleichen und so weiter. Ein falscher Schritt und schon ein bisschen im Eimer. Und das war da gerade eine super interessante Animation, aber nicht die vom Rarespawn oder was? Dass die Schmiede so eskaliert, echt nicht? The fuck? Okay, naja, dann schnetzeln wir halt noch ein bisschen mehr. Was soll's. Denatrios HC ist nicht ohne und den legt man nicht mit irgendeiner 0-15-Random-Gruppe. Auf den Streamer-Nacken. Für den Streamer, der diese Lockdown wesentlich erträglicher macht. Immer noch verwunder, wie man drei Stunden und mehr durchreden kann, ohne die Stimme zu rippen. Ja, wobei es ja rare ist da. Wobei es ja immer auch mal passiert ist in letzter Zeit, ne? So. Ich meine, ich glaube, meine Stimme, meine Stimmbänder sind ganz gut trainiert. Aber dadurch, dass wir ja in letzter Zeit wirklich wochenlang, Monate, jahrelang gefühlt zum Teil durchstreamen, ist natürlich schon so eine andere Form der Dauerbelastung da, weil ja unsere Pärchen-Time ausgefallen ist. Und ja, darum habe ich manchmal auch zu kämpfen, auf jeden Fall. Aber wir halten durch. Wir halten durch. Gro Maxi, vielen Dank für deinen dicken Fuffi auf meinen Februar-Parlernacken. Vielen, vielen Dank für deinen Support und für deine lieben Worte. Das freut mich sehr, wenn ich da so einen kleinen Beitrag oder wir als Streamer so einen kleinen Beitrag leisten können, das ganze Wörwör, das ganze Chaos irgendwie erträglicher zu machen. Freut mich sehr zu hören. Vielen Dank. Wenn du so eine coole Community hast, kannst du aber bei 57k Abos auf YouTube allen, die den Stream schauen, das Maun schenken. Ja, aber auch direkt das 60-Euro-Paket mit Spielzeit und allem drum und dran. Und da setze ich dann einfach alles von der Steuer ab. Und wenn das Finanzamt kommt und fragt, was die Scheiße soll, dann sage ich, ja, wollt ihr auch eins? Oder habt ihr Bock auf einen Blizzard-Bären, Leute? Einfach outsmartet das ganze System. Easy Game. Easy Game. Gro Maxi, vielen Dank. So. Anima, Leute, was habt ihr so bekommen? Ist das ein Toy? Das startet eine Quest. Oha, Leute. Jetzt hier aber. Extra-Quest in der Bastion. Da hat sich sogar das Licht gerade verändert hier. Verrückte Zeiten, in denen wir leben. Geht's zett? Zu euren geilen, Quest-startenden Anima-Kern. Yay. Mr. Tank, hallöchen. Grüße, Grüße. Alles andere ist doch sinnlos. Es geht nur darum, die Steuer zu senken. Der Lifestyle. Schnuber, der echte. Hallöchen. Wir gehen heute erstmals mythisch ins Schloss. Dann wünsche ich gutes Gelingen. Das haben wir tatsächlich auch häufig gemacht, wenn wir Hiro halt auf Farm-Status hatten. Was erfahrungsgemäß ein bisschen dauert bei uns. Aber wenn das dann war, dann haben wir uns so immer den ersten Mann auch angeguckt auf Mythisch. Oh, Kräuter, Leute. Geil. Und mal sehen, wie lange es diesmal dauert. Und mal sehen, wie böse der erste auf Mythisch auch ist. Weil da liegen ja manchmal auch Welten dazwischen. Manchmal ist der erste auf Mythisch einfacher als die letzten beiden in Harzi und so. Manchmal ist es andersrum, ja. Mal schauen, wie es aussieht. Bin gespannt. Aber euch erstmal viel Erfolg. Weil Mythisch ist immer erstmal eins, nämlich absolut knackig. Ich muss leider auf euch weiterhin viel Glück. Gar kein Problem. Vielen Dank fürs Mitkommen. Und bis zum vielleicht nächsten Mal. Hier war anscheinend auch nichts ab. Unser guter Reiseführer Malred, der checkt das ja immer. Der hat einfach so eine Begabung, ja. Die ganzen Rare-Positionen sich einprägen zu können. Das ist so eine Art fotografisches Gedächtnis, aber nur für WoW-Events. Quasi genau das, was wir brauchen. Genau das, was hier in unseren Kreisen am wertvollsten ist. Ganz wichtig. Stellt eine große, platte Zitronenkuchen in den Stream. Oh, das ist aber sehr lieb. Da nehme ich gleich drölf. Einwand frei. Gola, Kalloyin. Shriekwing. Wie ist denn eigentlich der deutsche Name? Shriek, Shriek. Ist es einfach Schreckensschwinge gewesen? Lassen wir mal sehen. Schrill. Oh. Schrill-Schwinge. Ey, ich habe das viel, glaube ich, noch nie so genannt. Holy Fuck. Mythisch ist leichter als Sire-NHC. Okay. Aber auch als HC. Vermutlich. Vermutlich. Und hoffentlich. Dann könnte man es natürlich mal aus dem Leben boxen und da dann noch ein bisschen GS pushen oder so. Das haben wir. Schreckschwinge, dachte ich auch. Aber es ist Schrill-Schwinge. Wilde Nummer. Und da müssen wir immer ein bisschen gucken, weil je nachdem, welchen Content wir hatten, sind wir halt auch am ersten Mythisch-Boss komplett gescheitert. Also wirklich komplette Katastrophe. Dann gab es mal Content-Patches. Da fiel sowohl der letzte in HC wie auch der erste Mythisch total einfach. Und das wechselte immer so hin und her. Ist sicherlich auch je nach Gruppe irgendwo ein bisschen anders. Je nach GS und Co. Aber davon abgesehen kann man es immer erst mal versuchen, um da vielleicht der Gruppe noch was Gutes zu tun und so. Und ein bisschen GS zu pushen. Ja, wir reiten hier so querfeld ein, Junge. Ich verliere manchmal selber die Orientierung. Aber solange wir unserem X folgen und unser X nicht wahnsinnig wird und uns irgendwann wie die Lemminge die ultimative Klipper runterfallen lässt, das große Massensterben hier, solange sind wir safe, Leute. Brand safe. Ich bin super verwirrt, wenn sich das Licht hier manchmal ändert. Von diesem warmen, gelblichen, orange hin zu diesem erkalten Blau und so. Das macht mich immer kurz ein bisschen fertig, weil ich denke, Hilfe, Apokalypse. Aber dann geht es doch wieder. Ah ja, ich glaube, an den Ort hier erinnere ich mich noch. Hier war das mit diesen Büchern, oder? Kann das sein? Dass man Bücher in einer bestimmten Reihenfolge lesen musste und Erkundungserfolg, not bad. Und dann konnte man hier auch irgendwie ein Rare beschwören. Irgend so was war das. Wilde Nummer. Wir gehen mythisch Rillschwinge, wenn wir generelle HC down haben. Erst wenn mythisch der erste Boss liegt, gehen wir HC Denatrios. Okay, auch interessant, das im Vorfeld direkt so festzumachen. Und kann man natürlich auch so rangehen, ne? Absolut. Laulonion, hallöchen. Joseph, hi. Breaking News, die Mass Effect Legendary Edition erscheint am 14. Mai 2021. Im Mai? Ich glaube, Mai kann geil sein, oder? Da kommt nicht zwangsweise irgendwas anderes groß raus? 9.2 wird, denke ich, auch ein bisschen länger dauern, oder? Naja, Mai klingt erstmal gut. Gut, ich warte schon drauf, dass ihr alle die Klippe runterspringt. Es ist immer so ein gefährliches Spiel, ne? Also wir haben Mavrid zum Glück noch nie total wahnsinnig erlebt, aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Was er jetzt macht, ist wirklich diese Bücher, die hier liegen, in der richtigen Reihenfolge lesen. Und das ermächtigt euch dann, mit einem anderen Objekt zu interagieren. Und dieses andere Objekt kann dann den Rare eben angreifbar machen. Ganz spannende Sache. Haben wir beim letzten Mal alle zusammen quasi gemacht, ja, um das mal gemacht zu haben. Aber hier in dem Fall scheint jetzt einer zu reichen. Und wäre bei der Masse vielleicht auch noch chaotischer, noch panischer. Wir warten kurz hier, bis er wieder kommt. Als wenn das jetzt nur einer macht. Weil wenn hier jetzt 30, 40 Leute wüst umher wuseln, dann ist es einfach mit der Übersichtlichkeit geschehen. Die ist einfach weg. Bei der Dropprate in Shadowlands würde ich auf solche Dinger mit den ersten mythischen Bossen zum Gieren, ja, verzichten. Ja gut, aber wenn dann alles, was droppt, ein Upgrade sein kann, dann ist es wieder eine andere Sache. Dann muss halt nur irgendwas droppen und das passiert ja wenigstens in der Regel. Ich warte wie auf Nadeln, bis der Lockdown endet, damit ich mir meinen neuen PC kaufen kann. Dann kann ich auch endlich richtig mit Raiden loslegen. Sehr nice. Wenn ihr übrigens festgestellt habt, ihr wollt auch einen neuen Rechner. Hat sich jetzt vielleicht bei dem einen sogar ein bisschen Geld angehäuft. Es gibt natürlich auch viele Negativbeispiele in die andere Richtung. Aber auch positive. Die Seite hat immer zwei Medaillen, wie wir wissen. Und ihr sagt, ey, das investiere ich in einen neuen Rechner. Ausrufezeichen Rechner. Ihr wisst Bescheid. Unsere Freunde von Hero Systems haben unter heldenhaften Optionen tolle Angebote. Momentan verschiedene Grafikkarten. Tolle Komplettsysteme. Auch unseren Community-Rechner unter anderem für WoW optimiert. Und über das individuelle Heldenformular könnt ihr, egal ob ihr Technikwissen habt oder nicht, mit ganz allgemeinen Fragen die Experten euren Traumrechner bauen lassen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Rabattcode ist natürlich auch mit am Start. Kann man mal auschecken. Kann auch schon vorbestellt werden für 60 Euro. Ich hoffe, die bringen dann auch Merch mit. Ich hätte echt gerne noch so eine Mass Effect Jacke hier mit N7-Logo oder was es nicht alles war. Da habe ich gar nichts in meinem Schrank. Ich habe so viel Gaming-Merch und nichts von Mass Effect. Ey, das ist schon echt traurig auch. Wie viele Anima machst du circa in der Woche? Nicht viel. Ich farme überhaupt nicht gezielt, weswegen ich auch gar keinen Überblick habe. Also wenn jetzt mal so eine krasse Elite-Quest ab ist, wie jetzt die in Maldraxxus, weil irgendwie die Arena jetzt ab für 1-2 Tage hat 250 gebracht oder so. Die nehme ich dann mit, auf jeden Fall mit dem Main. Ansonsten mache ich immer nur diese Daily-Kisse. Von wegen, rette den Adenwald, rette die Bastion, rette deine Mutter und nehme dann das, was ich da kriegen kann. Nehme da aber auch vor allem die Quests mit, die am wenigsten räudig sind und nicht die, die am meisten Anima bringen. Deswegen läppert sich das so dahin. Da kann ich nicht mal einen Fixwert nennen oder einen Festwert, besser gesagt. Weil ich keinen Überblick habe und sich das sehr unterscheidet, je nachdem, was auch gerade ab ist. Und auch über meine 1-2-Mythisch-Plus-Runs und meinen 1-Rate in der Woche kommt ja jetzt nicht so viel zusammen. Was droppt da immer? 35 oder so. Hält sich auf jeden Fall sehr in Grenzen. Und ich habe auch überhaupt keine Motivation, irgendwie jetzt aktiv noch groß zu farmen, um ehrlich zu sein. Hoffe, dass sich das alles in einem Rahmen bewegt, sodass ich dann früher oder später ganz einfach alles ausbauen kann, was ich möchte, was ich brauche oder alles kaufen kann. Aber gezielt farben, ey, gar keinen Bock momentan. Richtig, wenn wir den ersten Boss legen auf Müdisch, dann wird definitiv irgendwas droppen, was ein Upgrade sein wird. Alles kommt daher dem Raid zugute. Absolut, also eine durchaus nachvollziehbare Philosophie. Gameplay-Verbesserung beim ersten Mass-Effekt-Spiel. Genieße verbesserte Ziel- und Waffen-Balance. Oh mein Gott, ihr erinnert euch an meine Sniper-Skills. Also, okay, die sind zugegebenermaßen sowieso nicht auf gottgleichem Level, aber das war ja im ersten Teil ganz schlimm. Da hatte ich ja nie eine Chance. Bessere Mako-Steuerung, noch besser. Geil, auch daran erinnere ich mich sehr, sehr gut. Besseres Truppen- und Deckungsverhalten und verbesserte Gameplay-Kameras. Toll. Das sind original genau die Feature, die man sich so gewünscht hätte. Finde ich gut. Die Systemvoraussetzungen killen mich gerade. Brauche einen neuen PC. Shion, wenn du einen neuen PC... Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Danny, hallöchen. Endlich mal seit Wochen ein bisschen Zeit für den Stream. Schön, dass du reinschaust. Hallöchen. Ich will, dass der Lockdown vorbei ist, dass ich wieder tätowiert werden kann und Uts-Uts tanzen kann. Ich fühle das Uts-Uts auf jeden Fall. Neue Anpassung für Shepard. Er stellt ein Shepard in einer vereinheitlichten Charaktererstellung, die sich über die gesamte Trilogie erstreckt und über sämtliche Optionen aller Spiele verfügt. Das ist cool. Darunter, darunter, darunter auch die ikonische weibliche Shepard aus Mass Effect 3, sowie zusätzliche und verbesserte Frisuren. Cool. Finde ich nice. Schon das Eisbären-Mount gegönnt? Ja, habe ich gegönnt bekommen. Schnupper, Streamer-Lude und so, ne? Du weißt. Gibt es eine optimale Reihenfolge im Ausbau des Pakt-Sanktums, um maximal viel Anima zu generieren? Also zum Beispiel erst den Befehlstisch, erst den Anima-Leiter? Ich glaube nein, weil das ja auch alles nicht zusätzlich Anima bringt, sondern, wo kommt er denn her hier, Frechheit? Anima-Verbrauch letztendlich, ne? In die Anima-Leiter musst du investieren zunächst, damit die Rares und Events spawnen. Du musst, die Schriftrolle ist leider nicht da. Oh nein, der Rare ist auch gar nicht ab. Aber ja, hier, Freunde, wenn die Schriftrolle ab ist, muss man quasi die Bücher in der richtigen Reihenfolge lesen, dann eine Schriftrolle einsammeln und dann kommt der Rare, Sad Life. Die Rolle hat mehrere Spawn-Punkte, deswegen hat Maverick das gerade für uns übernommen, aber ist leider auch nicht ab. Dann hatten wir halt gerade mal kleine Chill-Zone, ne? Dann machen wir uns auf zum nächsten. Schade, aber ist ja nicht schlimm. Haben wir ja gesagt, kann immer mal passieren, dass nicht alles da ist, weil unsere Mitspieler, die miesen Schweine, einfach auch Sachen machen. Wenn wir die erwischen, ne? Dann erstmal Stampedel und ab dafür. Wo war ich jetzt? Reihenfolge, ja. Ne, gibt's glaube ich nicht. Also es gibt ja auch überall ähnlichen Loot, ne? Hier irgendwie ein Spielzeug, da T-Mog, da ein Mount. Und klar sind manche Ausbauten, gerade bei den Special-Packt-Features, dann manchmal ein bisschen teurer. Dafür gibt's da auch in der Regel mehr Belohnungen so insgesamt, ja. Aber letztendlich investierst du ja bei allem Anima, selbst wenn das Feature ausgebaut ist, ne? Ob's jetzt bei den Missionen ist, wenn du Follower losschickst oder eben beim Gluthof irgendwas kaufst als Verbesserung oder, oder, oder. Im Endeffekt investierst du immer, ja. Und darum würde ich empfehlen, immer zu schauen, was für dich am wenigsten Abfuck ist oder worauf du am meisten Bock hast, so, dass du dann wenigstens mit dem, was du ausbaust, auch was anfangen kannst, ne? Das wär, das wär so meine Empfehlung, weil Kosten sind sowieso da, ne? Die lassen sich meines Wissens nach zumindest nicht vermeiden. Vegabundo, hallohin. Seit heute farm ich häufiger Anima, weil es das Venture Hexer Set ihnen vergoldet gibt. Ja, das ist genau die Motivation, von der ich nämlich spreche, ne? Wenn man da einen richtigen Punkt gefunden hat, dann, äh, dann, dann, dann kann man sich da auch für begeistern, ne? Dann läuft das. So, wir haben diese schöne Clown-Wache. Frag bei Blizzard, ob du eigenen Stream-Server bekommen kannst. Stellt euch, Freunde, ich lade euch ein auf eine gedankliche Reise. Stellt euch bitte vor, die WoW-Creator kriegen jeder, jeder einen eigenen Server von Blizzard, die dann auch nicht laggen und so. Stellt euch bitte mit mir gemeinsam das Forum, Twitter und Reddit vor. Boah, schön warm, oder? Man kann sie an den Flammen richtig wärmen. Hahaha, scheiße, Mann. Ich würde pro Tag safe 70.000 Drohbriefe ingame bekommen, oder so, was die Scheiße soll. Also, ja, klingt erstmal geil, ne? Wenn wir so einen eigenen Stream-Server hätten, oder man kann so eigene Server für bestimmte Zonen generieren, wo dann logischerweise alle Events ab sind, die man dann zusammen machen kann. Aber, holy fuck. Also, uh, die Nebenwirkungen von solchen Aktionen, ne? Alter, da wäre ich auf jeden Fall jeden Tag mit einer Nahtoderfahrung beseelt, da bin ich mir ziemlich sicher. So, hier ist so ein lustiges Mehrspieler-Ritual, wo jeweils einer in so einen Kreis muss, um diese Glocke zu aktivieren. Und dann passiert auch was Lustiges. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Haben wir aber safe, oder? Beim letzten Mal oder so. Haben wir das bestimmt mitgenommen, wenn es ab war. Ich weiß nur nicht, was das jetzt zur Folge hat. Mal schauen. Ah ja, hier kommt wer. Sophia ist da, Leute. Man kennt sie. Und sie sollen wir beschützen, während sie die Glocke anstimmt. Okay. Ja gut. Weihe und Abfahrt. Er enthält die Einzelspieler Basis-Inhalte, sowie über 40 DLCs. Ja, geil. Von allen zusammen. Promo-Waffen-Panzerungen. Sehr cool. Ultra-HD. Ja, freue ich mich. Mass Effect ist geil. Freue mich auch, dass über diese, ja, überarbeitete Version dann bestimmt auch mehr Leute reinschauen, die das genauso wie ich damals komplett verpasst haben, ja, und dann eine weitere großartige Gaming-Reihe genießen können. Coole Nummer. Sehr, sehr coole Nummer. Ereda gehört doch fast der Army. Ja, die Mythisch-Raider machen doch auch immer so Krieg um Blackrock und so weiter, ne? Wer zuerst den Denatrios-Mythisch-Kill und so weiter jetzt holte, wir machen dann generell einfach Krieg um Ereda. Ja, 24-7. Um alles. So sieht's aus. Waren neulich Listed Corridor Layer 2 und unser Arcan-Mage hat völlig geisteskrank den letzten Boss mit 2,3 Millionen DPS in 5 Sekunden runtergebürstet, war lustig im Discord, alle am Kreischen und Ausrasten. Ja, Mage wie auch Hexer, ne? Wenn die richtig die Bonus-Effekte stacken können, gerade Magier mit diesen Runen-Bandagen, ne? Wo du dann aus der Verstohlenheit heraus irgendwie 2000% mehr Schaden machst mit Arcan-Schlag und so, wenn du dann vorher noch die Aufladung hast, ey, krass. Da hab ich's in der Beta ja zum Glück, das war ein so geiles Replay, hab ich's zum Glück auch hinbekommen, solche Bonus-Effekte zu stacken und dann sogar den End-Boss auf Ebene 8 wegzudonnern, ja? Oh, Junge, das war wirklich geil. Und sowas ist schön. Sowas macht dann auch wirklich Spaß, gerade in der Gruppe, ja? Gerade in der Gruppe. Im Stream noch nie, tatsächlich. Ah, siehste. Ja, dann umso besser. Rare Plus, dass wir die Kollegen jetzt hier bekommen. Auch Blizzard einfach Big Brain, ne? Gruppenaktivität beschwört einen Elite-Mob für die Gruppe. Nice. Danke für die Info. Hab mir auch bei den Nachtfädern diesen Rucksack mit eingebauter Rückbeleuchtung gegönnt für 3500. Hatte gehofft, dass ich das Farben noch optimieren könnte, aber dann mach ich mal weiter wie bisher. Ja, das ist nämlich genau das Problem. Es gibt nicht wirklich was zu optimieren, ne? Selbst in M Plus 15 ist es dieselbe Anima-Ausbeute wie in M Plus 10 und M Plus 5 und so. Das skaliert alles leider nicht oder ungenügend nach oben. Und deswegen kotzen die meisten auch, die da aktiv farben und grinden wollen. Sind zugegebenermaßen nicht so viele. Aber da liegt, ich sag mal, der Optimierungsbedarf auf jeden Fall bei Blizzard, ne? Und vielleicht erfahren wir ja ein bisschen was auf der digitalen BlizzCon. Ach, hier ist noch eine Truhe, wollt grad sagen. Das war ganz schön lahmer Loot. Aber den wahren Loot, den gibt es hier. Und zwar eine Seite. Und diese Seite bringt 35 Anima. Geil. Was ist noch gedroppt? Eine Glocke. Ah, ein Schildhand geführt. Ja gut, T-Mock. Auch wieder schön silbern, ne? Passend. Passend zu unserem illustren Rest, was so gedroppt ist, ne? Den Sperr betreffend. Und es sind bestimmt auch schon wieder irgendwo Armschienen gedroppt. So, das fügt sich alles langsam zusammen. Geile Nummer. Legendary Collectors Edition kommt auch mit Shepard Helm. Oh, es wird so teuer. Oh, es wird so teuer. Wieso, Shion? Schreib mal gleich drunter. Die sollen das vor Giveaway. Nein, Gottes Willen. Das sind tolle, hochqualitative Artikel. Die sollen auch alle ihren Preis haben. Paki, elf Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Hat Rockto im heutigen Mad Moment den Endboss schon wieder gewoneshottet? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe die heutigen Mad Moments noch gar nicht selber gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur, dass wieder gesungen wurde. Aber Rockto, wenn wir als Gruppe unterwegs sind, versucht immer diese Bonus-Effekte dann auch mitzunehmen, weil die in der Gruppe halt sehr, ich sag mal, gut zu stecken sind. Und deswegen haben wir da auf jeden Fall auch ein Auge drauf. Ich glaube, der Server war ähnlich wie bei South Park. PvP wird dann auch lustig. Das ist wahr. Das ist ein fetter Über-Pro-Gamer. Und da sind wir wieder. Asahi. Hallöchen. 150 Dollar. Du, das geht aber noch, ne? Ey, ich stelle mir gerade vor, so geiles Regal. Licht King Krone. Daneben der Helm von Shepard. Dann brauche ich noch einen dritten. Was ist noch ein geiler? Wer hat denn noch einen geilen Helm in der Gaming-Welt? Und schreibt nicht alle von Halo jetzt. Den hatte ich auch gerade noch im Kopf. Aber wer hat denn noch geile Helme? So, wo ihr sagt, ey, das, wenn ich diesen Helm sehe, weiß ich, geht zur Sache, weißt du? Wenn man jetzt sagt, so drei Helme. Die heilige Dreifaltigkeit. Bad, Batman. Oh, Batman. Ja, so, interessant. Okay, Doom. Okay, nice. Doom, ja. Vader. Alter, ja, klar. Ah, True. True, interessant. Mega Man. Oh, ein bisschen Reto auch, ne? Ey, das sind coole Ideen auf jeden Fall. Seh schon, wir müssen alle ins Marketing bei Helmherstellern. Wir müssen alle ins Marketing. Fallout, Skyrim. Ja, Lord Helmchen. Geil, ja. Fühl ich. Fühl ich. Oh, vom Hexenkönig. Herr der Ringe. Alter. Ah, das sind leider zu viele geile Ideen, ne? Ich wollte nur drei haben. Jetzt brauche ich 20. Oh, oh, oh. Wollte wirklich Masterchef schreiben. Ja, das kam mir lustigerweise auch direkt in den Sinn. Wollte ich euch gleich bremsen. Sauron. Kopflose Reiter. Auch schön. Kürbis einfach, weißt du. Zack. Iron Man. Skeletor. Ah, krass. Ihr habt zu viele gute Ideen, ne? Ich habe gehofft, alle schreiben wirklich einen von nur Halo oder so. Aber da waren ja schöne Sachen bei. Mandalorian. Ja, den fühle ich leider nicht so, ne? Star Wars bin ich leider nicht so überkrass drin. Da hat mich ja der Ringe jetzt mehr gecatcht. Aber vielleicht wäre das ja noch anders, ne? Erstmal haben. Oder lieber haben als brauchen. Hier müssen wir auch wieder unboxen, ne? Kann das sein? Ähm. Killen bis erst spawnen. Prä-Toren. Alles klar. Leute, unboxen bis der Rare spawnt. An alle, die gehen müssen, gar kein Problem. Na, danke fürs Mitkommen. Dankeschön, dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ey, es gibt schon ziemlich viele geile Helme, oder? Der Strohhut von One Piece. Oh, ja, auch lecker. In welchen Universen wir jetzt auch waren? Uru-Käme, Optimus Prime, ja. Ey, krass. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Das gibt es safe alles. Holy shit. Lasst unsere Konten die Preise nicht sehen, aber holy shit, es gibt das bestimmt alles. Und ohne Witz, ich würde sie auch alle haben wollen, ja. Selbst wenn ich jetzt nicht so mega eingefleischt bin, irgendwie bei Batman oder bei Star Wars oder was auch immer. Ey, wie geil ist es, wenn du wirklich so eine fucking Helmsammlung hast, ja. Und irgendwie waren es jetzt doch, ich würde sagen, zu gut 90% ikonische Dinger, die du als Nerd einfach kennst. Und sei es nur aus irgendwelchen Memes. Und stell dir vor, du kommst echt irgendwo rein. Ich meine, werden jetzt einige auch total scheiße finden, die ihr Nerdtum nicht so repräsentativ ausleben. Aber kommst du irgendwo rein, hast einfach so richtig Regale voll mit diesen Helmen, richtig geil angeordnet, wie andere so Figuren sammeln, ja. Ey, der Übershit, bin ich großer Freund von, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Sag einfach, der dritte Helm repräsentiert einen Geist. Ja, der ist unsichtbar, ne. Das ist der unsichtbar machende Helm der Unsichtbarkeit. So ein Ding ist das nämlich. Geil. Wichige Frage. Wenn der Herr der Ringe Helm nass wird und dann nicht richtig trocknet ist, dann der Helmsklamm. Ey, Snooper. Gegenfrage. Kannst du nie einfach nach Hause gehen? Wieso? Wieso? Oh Mann, Snooper. Dankeschön für deinen Fünfer und vielen, vielen Dank für diese großartige, ich möchte es zusammenfassen unter wissenschaftlicher Arbeit, ja. Vielen Dank für diese große wissenschaftliche Ansage. Großartige Nummer. Dankeschön. Haben wir den Rare mittlerweile da? Ich hab halt Angst, dass wir den aus Versehen einfach einfach umboxen, gerade nebenbei, weil wir ja alle so turbulent durcheinander wuseln. Aber am Telefon, was machen wir eigentlich? Der Bruder ist gerade seit fünf Jahren am Telefon gewesen und kam jetzt zurück und jetzt ihm aufgefallen, shit, das ist ja irgendwie gar nicht mehr MOP hier, ne. Was mach ich hier eigentlich? Wir boxen wieder Mobs um, bis ein Rare spawnt, quasi wieder vorgerade. Und genau, Massaker, deswegen liegt hier gerade auch alles kreuz und quer und irgendwann ab einem bestimmten Punkt müsste dadurch der Rare Spawn hier getriggert werden. Wir hoffen, dass es nicht eine halbe Stunde dauert wie beim Drachen, aber wir machen erstmal weiter und sind frohen Mutes und so. Ja, Snooper, Dankeschön und geile Ideen dabei. Ja, ich habe festgestellt, ich brauche mehr Helme und vielleicht auch mehr Köpfe, dass man die tragen kann. Ist ja auch interessant, ob man sich die dann hinstellt oder ob man ab und zu dann so einen super seltsamen Moment hat, wo man die alle aufsetzt, ne. Und dann bei TikTok schön was aufnimmt und richtig schön Captain Cringe, ja erstmal so ein paar Zitate droppen, richtig nice. Ne, da sehe ich mich zum Glück überhaupt nicht, das war mir jetzt schon immer zu krass. Holy Fuck, gibt es ja ganz viele so von den übertriebenen Superweebs, die sich dann hinstellen mit so einem Handtuch umgewickelt als Umhang und dann irgendwelche Zitate von, weiß ich nicht, von Sephiroth aus Final Fantasy droppen oder keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was das alles war, was ich da letztens gesehen habe. Aber ich habe mich ganz, ganz schlimm gefühlt dabei und solche Phasen hatte ich zum Glück noch nie. Aber kann man machen, muss man ja auch nicht online stellen, ne. Grüße an Dream an dieser Stelle. Der Helm vom Hexenkönig bzw. von Sauron ist sowieso total ähnlich wie die Krone der Dominanz. Das stimmt, also es gibt im Detail schon sanige Unterschiede, aber generell so dieses brachiale, ja, dieses, ja, simple nicht, aber schon dieser klassische kalte Eisenfarbton, so nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist schon ein großer Vergleichspunkt, ne. Absolut. Solange Kraft seinen Kopf auf dem Regal nicht wiederfindet, er hat er in so einer Salzlösung eingelegt, ne. Ja, das wäre dann auch meine Grenze. Absolut. Es gibt sogar funktionierende Ironman-Masken und so, also mit Augenleuchten, Öffnungsmechanismus, mit Öffnungsmechanismus. Alter. Ja, sanige Nummer. Richtig fett. Es gibt auch Vergleichsvideos und Bilder aus Mass Effect 1 zum Remaster. Sieht sehr geil aus. Das ist cool. Werde ich mir nachher schön beim Abendbrot mal zu Gemüde führen. Bisschen Game-Updates, dies, das, ja. Alle Helme gleichzeitig aufsetzen. Und dann wird man einfach der Overlord des Universums, ja, alle verschmelzen. Mega fresh. Jetzt stell dir vor, dort wäre eine Welt-Quest. Ein Ahnungsloser kommt an. Oh ja, da denken sie auch, scheiße, was machen die Verrückten wieder. Ja, nur darf der auch langsam mal spawnen, oder? Was ist mit dem, ey? Das ist doch auch dieser, dieser Bibliotheken-Menemis. So hat man die ausgesprochen, oder? Ja, wir sind ja im Let's Play, leider aus der Bastion raus. Mittlerweile am Ende von Maldraxxus oder zumindest in dessen Richtung unterwegs. Und da habe ich direkt wieder vergessen, wie man alles in den anderen Zonen ausspricht. Menemis-Einheiten hießen die. Und eigentlich beschwören wir, wie viele hier liegen, Junge, ist Release Day oder was? The fuck? Eigentlich beschwören wir den eben über das Töten dieser Kollegen. Aber vielleicht hat er auch Schiss. Vielleicht hat er sich gerade die Quote angesehen, wie schnell seine Freunde sterben. Oder wie viele in welcher Zeit. Und denkt sich, Bruder, also zu Hause ist es ja eigentlich doch am schönsten. Und ich habe gar keinen Bock, hier heute aufzutauchen, um euch den Erfolgsfortschritt zu geben. Oder ein bisschen Anibar, ein bisschen Lut. Ich gönne einfach gar nicht, Leute. Ich gönne einfach gar nicht. Zählt die Lorbeerkrone von Cäsar auch als Helm? Boah, schwierig, ne? So Helm ist da natürlich ein seltsamer Begriff. Aber jetzt rein unter diesem Oberbegriff zusammengefasst, des Ausstellens und der Kopfbedeckung, ne? Könnte man sich natürlich auch so eine Krone aufsetzen. Ja, Freunde, Melrith sagt es auch gerade. Dann lasst uns weitergehen. Ich glaube, wir haben alles versucht. Es gab bestimmt auch so nebenbei den ein oder anderen Drop, aber der will nicht. Niemand braucht Helme. Ich will origine getreue Brustabdrücke. Drei. Ja, hast du einfach so einen plastischen Abdruck des Busens vom Hulk stehen oder so? Kommst du rein bei irgendeinem Kumpel, der ist gerade umgezogen, willst du dann nur eine neue Bude angucken. Ja, alles lässig. Und dann hat er überall so Gipsbrüste stehen. Ja, auf jeden Fall. Da sehe ich mich zum Glück auch nicht selber. Aber ihr habt schon ein paar Kandidaten im Hinterkopf, denen ich das mal empfehlen kann. Sehr nice. Birdie, vielen Dank für deinen Fünfer und diese sehr, sehr gute Idee. Das ist auch so eine Idee, die muss ein bisschen reifen. Die musst du jemanden quasi einpflanzen und dann muss sie wie so ein guter Käse ein bisschen reifen. Ja, und dann wird das auch gut. TK, Hallöchen. Grüße, Grüße. Man fühlt sich nur etwas bekloppt, wenn man Mnemis ausspricht. Ich finde das auch ganz, ganz seltsam. Mnemis. Keine Ahnung. Ich denke irgendwie an Genesis, denke an Phil Collins, aber ich glaube Phil Collins würde nie Mnemis sagen. Und das macht es irgendwie noch seltsamer. Keine Ahnung. Bester Helm von Calimero. Alder, auf jeden Fall. Schön das Ei hinstellen. Und sagen, hier, meine Sammlung. Einfach so ein paar Eier, weißt du. Richtig nice. Bist so transdimensionaler Calimero-Jäger. Und hast dir die verschiedensten Mützen einfach aneignen können. Richtig nice. So, wir haben hier wieder so ein Gruppenevent gehabt. Sophia ist wieder gekommen. Er mächtigt jetzt die Glocke. Und wir müssen sie verteidigen. Das ist auf jeden Fall ein Rare, der am Ende kommen wird. Es sei denn, wir haben hier alles verbuggt. Was auch mal passieren kann, wenn wir hier mit 7000 Leuten irgendwie durch die Pampa roffeln. Aber an sich geht es ja immer gut. Und ist halt in der Open World. Ich möchte es nur noch mal erklären. Sagen, dass sich da auch keiner wundert, der vielleicht gerade erst reingeschaltet hat. Da kann es natürlich immer sein, dass gerade vor uns irgendein Random Dude vorbeikam. Ja, und der hat dieses Event gerade gemacht. So, und dann hat das ja einen gewissen Timer, bis es wieder getriggert werden kann. Bis es wieder ab ist. Und wenn wir gerade so unlucky sind und zu diesem Zeitpunkt kommen, dann kann es halt sein, dass da nicht viel geht. Das kommt immer mal wieder so rüber. Und ist auch so. Am Ende übelst die epischen Helme im Regal. Mittendrin die Mütze von Mario. Aber auch mit so ein bisschen Schleim von irgendwelchen Schildkröten und so bedeckt. So richtig ranzig, weißt du. Herrlich. Ich habe eine Hulk Faust hier rumstehen, siehst du. Nice. Wolfsraben, hi. Kraft setzt sich die deutsch-römische Kaiserkrone vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen auf. Ja, und dann einfach am Fenster stehen, ne. Irgendwie ein bisschen rausbrüllen. So, dann kommt man bestimmt nicht in die Psychiatrie. Mm-mm. Mm-mm. Kennst du Edge Rated R Superstar? Ja, Mann. Na klar, da habe ich fast männliche Tränen vergossen, als... Oh, ich T-Mock bekommen habe. Nee, als Edge wiederkam. Ist das auch schon ein Jahr her? Oh, das war geil. Das habe ich mir safe 3000 Mal angesehen. Gucke ich heute manchmal noch. Und mega geil. Weil, das habe ich früher mit meinem Cousin immer geschaut. Da war so Edge und Rey Mysterio, Great Khalil, Hardy Boys, Batista und so, Undertaker. Das waren so die Ficker, ne. Und wenn von denen irgendwie mal was passiert oder wenn es denen einfach gut geht, ne. Wenn die wiederkommen, geiles Match haben. Bin jetzt nicht der größte Wrestling-Fan, aber wenn da irgendwas ist, ne. Dann bin ich einfach wieder 12 und sitze mit meinem Cousin auf dem Sofa und wir gönnen schön ein bisschen Wrestling, ey. Na, das war cool. Ja, kenne ich auf jeden Fall noch. Und habe ich mir auch einiges zugegönnt. Auch von den letzten Aktionen gehört. Und hast du auch gerade noch dazu geschrieben, ne. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Also das ist echt nochmal so die andere Nostalgie-Schelle. Wie sieht denn meine Glocke eigentlich aus? Zweimal her. Ja, ist auch so silbern, ne. Ist auch so ein silbernes Teil. Mit weißem, lustigen Stoff drumherum. Ja, kann schick sein. Jetzt nicht unbedingt am Paladin, ne. Aber wenn du so einen Priester, so ganz weiß im Gewand hast, da kann das natürlich nice sein. Oh, gehen wir hin, wo ich denke, dass wir da hingehen. Hier vorne. Zu den dauer spawnden, drei lustigen Vier. Auf jeden. Dieser Punkt, Freunde, wer das nicht kennen sollte, jetzt ganz genau aufpassen und zuhören. Der ist unglaublich geil. Wir sind in der Bastion. Wir sind bei den Koordinaten 55, 80 und zwar hier unten, ne. Bei dieser Übungsgelände-Trainingsstrecke. Hier könnt ihr gefühlt immer mit der Tante quatschen, die hier steht und die beschwört euch dann hintereinander vier verschiedene Rares. Und die zählen für die verschiedensten Sachen. Wenn ihr so eine Daily-Quest bekommt in eurer Packteile von wegen, verteidigt die Bastion. Und dann müsst ihr diese 100% sammeln. Dann kommt ihr hierher, rotzt die Viecher um und das Ding ist voll. Oder fast voll, ne. Je nachdem, wie es dann hier gerade läuft und so. Und das ist super krass. Da fliegt ihr einfach, wenn ihr so eine Quest habt, hier unten zum südlichen Punkt zur Aspirantenrast. Pilgert hier rüber. Da ist sie in der Regel auch schon gut voll, weil viele Leute das mittlerweile kennen. Roffelt eben die Ads rum und habt dann diese Verteidigung der Bastion-Quest in drei Minuten fertig oder so. Mega fresh. Also wer das nicht kennt, dann könnt ihr so viel Zeit sparen. Nebenbei droppt jeder von den Anima. Die können auch Waffen droppen, ein bisschen Temok oder vielleicht sogar ein Upgrade. mit 184, ja, Kriegsgelebe, Streitkolben, alles dabei. Mega, mega nice. Also wer das nicht kennt, wenn Bastion ab ist, richtig gegönnen. Geht mega schnell. Lohnt sich. Ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper beim Schauen des Trailers. Garos in 4K. Ja, kann ich verstehen. Kann ich voll verstehen. Gut zu wissen, dass sie dafür zählen. Wusste ich nämlich auch ziemlich lang nicht. Insofern, insofern, insofern kann man das gern hier einmal im Hinterkopf behalten. Monik, zwei Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Bei der ganzen Helm-Krone-Diskussion fällt mir das Berufsschul-Erzähl-Video wieder ein. In dem Sinne von, der Mann setzt der Frau was auf den Kopf her. Und die Frau war halt Jesus. Und das Etwas war der Dornen-Rosen-Whatever-Kranz. War schön. Ja, die Berufsschulzeit. Ich erinnere mich auch sehr gern an dieses traumatische Erlebnis. Wir gucken mal, ob der Sonnentänzer da ist. Und das ist eine interessante Nummer. Denn vorhin war er nicht da. Aber auch der hatte ja einen gewissen Respawn. Und vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Da war ja doch gute Stunde, gute anderthalb Stunden jetzt unterwegs waren mit den anderen Rares. Überwiegend erfolgreich. Was ist denn das hier so neblig? Ist hier Pandaria versteckt oder was? Frechheit. Und da ist er echt nice. War, denke ich, eine gute Quote. Frage ist nur, hat jemand den passenden Gleiter? Weil, wenn nicht, müsste ich mal gerade umloggen. Die habe ich nämlich nicht auf meinem Parler. Wenn wer den passenden Gleiter hat, dann können wir das gern mit dem Kollegen durchziehen. Also, oh, Malverid ist schon auf dem Aha-Mount. Der kauft bestimmt gerade schon wieder 30. Und dann könnten wir das Grüppchen auch nochmal voll machen. Eben, Freunde, wer mitkommen möchte. Dann könnt ihr das gerne tun. Gruppe LOL, Server übergreifend können wir nochmal porten. Malverid hat jetzt einen. Das ist super. Und dann würden wir hier jetzt nochmal eine Sonnentänzer-Runde auch machen. Weil der Preis von dem Gleiter hat sich ja zum Glück ein bisschen normalisiert. Das war ja am Anfang so Rich Kid des Jahrtausends. Mittlerweile ein bisschen verändert. Malverid, vielen Dank zum einen für die Übernahme dieser Reisegruppe. Zum anderen für diesen großartigen Gleiter. Dieser Mann macht immer sehr, sehr viele schöne Sachen für uns. Dankeschön. Danke, danke. Und dann ist auch dieses Grüppchen voll. Dann bitte nochmal ran porten. Haben wir denn jemanden dabei? Aurora zum Beispiel. Aurora, hast du das schon? Hast du das Mount schon, den Sonnentänzer? Sonst würde ich dich jetzt einfach auf spontan verpflichten, das zu machen. Und dann hast du ja auch die erhöhte Drop-Chance. Dann würde ich dir das jetzt einfach geben. Alle anderen, außer diejenigen, die ich jetzt quasi festlege, die warten hier. Aurora hat es noch nicht. Ja, dann kommst du mit mir mit. Also alle warten hier. Porten bitte die übrigen ran. Und Aurora kommt einfach bei mir mit. Und dann gucken wir uns das beide jetzt mal an. Dann kannst du das nämlich einfach einmal machen. Ist ja nicht schwer, ne? Und dann warten wir da unten auf die Ankunft des Ponys. Und dann boxen wir das um. Geile Nummer. Wolfsraben mit 17 Monaten. Nicht vergessen, Kinder, Twitch Prime ist kostenlos. Dankeschön. Und Ruven, hatte ich dich eben übersehen? Bin mir gerade nicht sicher. Bin so im Pony-Modus. Gottes Sinn. Vielen Dank für deine Sub-Verlängerung. Das zeigt Twitch manchmal einfach so ganz in einem Satz an. Normalerweise ist die Sub-Nachricht immer so, bam, so ein Vierzeiler. Und manchmal sind die Verlängerungen einfach viel kleiner. Lul. Habe ich immer Angst. Dankeschön, liebe Leute. Dankeschön, Dankeschön. So, der sucht noch Stress. Und dann erkläre ich es nochmal ganz allgemein. Nein, also ich gebe Aurora gleich diesen Gleiter. Wir werden dann warten, bis das Pony hier quasi wieder lang fliegt. Und dann wird sie hier runterspringen mit dem Gleiter drauf. Frage ist nur, hast du den Buff? Nee, den hast du leider noch nicht. Dann musst du nochmal zurückreiten. Das habe ich gerade vergessen. Das habe ich gerade vergessen. Und musst da vorne, wo die anderen stehen, mit diesem Symbol interagieren. Da schwebt so ein Flügelsymbol rum. Das musst du anklicken. Und dann hast du einen halbstündigen Buff, glaube ich. 30 Minuten. Wo ist er hin? Geportet worden, oder? Sag mal, wie schnell ist dieser Eisbär aufgemauert? Den musst du einfach anklicken. Dann hast du einen Buff. Dann kommst du wieder her. Danke für die Erinnerung, Freunde. Und damit kann man das Tierchen quasi aushalten, weil das brennt. Das macht permanent Schaden. Ja. Und dann hast du den Buff. Dann gebe ich dir gleich den Gleiter. Der funktioniert im Grunde wie ein Goblin-Gleiter. Ja, aber er mächtigt dich quasi oder bemächtigt dich dazu, auf diesem Gaul zu sitzen. Und wenn der dann hier vorbeikommt, da hinten dreht und dann von da wieder hier langkommt, springst du quasi runter, ziehst den Gleiter und versuchst anders viel ranzukommen. Hat sich in letzter Zeit bewährt, auch immer mal so eine Kreisbewegung zu machen, um dann wie so ein Geier in der Wüste langsam um die in die Reihen zu kreisen und sich dann drauf zu stürzen. Und wenn du dann richtig in der Nähe bist, dann hast du so einen grünen Pfeil, den musst du einfach mit Rechtsklick smaschen, ja. Und dann sitzt du drauf. Wenn du drauf sitzt, dann hast du einen extra Action-Button. Und diesen extra Action-Button, den musst du auch smaschen. Damit beruhigst du den. Und da musst du wirklich draufkloppen wie ein Wahnsinniger, weil du verlierst Leben. Und wenn du dann zu langsam hämmerst, er hat schon Zeit, das ist jetzt keine Sache von drei Sekunden, aber wenn du den zu langsam hämmerst oder ignorierst, verbrennst du auf dem Vieh, weil er es eben so eine Aura hat. Also, wir warten, bis der hier lang fliegt, warten, bis er da gedreht hat. Und wenn er dann hier quasi zurückkommt, dann guckst du, wie das dir passt eben mit der Position und fliegst dann da einfach ran. Schießt mich der Gleiter in die Luft oder muss ich selber runterspringen? Du musst selber hüpfen, glaube ich. Zumindest hat das bisher jeder getan. Deswegen starten wir auch ein bisschen weiter von oben, dass man das eben in der Luft machen kann. Am besten hier so ein bisschen mit Anlauf runterhüpfen, dann Gleiter ziehen und dann segelst du in aller Ruhe in die Richtung. Das größte Problem in Anführungsstrichen ist auch immer eher auf die Höhe zu kommen, weil er hier in der Regel ein bisschen tiefer eben vorbeifliegt. Deswegen am besten so diese Kreisebewegung. Oh, Maveritt demonstriert das mal. Ja, genau. So in dem Dreh dann quasi. Sehr schön. Jawohl. Oh, und er macht es sogar jetzt schon auf dem Hinweg. Kann man auch machen? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, oh. No, wieso ist er schneller geworden? Seit wann wird... Wieso wird er schneller auf einmal? What? Ey, das hat er noch nie gemacht. Das hat er noch nie gemacht. The fuck? Weil Maveritt mit dem normalen Gleiter in der Nähe war oder wie? Aber auch da hat er das noch nie gemacht. Na, kein Bock auf uns. Der denkt sich, ey, ne. Die auf keinen Fall. Da hack ich mir eine neue Fähigkeit. I'm out, Leute. Leckt mich. Ich gehe nach Hause. Kein Problem. Kein Problem. Aurora muss hier den Schuh überhaupt nicht anziehen. Das ist einfach total scheiße gelaufen. Und das wird gleich nochmal besser. Äh, Meryl, du musst aber nicht schon wieder einen Gleiter kaufen. Pass auf, ich logge um, schicke mir die eben an den Pally. Kein Problem. Aurora, du kommst wieder her. Du hast das jetzt einmal genau gesehen. Und dann wird das. Nur am besten warten, bis er von da hinten wieder zurückkommt. Weil, wenn er von rechts kommt, gewinnt er an Höhe. Wird also immer höher. Und wenn er von links kommt, dann geht er runter. Und da hast du dann mehr Zeit, sag ich mal, an seine Höhe ranzukommen. Ja, bevor er dann eben nicht mehr erreicht werden kann. Deswegen am besten immer den Rückweg abpassen. Ey, da verarscht er uns hier komplett. Was für ein Bastard. Dieses Pony, ey, ganz ehrlich. So, dann schicke ich mir die mal eben rüber. Mit meinem nicen Stanzpfeifentoy. Jawollo. Und zwar an Ashbringer. So, jetzt muss ich sie nur noch finden. Nur noch finden. Da sind sie. Zack, einmal rüber. An den Pally. Und dann loggen wir wieder aus. Stehen dann auch bei Farmo rum. Shadow Zombie. Zweiter Monat. Und Just Diddy. Vielen Dank für eure Abos. Dankeschön. Wie geht's? Kratzus Miauzus. Ja, ganz gut. Er hat momentan wieder mit einem Fellknäuel zu kämpfen. Mein Kater ist manchmal einfach zu blöd zum Kotzen. Im wahrsten Sinne. Da ist dann immer ein bisschen mad, ein bisschen wehleidig. Aber sobald sich das erledigt hat und dann irgendwo im Bad rumliegt oder so. Typisches Haarknäuel wie bei Garfield. Dann wird das auch wieder besser. Aber sonst alles fresh. Der Gaul hat Angst bekommen. Fluchttier. Mann kennt es. Ach Mensch. Agual. Arteros. Hallöchen. Ja, alles cool. Alles cool. Ich muss nur mal gerade meinen Stuhl wieder auf Höhe bringen. Denn der Verlust des First Try Ponys hat mich gerade nach unten gedrückt. Das war die Macht einfach. Ich weiß nicht welche, aber es war die Macht. So sad. Es sah etwas so aus, als würde dir der Schwimmlehrer zeigen, wie man schwimmt und du direkt Köpper machst. Als Nichtschwimmer. Ja, Abfahrt. So, Leute. Da bin ich wieder. Ich muss mir nur mal eben noch meinen Briefkasten wieder stellen. Und dann probieren wir das nochmal. Also da konnte jetzt hier keiner was für. Alles cool. Aurora hat das an sich sehr gut gemacht. Jetzt muss ich nur die Gleiter auch wieder finden. Da sind sie. Am besten, wenn er zurückkommt. Genau, wenn er quasi von links nach rechts fliegt, dann am besten runter, weil dann hast du die größtmögliche Zeit. So. Probieren wir das da einfach nochmal. Gar kein Problem. Das wird jetzt. Hey, Craft, Frage. Kommt noch ein Video zur nekrotischen Schneise? Hab deine anderen fast wie ein Guide-Videos mega gefeiert. Ja, müsste ich eigentlich noch machen, weil nur das noch fehlt. Hast du den Buff? Ja, ist auch da. Alles cool. Alles ist gut. Alles ist da. Und da müssen wir das eigentlich mal noch nachholen. Hat sich in dem Rahmen nicht ergeben, weil wir nekrotische Schneise super oft retten für das Mount am Ende. Deswegen hat das da nicht im Rahmen der normalen Streams so mit reingepasst. Und wir haben auch einen Haufen M-Plus-Kommentaries, glaube ich, dazu. Also einen Haufen zwei oder drei zur Schneise. Da kannst du im Zweifelsfall sehr gerne auch reinschauen. Da wird zwar ein bisschen was zusätzlich erklärt, aber generell auch die Bosse. So oder so muss ich das aber noch nachreichen. Da hast du völlig recht. Da hast du völlig, völlig recht. Warten wir, bis er noch eine Runde gedreht hat. Kein Stress. Ja, überhaupt kein Problem. Also wenn ihr den Gleiter habt, Freunde, ihr sagt Bescheid. Ihr macht das, wie ihr das wollt. Wir sagen nur, wie das geht. Wir zeigen quasi nur die Tür und ihr geht dann durch. So, dann müsst ihr euch gar keinen Stress machen oder so. Katzengras hilft dabei. Hab ja selber zwei solcher komischen Tiere. Habe ich auch mal wieder geholt. Hat er seit Jahren nicht gefressen. Das Katzengras nicht mal mit dem Arsch angeschaut. Und dann habe ich jetzt welches geholt vor ein paar Monaten oder seit ein paar Monaten wieder. Und jetzt komplett verliebt in Katzengras. Hilft ihm noch nicht. Mein Kater ist wirklich manchmal zu blöd zum Kotzen. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wirklich ziemlich ekelhaft. Aber er könnte, wenn er wollte, entscheidet sich dann aber zu sagen, ach nee, doch nicht. Das ist immer besonders dann sehr schön, wenn, kennt man sicherlich von den verschiedensten Tieren, wenn die dann so rumröcheln, so, hä, ja genau so, hä, so macht das dann. Und wenn das zum Beispiel passiert auf dem Teppich, hört man dieses Geräusch auf einmal aus dem Nebenzimmer oder auf dem Bett. Und dann kann man ja vergessen, dass die Tiere sich runterbewegen von diesem Möbel oder was auch immer. Und dann springt man natürlich auf, geht zum Tier, nimmt es so behutsam wie möglich, aber dennoch schnell in den Arm und setzt es eben auf den Boden. Und dann versucht man dem Tier irgendwie zu helfen. Nur, um dann folgendes Ergebnis zu haben, ach nee, doch nicht. Und das passiert sehr, sehr häufig, weil mein Kater einfach ein ziemlicher Trollo ist. Ja, er leidet dann nicht oder so, bilde ich mir ein. Es ist alles ganz normal, er frisst normal, dies, das. Aber er ist manchmal einfach ein ziemlicher, ziemlicher Trottel. Kraft hat das Katzengras gefressen aus Trotz. So sieht es nämlich aus. Genau so sieht es aus. Meine Katze versteht immer noch nicht, dass sie das Katzengras fressen könnte. Spielen ja, fressen nein, aber immerhin hat sie es schon mal wahrgenommen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Kraft, du musst als Beispiel vorangehen. Einmal ordentlich antrinken und dann den Kater mit aufs Klo nehmen. So geht das. Ja, gibt es ja Katzen, die wirklich aufs Klo gehen und spülen. Weiß man jetzt nicht, ob das wirklich ein Dauerzustand ist oder ob denen das so als Kunststück einmal zum Zeigen beigebracht wurde. Aber es gibt ja auch genügend Videos von Katzen, die normal auf Toilette gehen. Wäre mir aber auch, glaube ich, zu gruselig. Stell dir vor, wirst du irgendwie abends auf. Willst du auf Toilette gehen, weißt du? Nochmal pinkeln, bevor es ins Bett geht. Und dann ist Licht im Bad an. Und du machst die Tür auf, ist deine Katze da, weißt du? Muss ich noch entschuldigen. Sorry für die Störung, ja. Ich warte draußen. What the fuck? Wie geisteskrank wäre das denn eigentlich? Halkse, Hallöchen. Grüße. Meine Katze frisst ganz gerne Eintagsküken. Und das glaube ich, als wir im schönen Wildkatzengehege im Harz mal waren, Charon und ich, da gab es auch Kükis. Und die haben da nicht nur Wildkatzen, sondern auch eine normale Katze, die da halt lebt, außerhalb der Gehege. Und die hat auch immer so einen Küken da hingeworfen bekommen, hat das einfach weggesnackt. Da dachte ich, oh Bruder, schmecken lassen. Ja, schmecken lassen. Raymond, Hallöchen. So, Aurora, mit dem nächsten Versuch gleich, der Sonnentänzer, dreht jetzt um, noch mal tief durchatmen, ganz in Ruhe, ans Fliegen und ans Klicken denken. Und dann wird das jetzt, ja, guck, da war schon der Übungssprung, ne? Ist bereit hier, ist jetzt warm gelaufen. Achtung, es bleibt spannend. Ja, da ist der Sprung, da ist der Gleiter, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, schön nochmal einen Kreis. Oh, nicht zu weit weg, nicht zu weit weg. Ja, jetzt, ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Gut, okay, dann können Mavrid und ich uns auch wieder verpieseln. Und dann muss jetzt eigentlich nur der Button gesmashed werden. Und wenn das passiert, dann kriegt Aurora keinen Schaden mehr und das Pony landet für uns. Und dann haben wir alle eine herrliche, herrliche Maunschance. Ich muss jetzt nur mal schauen. Komme ich hier drumherum geritten? Jawohl, das sieht sehr gut aus. So und nicht anders wollen wir das nämlich haben. Und dann kommt jetzt unser Sonnentänzer, hoffentlich zeitnah auch mit uns hier angeflogen. Manchmal dreht er noch eine extra Runde, aber, ne, das sieht gut aus. Guck mal, da biegt er gerade ein hier. Sehr, sehr schön. Und dann ist er gelandet. Jawollo. Gumo, Gumo, mein Lieber. Tanzt für uns. Yay, so happy. Ist das diesmal auch niemand ins den KR gezogen, weil wir müssen ja erst einmal mit ihm quatschen. Wir müssen sagen, Bruder, wir wollen dich verkloppen. Und dann dürfen wir erst. Waren zwar schon die Paktfähigkeiten draußen, aber jetzt geht's erst los. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Props an Aurora, eiskalt durchgezogen. So und nicht anders wollen wir das hier haben. Finde ich klasse. Finde ich klasse, finde ich klasse. Okay. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt auch richtig läuft. Hast du das Geschenk gestern noch bekommen? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Habe mich schon gefragt, was da oben rumtänzelt. Was da oben im Launcher so explodiert. Und dann dachte ich, ah ja. Da ist er. Blitzeschnell. Dankeschön. Vielen Dank. Und da sind drei Reittierchen getroppt. Wunderbar Sonnentänzer für Aurora, für Laderon und für Chariel. Geht's ja dann euch? Die anderen haben 35 Anima bekommen, Leute. Na, das ist ja auch super, oder? Das ist ja auch super, hör mal. Da können wir nicht meckern. Besser als Denatrios World First. War mehr angespannt gerade, aber noch mehr happy. Ja, ist seltsam. Auch bei unseren Community Raids haben einige, wie auch ich, zum Teil mehr mitgefiebert. Als bei anderen Geschichten. Ist seltsam, wie das hören zu spielen. Geht's ja dann euch. Sehr schön gemacht. Ja, haben wir denn noch Adresse? Ja, Maveritt reitet schon wieder vor. Wunderbar. Wir folgen dem X. Wir haben noch die ein oder andere kleine Überraschung parat. Das ist schön. Dann sind wir natürlich auch darauf aus. Meine bekommen immer die Sehnen und Reste, wenn ich Hühnerbrust fertig mache zum Essen. Aber gegen Leber, egal ob frisch oder getrocknet, oder kleine Hühnerherzen, die finden die super. Nur das Geknatsche und Knacken beim Kauen ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, da kennen die nichts, ne? Keilerlei Tischmanieren. Flipp ich aus. Meiner hat immer mit lautem Miauen angekündigt, wenn sie auf die Katzentoilette gegangen ist. Und dann hat sie versucht, sich nach China durchzubuddeln. Kenn ich auch. Manchmal frage ich mich, ob ich einen Huhn habe, wenn ich das in der Toilette so höre. Danach Maldraxxus. Können wir machen, ja. Also ich würde dann gern ein kleines Päuschen machen. Und dann könnten wir gern bei Maldraxxus das Ganze noch anschauen. Müssen natürlich gucken, wie es dann zeitlich aussieht. Wir sind jetzt schon auch an unseren zwei Stunden dran. Da müssen wir dann gucken, ob wir eine halbe Runde drehen. Oder das dann irgendwo pausieren in der Mitte. Oder, oder, oder. Das kannst du dann vielleicht je nachdem besser einschätzen. Aber da müssen wir auch ein bisschen auf den Tacho schauen. Katzen, die von selbst aufs Menschenklo gehen, machen nicht das Licht an, wenn sie ihr Geschäft verrichten. Sicher? Ich rede aus Erfahrung. Oh. Hab mich bei der Katze von meiner Ex fast auf sie draufgesetzt. Wie unangenehm. Oh Mann. Es sind noch drei hier in Bastion. Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal ein Lichtblick, was die Bastion angeht. Und dann haben wir hier doch, ja, bisher zumindest. Ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen, weil wer weiß, wie es bei den nächsten aussieht. Aber an sich in der Bastion haben wir hier doch dann schon mal eine sehr schöne Runde drehen können. Und dann gucken wir mal, je nachdem, wie lange die dauern, ja, ob wir danach mal Draxos noch dranhängen oder ob wir sagen, wir planen das für Dienstwerk immer ein, so eine Runde. Und machen dann nach und nach quasi Zone für Zone. Sprich dann nächstes Dienstwerk mal Draxos und danach dann Ardenwald oder so irgendwie. In dem Dreh, ne, können wir ja mal schauen. Darf ich fragen, wie oft ihr das Mount sammelt? Ich würde gerne auch mal dabei sein. Wir haben jetzt nicht so den mega festen Plan, aber schon regelmäßig. Also gerade Dienstags nutzen wir, um Open World Events zum Beispiel zu machen. Häufig auch Mittwoch, seltener das Wochenende, weil da super viel eben einfach los ist, ja. Und darum ist der Dienstag eigentlich immer so der Tag, wo wir ganz viel Open World Gelüten machen. Und so gut wie, ja, möglichst alles eben mitnehmen. Sei es irgendwie das Mischen in Maldraxos für Erfolge, Pets und Mounds. Oder sei es hier in der Bastion mit den Glocken oder mit dem Sonnentänzer oder sonst was wie viele Tierchen. Da ist eigentlich so ein bis zweimal in der Woche immer mal das verschiedenste Gelöt dabei. Wie sieht der Plan für morgen aus? Ulja NHC ohne Gahun. HC hinterher, wenn die Zeit reicht. Ja, also ich würde auf jeden Fall mit NHC gerne anfangen. Und da müssen wir gucken, wie sich das spielt, wie es auch skaliert ist, ja. Wie sehr wir ins Maul bekommen, ob wir eine richtige Gruppe auch bauen müssen mit Hengst und so und so wie Highland. Oder ob wir doch überwiegend durchfliegen. Ob wir vielleicht Leute dabei haben, die Gahun sogar spielen können oder mal probieren wollen oder so, ne. Das hängt von mehreren Faktoren ab. Aber wir werden erstmal bei Normal reinschauen und uns so erstmal einen Überblick verschaffen, ne. Ja, erstmal einen Überblick verschaffen. Ist der Schneesturm auch dabei gewesen? Ja, es war alles an super schönen und wichtigen Inhalten. War auf jeden Fall dabei. Ich glaube, was jetzt gefehlt hat, war irgendein Skin für Diablo und 30 Tage Spielzeit, ne. Aber das ist ja, ist ja jetzt nicht das Essentielle dieser Pakete. Also alles, was schön war und worüber ich mich gefreut habe, war drin. Vielen Dank nochmal. Meine ganz alte Katze hat meine Mutter mal zu Tode erschreckt. Mutti nachts auf die Toilette, aber auf einmal hört sie was scharren und aus dem Waschbecken gucken zwei Ohren raus. Die hat so gern im Waschbecken geschlafen und der Kater wollte immer mit in die Badewanne steigen. Da hieß es, wer ist schneller? Oha, oha. Und dann durfte man schon noch den Abfluss reinigen, ne. So viele Haare. Der Katze erstmal so ein Netz auf. Wilde Nummer. Ja, also bei den Rares, wo wir gerade noch vorbeigeguckt haben, ne. Das war so ein Larion oben auf dem Hügel, den man da beschwören kann und so. Die hatten jetzt auch keine Lust daran. Dann bin ich leider auch schuld, weil ich eben meinte, wir hatten sehr viel Glück und alle waren ab, ne. So viel dazu. Da waren irgendwelche Wüsten-Farmer-Mäuse schon unterwegs und haben sich die mal eben weggesnackt. Aber, naja, wir haben trotzdem ganz gute Ausbeute gehabt. Vor allem auch was das Schwert angeht, ne. Schild und Schwert zum Beispiel. Das lief auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und hier ist irgendein Event. Hier ist irgendeine Markierung. Das könnte wichtig sein, oder? Ja, hier mounten die ersten ab, klicken hier den Riss an. Mal schauen, was da jetzt rauskommt. Aus Rissen kommen immer sehr, sehr lustige Sachen. Das war gestern generell sehr mystisch, als dieses Blizzard-Paket online kam. Weil das war mitten im Raid bei uns. Und dann war totale Aufregung, ja. Die ganzen Leute sind wüst durcheinander gebrabbelt, gesprungen und was weiß ich nicht alles. Und, ja, dann hat sich das hier eine Hälfte gleich gekauft. Die andere war mad. Und dann habe ich es abends gleich noch von Raymond geschenkt bekommen. Und war sehr schön zu beobachten, wie sich so die Panik verbreitet hat. Und es plötzlich gar nicht mehr um den Raid ging, ne. Sondern, oh, Inhalte, BlizzCon, Infos. Kaputt, Niete. Wie? Da kann auch nichts drin sein? The fuck? Okay. Okay, ja. Also, es gibt hier anscheinend einen Riss. Bei 39, 45. Und da kann nichts drin sein? Okay. Ja, trotzdem, sehr coole Runde gewesen. Auch wenn die letzten drei jetzt nicht ganz so funktioniert haben, wie wir das wollten. Vielen, vielen Dank an Maveritt, an Mr. M, unseren Gönner und Reiseführer hier heute. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Und vielen, vielen Dank auch an alle, die sonst die kleine Zusatzaufgaben hier ausgeführt haben. Fürs Beschwören, fürs Grinden, Zusammenziehen, Killen, Looten und Leveln, was auch immer. Sehr coole Runde gewesen. Sind Bastionen durch? Empfehle dir für Maldraxxus Nekro. Okay. Dann fangen wir gleich bei Maldraxxus auf jeden Fall mal noch an. Und gucken, wie sauber wir da durchkommen oder eben auch nicht. Ja, und dann machen wir das. Vorher machen wir aber ein ganz kleines Päuschen, weil ich muss auf jeden Fall was zu trinken holen. Und ein dickes Dankeschön nochmal an alle, die hier mit reingegrätscht sind. Ich suche nur gerade meinen Ruhestein. Ist ja auch ein bisschen animer bei rumgekommen. Also wer noch nie aktiv gefarmt hat, der hat jetzt über die Rares und so zumindest ein bisschen was bekommen. Das ist ja ein Anfang. Guter Stopp. War er. Ich habe mir einen neuen Char erstellt. Und bei dem kann ich wieder mit Shift auf ein Item gehen und es mit dem aktuell ausgerüsteten Vergleichen noch Steuerung linksklick drauf machen, um es in der Vorschau anzusehen. Weißt du vielleicht, wo man das einstellen kann, an was es liegen kann? Ach so, du kannst es nicht. Weder. Ah, okay. Ich habe wieder gelesen, aber es war weder. Klingt für mich erstmal nach einem Add-on-Fehler. Habe ich immer, wenn bei meinen größeren Paketen, wie Taschen-Add-ons dann logischerweise, oder Chat-Add-ons, oder auch sowas wie ZPerl oder ElfUI, irgendein Update ansteht. Und tatsächlich war es auch gestern so, dass nachdem dieses Update für den Shop kam mit den Mount-Paketen, mein Interface gar nicht mehr klarkam. Ich konnte teilweise gar nichts klicken. Im Chat stand XY hat den und den Erfolg errungen, aber der Erfolg stand nicht da und so. Das war super seltsam. Also vielleicht die Add-ons nochmal checken, deine Pakete, ob irgendein Update ansteht. Ansonsten, genau wie das gerade geschrieben wurde, mal beim Chat-Fenster. Wenn es sich nur im Chat so verhält, ja, dann unter Einstellungen vielleicht mal schauen, ob du irgendwie was findest. Ja, was anklicken, was Vorschau-Optionen und so weiter angeht. Aber bei mir, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es hängt häufig auch mit irgendwelchen Add-on-Updates zusammen, weil dann diese ganzen Geschichten gar nicht mehr hinhauen. Vielleicht liegt es einfach daran und du hast da was Kleines übersehen oder so. Gut, Freunde, wir machen dann gleich weiter in Maldraxxus. Empfohlen dafür ist ein Char bei den Necrolords, weil wir natürlich auch wieder Sachen machen werden. Ja, Animaleiter, Gesotche und so, wo dann auch wirklich nur was für die Necrolords droppen kann. Ja, und deswegen kommt da gerne mit euren Twings und entsprechenden Chars mit. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. Vielen Dank für eine sehr schöne erste Hälfte. Und dann würde ich sagen, bis gleich in Maldraxxus. Yeah! Freunde, da sind wir wieder, willkommen zurück in der Char-Auswahl. Yeah! Kann man in Maldraxxus auch mit einem Char mitkommen, der noch nicht 60 ist? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, da müsst ihr dann wissen, was sinniger ist. Ob ihr mit eurem Main-Char in dem Fall mitkommt, der dann vielleicht nicht bei den Necrolords ist, weil sie auf ein bisschen Loot verzichten kann, aber vielleicht generell mehr mit den Drops anzufangen weiß. Wenn irgendwelche hochskalierten Sachen kommen oder Anima, was man sammelt oder so, oder wenn ihr eben dann sagt, nö, ich will vor allem das T-Mock, ich will die Necro-Drops oder so, dann kann der Twink natürlich sinniger sein. Aber generell haben wir da jetzt keine Level-Beschränkung, haben auch keine Mobs, die jetzt irgendwie so schwer sein sollten, dass wir da unbedingt die besten 60er mit GS-200 brauchen. Da könnt ihr auch mit den Lowbirds mitkommen. Würde ich auf jeden Fall auch so machen. Für das Mock. Für die Gang und so. Gut, Leute, ihr kennt das Spiel. Kriegsmodus aus ist übrigens ganz wichtig, dass ihr das beachtet. Und dann ist die Gruppe gleich wieder serverübergreifend auf der Hortenseite für euch offen. Könnte Gruppe Lull sein. Und dann sammeln wir uns wieder um unseren Reiseführer herum. Ihr könnt gern wieder eure Luftballons je nach Wahl rausholen. Und dann zieht die Reisegruppe wieder munter durch die Gegend. So, organisiert, benutzerdefiniert. L-O-H-L. Gruppe Lull. Geil. Sibero Geld is da. Das ist auch geil. Zwei Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Wo habe ich denn meinen Luftballon eigentlich? Habe ich denn noch gebeindet? Ne, ne? Habe ich nicht. Warte, bevor ich hier, bevor ich hier alle annehme, muss ich erstmal selber meinen Luftballon rausholen. Finden Sie übrigens sehr geil, dass all diese Luftballons, oder fast alle, die Vornamen meiner damals besten Freunde haben mit Stinkt dahinter. Geil, oder? Weil wir die Pads, die wir dann hatten, immer so flamend benannt haben. So Ben Stinkt oder Ben Kann Nichts oder whatever. Lull. Good old times. Ich lade ein und dann werden wir uns treffen. Möglichst nicht zwischen den Augen, sondern in Maldraxxus Kriegsmodus bitte aus. Ich sage das nochmal aus Erfahrung dazu. Und dann versuche ich hier möglichst schnell die Einladungen durchzuhämmern, bevor uns das Tool abraucht. Ja, geschafft. Sehr schön. Das passiert ja doch auch mal ganz gern. Treffenhaus der Seuchen. Mischen zuerst. Du brauchst den Umhang noch. Das stimmt. Freunde. Dann wollen wir ein bisschen mischen. Sehr schön. Haben wir das auch gleich noch mit eingeplant. Beim Mischen machen wir, ja alle nicht vermutlich, ne? Sondern die beiden Großen, unseren lila Blub und den Umhang-Kollegen würde ich sagen. Es sei denn, du hast das anders eingeplant. Dann können wir das natürlich auch nochmal ein bisschen eskalativer machen. Und dazu müssen wir hier unten hin zur Seuchenwacht. Und dort werden wir auch noch die ein oder andere Mountchance-Kredenzen für sehr, sehr schöne Tierchen. Beiden Großen, lila und schwarz. Alles klar. Die gucken wir uns an. Ich würde morgen gerne bei dem Raid dabei sein wollen. Gibt es irgendwelche Mindestanforderungen? Naja, also wir gehen ja alte Raids in dem Fall. Nur um es mal allgemein gleich zu sagen. Unser Community Raid, der ist immer am Sonntag ab jetzt. Also erstmal eine ganze Weile. Macht nämlich eine Menge Spaß. Und war ganz cool. Da gehen wir in den aktuellen Content von Shadowlands. Da gibt es dann entsprechende kleinere Voraussetzungen. Wie ein bisschen GS mitbringen und so weiter. Aber wenn wir T-Mog machen. Dann, vor allem jetzt in eine BFA. Und vor allem jetzt am Anfang, wo wir es erstmal testen wollen. Ja, gucken wollen, wie ist es skaliert. Wie können wir die Bosse spielen. Was müssen wir alles beachten. Da ist eigentlich vor allem Anwesenheit wichtig. Und da wird es jetzt nicht sonderlich große Extra-Beschränkungen oder so geben. Wir holen natürlich erstmal alle ran. Wenn wir Hexter dabei haben, dann können wir sehr, sehr gern auch Porten. Gerne Steinchen stellen. Gerne auch ein bisschen abseits hier vom Hauptgeschehen. Damit wir uns da nicht kreuz und quer verwuseln. Und dann porten wir erstmal alle ran. Wir sind die Raid-Zeiten beim Community-Rail. Bei dem On-Stream Sonntag 16 bis 19 Uhr ungefähr. Ganz auf entspannt. Habe gerade alles nochmal probiert. Chat auf interaktiv gesetzt. Sämtliche Add-Ons aktualisiert. Nichts gebracht. Auch mit deaktivierten Add-Ons geht es nicht. Selbst ohne Add-Ons geht es nicht. Da bin ich mit meinem Latein tatsächlich auch am Ende. Vielleicht haben wir wen hier, der das Problem in diesem Rahmen noch kennt. Ansonsten fühle ich gerne auch frei, bei uns im Discord irgendwie mal zu fragen. Oder in der Battle.net Community da mal nachzuschauen. Und ja, ich habe leider auch keine weiteren Ideen, was das angeht. Mit NAC, ja, auf ganz entspannt. Geht vor allem auch darum, Leute mitzunehmen, das zu zeigen, die das gar nicht kennen. Die sonst keine Chance haben, irgendwie in Raids reinzukommen. Ja, wir haben jetzt beim allerersten Raid überhaupt, haben wir sonst ja auch nie gemacht. War ja eigentlich immer nur T-Mock und Co. Haben wir es geschafft, dass nur die letzten vier noch standen. Sogar den Konstrukteur irgendwie zweiter Try ganz, ganz sauber gespielt. War cool und soll so ganz entspanntes Rumgezocke werden. Und im idealsten Fall schaffen wir es dann irgendwann, im Rahmen der Zeit wirklich sauber durchzukommen. Sogar den Endboss zu legen. Das wäre so ein bisschen der Dream. Aber selbst wenn nicht, ist es einfach mal eine entspannte bis super spannende aktuellere Runde, die wir dann einmal die Woche drehen. Ich sehe eines Tages auf einer BlizzCon, jeder hat einen Luftballon dabei mit einem Frosch drauf. Diese andere Merch-Idee, ne? Brauche ein Raid, wo ich nicht die Gilde switchen muss. Ja, also du bist natürlich wie jeder, der Bock hat, herzlich eingeladen. Aber wird halt auch nicht so Progress-geil sein, ne? Kann halt sein, dass wir mal eine Woche haben, wo zwei Bosse liegen. Kann sein, dass wir mal eine Woche haben, wo dann alle Bosse liegen und so, ne? Und wer Bock hat auf diese bunte Runde, der kann natürlich super gerne mitkommen. Oh, und hier wurde schon gemischt. Sind denn schon alle da? Ne, ne? Freunde, dann bitte, bevor ihr draufhaut, erstmal mitporten. Weil wenn wir es schaffen, dass alle da sind, bevor der violette Fehler tot ist, müssen wir ihn nicht nochmal beschwören. Sollte er jetzt aber sterben, weil alle mit KR und HCDs raufroffeln, bevor alle da sind, dann müssen wir es nochmal machen. Deswegen lieber nochmal schnell mitporten. Weil schnell einen Finger am HCD haben und dann alle ranholen, bevor das Tierchen down ist. Das ist der fürs Mount, genau. Das ist der erste quasi, den wir jetzt hier mixen wollten, der sich jetzt schon ergeben hat. Ich weiß nicht genau warum, vermutlich war irgendeine andere, eine Random-Gruppe, die ebenfalls gerade drauf und dran war, den mit zu beschaffen. Und es sind alle da, super. Dann schnell alle draufhauen, sehr, sehr schön, super fix reagiert. Und dann haben wir schon mal einen weniger. Dann brauchen wir gleich nur noch den schwarzen Mob, der den Umhang droppen kann. Dann drücke ich euch jetzt erstmal die Daumen für das Mount, was der droppen kann, der Kollege. Und dann kommen wir zum zweiten Mob. Tadak, sechsten Monate. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Violetter Fehler hatte ich damals das Glück, bei einer Random-Gruppe am Start zu sein. Und darum brauche ich es glücklicherweise nicht mehr. Aber darum wird er jetzt bestimmt tausendfach für alle anderen droppen. Let's go. Zeig mal her den Loot. Ich sehe gar keinen Loot. Sag mal, jetzt backt mein Chat auch rum, oder was? Ich sehe gar nichts. Haha, what the fuck? Aber zumindest die anderen haben was gesehen. GZ wird geschrieben. Da waren anscheinend einige dabei. Okay. Dann Glückwunsch. Ich habe gar nichts gesehen. So viel zu Chatproblemen. Scheiße gelaufen. Okay, Freunde. Wir wollen jetzt noch einen zweiten Mob mischen. Und das ist einer, der sich tatsächlich ein bisschen anders zusammensetzt. Und dafür brauchen wir von jeder Farbe 10. Ist einer gedroppt. Das ist super. War ein Mount dabei. Bin jetzt auf dem Char, wo ich das Mischverhältnis leider nicht sehe, weil ich die Daily hier nicht gemacht habe. Das heißt, ihr müsst das diesmal ganz alleine managen. Wir brauchen also 10 Farben. 10 mal Rot, 10 mal Blau und 10 mal Gelb. Diese Farbtöpfe, die wollen wir uns jetzt hier drüben besorgen. Die droppen nämlich von den gleichfarbigen Mobs. Wenn wir die umhauen, hinterlassen die so einen farbigen Blub. Den können wir aufnehmen und dann hier reinschmeißen. Normalerweise planen wir das sehr ausführlich. Und hier mit mehreren Gruppen. Problem ist jetzt, hier sind viele Randoms dabei, die einfach im Rahmen ihrer Dailies und Co. mischen oder mit einer anderen Gruppe. Deswegen, wir werden mal gucken, dass ich auch so eine Startquest hier machen kann, dass ich es auch sehe. Muss ich mal gucken, ob ich hier gleich eine finde. Deswegen machen wir das ohne große Aufstellung. Wenn ihr die Farben habt, dann stellt euch gern hier in die Nähe. Guckt euch an, wie viel noch fehlt. Bedenkt auch, dass hier Randoms dabei sind. Und dann versuchen wir, zehnmal Rot, zehnmal Blau und zehnmal Gelb. Wenn eine von den Farben schon irgendwie bei sieben oder bei acht ist oder so, dann erstmal stopp, weil wir wissen nicht, was die Randoms da reinwerfen. Erstmal schön vorbereiten. Und dass wir dann quasi auf die volle Punktzahl kommen. Denn wenn dieser Schamanen-Kollege nicht zu uns gehört und ihr jetzt noch ein paar Mal Rot reinwerft, ihr das aber schon voll gemacht habt, dann ist es vorbei. Und dann können wir es quasi nochmal komplett von vorne machen. Dementsprechend müssen wir es jetzt neu starten. So alles reinwerfen. Dann konnte es aber jeder nochmal sehen. Auch der, der es nicht kennt. Wir haben hier jetzt leider den ein oder anderen Random-Spieler, die wir auch nicht irgendwie ankacken oder jetzt beeinflussen wollen. Mit denen arbeiten wir einfach zusammen. Müssen dann aber noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen gezielt darauf achten, was wir hier auch gerade machen. Denn wir müssen die quasi bei jedem unserer Schritte mit einberechnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne feste Reihe. Heute willst du es aber wissen. Ja, ich glaube, es ist wirklich besser, weil eben war halt der violette Fehler da. Und eigentlich kommt er nicht random. Das ist eigentlich des Zufalls etwas zu viel. Deswegen gehe ich davon aus, dass einige hier bunterweise mitmischen und wir das dann nur ausgeglichen haben. Und sollte das jetzt gar nicht laufen, dann können wir es natürlich auch nochmal ein bisschen umstellen. Ja, aber genau aus diesem Grund erst mal warten. Ja, erst mal sammeln. Erst mal warten und dann rein damit. So, würde echt gerne mal mitmachen. Aber lieber höre ich mit WoW auf, als dass ich mit der Horde anfange. Ja, muss man immer wissen, in welche Seite des Abwildsmannis beißen möchte. Das ist wohl wahr. Vor allem, ich war gerade zu blöd, auch die Quest zu finden. Keine Ahnung. Ich will mir das nur mal angucken, ob ich jetzt auch wirklich nicht die Möglichkeit habe, irgendwo selber Farbe aufzunehmen, wenn ich die vorausgesetzte Quest nicht gemacht habe. Das ist sonst natürlich immer ein bisschen einfacher. Wenn ich auch die Übersichten sehe, da ist alles safe. Aber in dem Fall ja nicht. Möchtest du den hier gerade umhauen? Jo, dann gehe ich da zumindest mit ran. Man muss eine Vorquest machen. Ja, die habe ich eben nicht gefunden. Das ist seltsam. Auf dem Main habe ich das alles fertig. Mit dem bin ich ja normalerweise auch dabei. Aber hier geht es tatsächlich nicht. Gut, konnte ich das auch mal sehen. Sonst konnte ich davon ja immer nur erzählen. Jetzt konnte ich selber auch mal sehen, dass das dann nicht geht. Das hast du auch probiert. Frech nenne ich das. Frech, frech. Ah, und im Raid würde die ja eh nicht gehen. Du hast völlig recht. Selbst wenn ich sie finde, selbst dann würde sie ja nicht funktionieren. Du hast völlig recht. Die beim Flugpunkt ist das. Da muss ich wirklich hier auch erst das mit dem Quatschen und so machen. Okay. Ja gut, mal sehen. Vielleicht mache ich die zumindest mit meinem Necrolord mal demnächst noch. Ansonsten wird es vielleicht ein bisschen zu chaotisch. Jetzt geht Sammeln, aber keiner reinwerfen. Ich gucke mir das Spektakel mal an. Wie gesagt, vorne immer schön mit der Ruhe ganz in langsamem Tempo. Ohne, 10, 10, 10 brauchen wir. Da darf nichts groß eskalieren. Kitojo, Hallöchen. Grüße. Bei Chatproblemen, Blizzardproblemen, einfach rechtsklick unter Chat-Einstellungen, Chat wieder auf Standard stellen. Dann geht es wieder. Tipp auch für den einen, der Probleme hat. Alles klar. Dankeschön. Dann können wir da zumindest über die guten alten Standardoptionen. Ein bisschen was regeln. Sollte es denn dann gar nicht gehen. Hatte, wie gesagt, seit diesem Shop-Update, seit dem Launcher-Update von gestern auch ganz seltsame Probleme, die einfach komischer Natur waren. Anders lässt sich das gar nicht sagen. Aber wenn man da dann so ein bisschen resetten kann, dann geht es ja noch so. Freunde, es dürfte ja nicht mehr allzu viel fehlen. Da kommt noch die blaue Gruppe gerade. Mit den Bottichen. Jawollo. Noch ein bisschen mehr blau dazu. Blau ist genug da, wurde auch geschrieben. Zehnmal rot, zehnmal blau und zehnmal gelb wollen wir. Das ist so anders spannend, wenn man halt die Zahlen nicht sieht. Mit dem Decay hat man der wenigste so die Übersicht. Aber jetzt können wir halt auch nur von den Farben ausgehen, die gerade reingeworfen werden, beziehungsweise von der Farbe, die der Kessel so annimmt. Zehnmal gelb, zehnmal blau und zehnmal rot, Freunde, ist das, was wir an der Stelle brauchen. Gelb ist bei mir, bei Tarissa ist auch noch ein gelber Punkt zu finden. Maveridge schreibt im Chat auch immer mal wieder, wie es aussieht. Das ist sehr schön. Das heißt, gelb muss auch noch geholt werden. Da brauchen wir noch ein bisschen. Das ist bei unserer Jägerin. Und dann können wir da attackieren. Sohi, hallöchen. Wir machen heute Mission extrem, Sohi. Ich seh nämlich nichts. Wir müssen uns auf die Güte von Fremden verlassen. Auf die Güte von unseren, oder auf das Timing von unseren random Freunden, die ja auch fleißig mischen. Die ja fleißig unterwegs sind. Und jetzt sind wir schon bei acht, neun und sieben. Könnte auch eine Rap-Crew sein. In dem Fall ist es aber das bevorstehende, oder was heißt bevorstehende, das aktuelle Mischverhältnis. Jawohl. Es geht weiter mit einer Menge gelb. Gelb, stopp. Okay. Das ist aber auch tricky, ne? Ist tricky heute, liebe Leute. Eigentlich machen wir das immer am Dienstag, weil es da am entspanntesten ist. Heute hatten wir ein bisschen Unglück, sowohl bei dem ein oder anderen Bastionsmob, als auch beim Mischchen. Aber das bleibt eben nicht aus. Dazu sind es ja Open-World-Aktivitäten. Dazu ist es eben mal einfacher und mal ein bisschen schwerer. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Ein Blau, ein Rot wird noch geschrieben, Freunde. Zehn, zehn, zehn wollen wir. Da ist der Rote. Da ist der Blaue. Und da ist er. Ey, Leute, super. Großartig. Ich habe ihn bekommen, Mann. Ich stand einfach nur da. Ich seh nichts. Ich bin auch dabei. Sehr, sehr fresh, Leute. Der Kollege kann kein Maun droppen, aber der kann ein Item starten und dieses... Äh, Item starten. Ein Item droppen, welches wiederum eine Quest startet. Und diese Quest belohnt euch am Ende mit so einem tollen Seuchen-Rucksack-T-Morg. Naja, das ist auch ganz, ganz lecker. Kann man definitiv mal mitnehmen. Du siehst nichts, mach die Augen auf. Ah, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, ne? Dass das so einfach sein kann. Großartig. Du Hund. Die Mischmeister wieder am Start. Ja, man kennt sie. Bisschen eine Mischerei. Reintiere gab es ja auch schon. Reintiere gab es allgemein heute schon, das ein oder andere, ne? Oh, dann kann jetzt ruhig mal noch ein Umhang kommen. Die Umhang-Woche ist zwar leider vorbei. Ja, damit müssen wir leben. Aber deswegen muss ja trotzdem weiterhin gegönnt werden. So sieht es aus. Nicht schubsen. Ich habe Schleim im Rucksack. Der kostbare Schleim. Ich habe ja Maldraxxus Let's Play auch ein bisschen vorproduziert und habe mir da auch mal in aller Ruhe diesen Seuchen-Erfinder Maryless angesehen. Mit seinem Schleim, ne? Mit seinem Kevin, seinem Party-Blub und so. Und das ist ja wirklich großartig, wie verrückt und komplett durch dieser Typ ist. Und hatte sehr viel Spaß mit diesen Quests rein, die ich mir ja häufig auch erst in unseren YouTube-Let's Plays dann so richtig zu Gemüte führe und im Detail nochmal durchquatsche und so weiter, ne? Das ist immer ganz schön. Ich habe zwar einen Rücken bekommen, sogar einen Epic, aber das ist der Falsche, Leute. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, aber das ist in diesem Fall nicht der Richtige. So, so sad. So, wir machen an der Stelle nur mal einen Reload für die Lulz. Ich weiß nicht, dass hier jetzt noch irgendwas im Argen lag, ja, durch die ganze Anzeige-Nicht-Anzeige-Geschichte. Und dann können wir auch gleich schon weiter. Yeah, Fredon, was geht? Wir machen heute schöne, schöne Rare-Runden in den Zonen und das war mal ein langer Loading-Screen. Holy fuck, da musste ich aber gerade einiges einbiegeln, hör mal. Frechheit. Ich würde ihn nehmen, 15% Verbesserung. Ich kann ihn leider nicht traden. Wenn ich den handeln könnte, Freunde, ich würde euch sofort ein Haus aus diesen Umhängen wie auch eins aus Schweinskopf-Sülze bauen, aber ich kann leider nicht. So sad. Gut, mein Luftballon ist auch weg. Das ärgert mich am meisten, oder ist das meiner? Da waren gerade so viele wieder, ne? Er ist noch da. Sehr gut. Panikattacke, der Umhang ist weg. So traurig. Dann gehen wir erstmal rüber zu diesem dicken Kollegen, der, meine ich, ein Haustier droppen konnte. Und darum werden wir den umhauen, liebe Leute, wenn ihr Range-Tedis seid, dann versucht auch die Max-Range zu halten, denn der Nebel um das Vieh drumherum, der verlangsamt euch. Unglaublich. Insofern versucht da draußen zu bleiben. Ja, ihr seht das hier, alles ist da geslowt. Die Meelis müssen kotzen, aber ihr könnt versuchen, euch diesem lustigen Verlangsamungseffekt zu entziehen. Habt da ein Auge drauf. Jetzt hat sich der Gelbe mit dem blauen Schleim vermischt. Jetzt krabbeln kleine Rares aus meinem Rucksack, na toll, und wollen alles töten, alles verschlingen. Aber droppen wir auch einen Maun, ne? Wenn du dann eine Schaufel in der Nähe hast und haust du mal drauf, gut gelautes Splorch, dann kann das geil werden. Domi, Hallöchen. Grüße, Grüße, es ist schon wieder dunkel auch, ne? Crazy, muss eigentlich mal meine Vorhänge gleich zumachen, wenn wir den Down haben. Sonst spicken wieder die Nachbarn am Fenster und gönnen den View nicht. Oh, was ist das? Eine Tasche? Einzigartig, von Sammlern sehr geschätzt. Handwerksmaterial. Ah, für die Monstrositäten-Flickerei. Die muss ich immer sehr konzentriert aussprechen. Wenn ich da einmal das L vergesse, dann ist Ende, Leute. Dann war es das einfach. So, die Mama eben. Zack, Vorhänge zu dir. Sonst ist mir das zu dunkel draußen, wisst ihr? Ist gruselig. Guckst du irgendwie raus und dann steht der Slenderman im Vorgarten und guckt irgendwie den Stream. Ey, das ist ja auch unangenehm. Sage ich euch, wie es ist. Gnolde, fühlt man sich eigentlich immer so leer, wenn DFB-Pokal ist und seine Mannschaft schon raus ist? Oh, oh, oh. Freunde, Fußballthema. Fußballthema. Da verfolge ich immer nur tatsächlich das ein oder andere Gespräch auf Twitter. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ja, aber sobald Gnolde und Kloa sich mehrmals antworten, kann es auch als Nicht-Fußballkenner sehr unterhaltsam sein. Und da bin ich dann manchmal auch am Scrollen, am Lesen. Das läuft. Dachte bei dir gucken nur die Omis rein. Nicht nett von dir, die Slenderman zu nennen. Ja, wer weiß. Vielleicht verteilen die auch irgendwelche seltsamen Zeichnungen im Wald und stehen dann plötzlich hinter dir. Habe ich noch nicht getestet. Will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Die Klinge. Hi. Die Nachbarn denken doch eh schon, dass du komisch bist. Redet mit sich selbst und ist nur zu Hause. Hat er keine Arbeit. Ja, das denken die mit Sicherheit. Das stimmt. Aber das ist ja auch ein bisschen gruselig, wie ich hier sitze, immer mit mir selber rede und dann auf einmal lache und so weiter. Da trauen die sich auch nicht, was zu sagen, weißt du. Die werden nicht klingeln und dann, ja, was ist eigentlich mit ihnen? Die haben dann Schiss, dass ich gleich die Kettensäge hole, weißt du, und dann Attacke. Insofern bin ich erstmal safe. Es ist gut. Erstmal safe. Okay. Das hat auch gut gepasst. Das wurde hier geschrieben. Einmal abgelenkt. Hilfe. Pass. Oh nein. Hatten wir doch das letzte Mal auch. Als wir alle gemischt haben. Es gibt ja ganz, ganz viele Misch-Rares, die man da beschwören kann. Da haben wir in einem der letzten Streams ja alle mal durchgezogen für den Erfolg. Und da mussten wir einen auch wirklich drei, vier Mal machen oder so. Weil immer einer das Ganze verpentert. War auch schön. Ach man. Den Adrix. Hallöchen. Honky high. Ja, hier müssen wir die Eier einfach zerstören. Und dann kommt die Mutti runter. Dann können wir die auch umholzen. Da habe ich mich auch am Anfang gefragt, wie soll man ihn runterkriegen? Ja. Wie soll man so, wie wenn man Viagra eingeworfen hat. Wie soll ich den jemals runterkriegen, Junge? Und man musste tatsächlich nur die Eier kaputt machen. Auch das ist irgendwie eine seltsame Überschneidung bei diesem Vergleich. Aber dann kommt der Rare runter. Kann man sich zum Beispiel auch merken. Wir wissen, Rares zählen. Hatten wir vorhin bei der Bastion das prominente Beispiel. Auch in diese Verteidigzone XY Dailies mit rein. Ja. Und hauen wir den gerade echt um? Ja, warum nicht? Einfach mal für die Lulz. Und da kann man dann, wenn man so einen auf der Karte sieht, auch mal schnell hin. Nest kaputt hauen, unboxen. Zack, 20% für die Daily. Ja. Kann man machen. Durotan. Hallöchen. Grüße dich. Grüße dich. Und ich komme wieder und verstehe, wie wir alle geduscht haben. Oh, das ist auch toll. Ja, Körperpflege muss auch sein. Einmal im Jahr. Ja. Aber muss sein. Kraft dreht sich zum Fenster. Slenderman steht am Fenster. Kraft erschreckt sich kurz, aber lacht dann. Ach, Slendy, du bist. Du hast mich aber erschrocken, ne? Und Slenderman, Kraft, alte Socke. Wollte mal schauen, wie es hier geht. Wir sind einfach Bros in Snoopers Geschichte. Finde ich gut. Gleich viel weniger. Weniger eklig, gruselig, ne? Habe ich ja letztens auch mal gesagt, so schön. Wie geil wäre es, wenn Spinnen einfach niedlich wären oder wirklich so große Knopfaugen hätten oder richtig cooler Augen, ja? Wie diese Googly Eyes, kennt ihr die? Die man so dran pinnen, dran kleben kann und dann wackeln die so hin und her. Und dann kannst du ja einfach, weiß ich nicht, so mit einem High Five begrüßen. Ey, cool, dass du da bist und die Mücken frisst. Aber nein, Spinnen müssen sich benehmen wie die letzten Assis. Und wenn du sie fangen und rausschmeißen willst, irgendwie hinterm Schrank verschwinden, so, dass du drei Tage nicht schlafen kannst und das Haus niederbrennen musst und so. Nee, was soll das eigentlich, ey? Die Natur, die verarscht uns auch häufig einfach. Wie geil wäre es, wenn Spinnen cool wären? Ich weiß, einige finden Spinnen cool und schön, aber die meisten ja nun nicht. Zumindest nicht in meinem Umfeld. Und wenn du die einfach begrüßt und dich freust, ja, und die verpissen sich nicht in dunkle Ecken und krabbeln dir in die Nase, wenn du schläfst und alles solche Horror-Stories. Gut, so schlimm ist es in der Regel ja auch nicht, aber das wäre toll, ey. Bin ich so großer Freund von der Vorstellung, ja, ob es Slenderman oder Spinnen oder beide. Ey, gerne wieder, ja. Gerne immer und immer wieder einfach. Kannst du meinen Dicker Andalia mal aus der Gruppe schmeißen? Ich habe zu viele Verbindungsprobleme gerade. Ähm, Andalia. Wenn ich dich finde, dann kann ich das auf jeden Fall tun. Dann danke fürs Bescheid sagen. Kann meinen Platz gerne haben. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du die Verbindungsprobleme zeitnah in den Griff bekommst. Und dann trotzdem danke fürs Mitkommen. Wenn jemand in der Nähe ist, in Maldraxxus oder so mitlaufen möchte, ähm, dann kann er sich gerne auch nochmal anmelden. Oder wir können dann auch porten vom nächsten Rehane. Ist ja Jacke wie Hose, organisiert, benutzerdefiniert. Gruppe, lol, ihr kennt das Spiel. Und dann geht das weiter. Geht's ready? Da gab es wieder Umhänge bei Blubberblut. Sehr schön. Der kann diesen goldenen Umhang droppen. Ich möchte ihn euch kurz zeigen. Den hier. Diesen Rucksack kann Blubberblut droppen. Wer sich da also mal gewundert hat, warum es da auch immer Gruppen im Tool und so weiter gibt, der kann dieses Ding direkt fallen lassen. Und das ist natürlich auch eine geile Geschichte, ja. Gerade an einem verlassenen Magier oder so, an einem Hexenmeister. Schon sehr, sehr cool. Durotan gleich am Start. Sehr schön, Freunde. Dann vom nächsten Pull, vom nächsten Event. Bitte einmal Hexersteinchen. Oh, der ist mein Ding. Und sollte er nicht schon irgendwie sowieso hier in der Nähe sein. Domrat, 17 Monate. Vielen Dank. Tion, hi. Habt gehört, ihr braucht noch Anima Leiter Stufe 3. Können wir auch gerne machen. Aber dann am liebsten zum Ende hin. Weil sonst laufen wir jetzt eventuell so kreuz und quer, dass wir dann die komplette Ultrastrecke hinter uns gebracht haben. Dann können wir das gerne am Ende nochmal machen und uns da sammeln und die gute Sabriel nochmal aus dem Leben boxen. Sehr gern. Maurice, hi. Ich mag auch keine Spinnen, aber das PvP-Mount ist schon nice. Ja, solche Spinnen, die dann wieder so groß und cool aussehen. Naja, dass sie halt einfach groß und cool aussehen. Das ist dann nochmal was anderes. Ich kann auch tatsächlich eher etwas anfangen mit so Vogelspinnen, die dann so metallig-blau-glitzern leuchten. Wie auch immer, als jetzt mit so einer fetten schwarzen Hauswinkelspinne oder so. Nee, dann lieber die beharrten, hübschfarbigen so, wisst ihr was ich meine? So blau und gelb und so. Das ist dann besser für mich, oder auch jeder anders sehen, aber für mich ist das schon mal besser. Plüschig, weißt du? Als irgendwie so die räudigen, dicken schwarzen Spinnen im Keller. Mein Interwebs ist im Moment auch wieder richtig am Start. Ja, ich denke mal bei vielen glühen momentan wieder die Leitungen. Durch diese ganze Homeoffice, Homeschooling und deine Homemutter und so weiter, Auslastung. Also da wird vieles ziemlich eskalieren. Da bin ich ja froh, dass ich da vorher noch meinen neuen Router bekommen habe. Deswegen habe ich da vielleicht einen kleinen Vorteil, glücklicherweise. Gegen Spinnen helfen die automatischen Staubsaugroboter. Die fahren dann die ganze Nacht durch die Wohnung. Das ist dann für die so eine Art Parcours, ne? So Hardcore-Survival-Mode, Junge. Erstmal Runde H1Z1, Runde ARC spielen, denken sie sich und dann raus gegen den Staubsauger, weißt du. Craft mag die beharrten. Ich distanziere mich. Frechheit. Was ich mir anhören muss, Freunde? Ich glaube es ja nicht. Goodie. Wir haben die nekrotische Anomalie, der kann ebenfalls einen Umhang droppen. In dem Fall so einen Kristall, den ihr dann auf eurem Rücken tragt. Wenn ihr da dann ganz leise seid und an diesen Kristall mit dem Ohr rangeht, dann fragt ihr immer, darf der das? Ha! Was haben wir tränen gelacht? Ne, das ist so ein Maldrazit-Kristall. Also so diese Dinger, die im Grunde auch hier rumstehen. Die habt ihr dann in kleinerer Version auf dem Rücken. Und kann ganz cool sein. Je nach Kombination, je nach Set, ne? Das läuft. Lieber die beharrten Giftigen als die ungefährlichen zu Hause. Ja, das Risiko. Es gehört dazu. Ja, nix. Hallöle. Haben so einen Mini-Staubsaugerteil. Die fahren entweder rum und sind nach fünf Minuten voll oder bleiben an der Teppichkante hängen und weinen. Ja, da muss man mittlerweile bestimmt auch ganz gut investieren, dass man da gleich so noch Fernbedienungen und in die Aufladestation zurück und die Treppe hoch, die Treppe runter, weißt du, da hast du so einen halben Transformer da irgendwie zu Hause. Aber da ich in der Wohnung auch so viele, viele Kanten habe, ja, hat sich das bei mir bisher auch nicht angeboten. Aber früher oder später werde ich auch alles automatisieren, was geht. Ja, einfach fucking alles. Guck mal, wie schnell ich da war, direkt drin, oder? Junge, wie ein Pfeil. Einfach abgeschossen, bam, in die Gruppe. So muss es sein. Gnolle, mach's gut. Nach dem Spinnenthema muss ich raus. Schade, ja. Schade, schade. Hätten uns gerne noch weiter drüber unterhalten. Aber manchmal ist es so. Mach es gut. Mach es gut. Mag beharrte und hast dicke schwarze... Oh, die Bild-Zeitung morgen, ja. Es ist gut, dass wir keine WoW-Bild-Zeitung haben, wie da dann die Ausreden wieder verdreht werden würden. Oh, oh, oh. Es ging um Spinnen. Hallo. Hallo. Frechheit. Kann mich gerade nicht entscheiden, ob Hero- oder Epic-Version von der 30-Jahres-Collection. Hast du einen Rat? Ähm. Kein Umhang. So sad. Nee, du, da kann ich dir nicht groß weiterhelfen, weil du musst zum einen wissen, was du dir finanziell gerade erlauben kannst, willst. Wie geht es dir? Und dann musst du natürlich gucken, wie viele dieser Goodies du letztendlich brauchst oder welchen Wert auch die verschiedenen Games samt dann Bonussachen für dich eben haben. Und daran würde ich das festmachen. Ich würde gucken, wie sehr profitiere ich von den jeweiligen Zusatzinhalten. Und wenn ich dann feststelle, naja, umso höher ich gehe, umso weniger brauche ich eigentlich davon, dann würde ich es mir nicht gönnen. Wenn ich jetzt aber aktiver nicht nur WoW, sondern wirklich auch Blizzard-Gamer bin, dann würde ich aber komplett reinzimmern. Auf jeden Fall. Weil dann aufgeteilt auf die einzelnen Games rechnet sich das schon ein bisschen aushaltbarer. Hasse, mein Lieber. Neun Monate. Dankeschön. Bin zwar selbst derzeit nicht mehr into WoW, da ich es zeitlich nicht schaffe, aber dein Support bleibt. Ehre. Vielen, vielen Dank. Und es kommt bestimmt auch wieder eine Zeit mit mehr Zeit und Böcke und dann wird eskaliert. Geile Nummer. Keine WoW-Bild, was ist dann Buffed? Ihr habt drauf gelauert, oder? Ihr wolltet es. Ihr wolltet es. Den Vergleichspunkt. Buffed, ja. Schade, ne? Buffed früher immer mega geil. Buffed-Show und so. Toll. Freue mich auch immer, wenn man mal irgendwie einen von den alten Kollegen da sieht, die früher dann immer durch die Show und so hopsen. Habe ich letztens, glaube ich, erst meine bei diesem, was hatten wir, Computerspiel-Dingens-Videopreis. Irgendwas war doch vor gar nicht allzu langer Zeit. Da meine ich, den einen oder anderen gesehen zu haben. Und da freue ich mich immer. Weil es ist immer auch Nostalgie, ne? Gerade Buffed-Show, BC, Vodka und solche Sachen. Das war schon geil. Aber mittlerweile können sie da in vielen Belangen, vielen Sachen nicht so mithalten. Na, da ist der alte Glanz so ein bisschen verflogen. Bin ich immer traurig, ein bisschen. Die Nostalgie, sie überwältigt mich. So sad. Also, Craft, als Verkaufstalent für Blizz kommst du nicht in Frage. Immer sagen alles. Immer sagen alles. Ja, ich liebe Blizzard. Ich liebe ihre Games. Ich mag, was sie tun. Aber ich bin ja von denen nicht gesponsert, ne? Deswegen darf ich sagen, was ich kacke finde. Und muss euch nicht in den eigenen finanziellen Ruin treiben, weil ihr euch 300 Mounts kauft. Schade. Schade für uns alle, ne? Kacke gelaufen. Ich habe das Staubsaugen auch outgesourcet. Mein 2-Meter-Zwerg darf die 3 Etagen säubern. Das ist dann sein Alibi. Sehr schön. Seine Haushaltsbeteiligung quasi, ne? Naja. Ist doch eine solide Einteilung. Wenn das läuft, können wir uns doch nicht beschweren. Hier die kleinen Spinnenplatt treten und töten. Ach, guck mal. Ne, wird auch getriggert von dem Thema, ne? Das beschwört zwar kein Rare, aber es bereitet uns Befriedigung. Und wenn wir das tun, dann spawnt eine Wespe. Oh, da ist sie schon. Da schreit sie schon. Wer hat mir so viele saftige Spinnenkadaver übrig gelassen? Wo kommt sie denn? Ach, da oben kommt sie angeflogen. Wir haben es auf der Map. Ja, die Muddi-Spinne auch noch, klar. Alle wegzimmern hier. Schön rauf. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Einfach 300 IQ-Move machen und 5 Jahre lang Gold farben und das große Paket über WoW-Marken finanziert. So, siehste, Sparfuchs hier am Stissel. Sparfuchs mit Geduld. Das ist dann häufig das Problem, ne? Dass man, ja, wirklich über eine ganze Weile das beibehalten muss. Und dann kommt bestimmt schon das nächste Angebot. Das nächste Mount, das nächste T-Mox-Set oder was auch immer. Irgendein In-Game-Item, was viel kostet. Und dann stehst du da. Müssen wir noch mehr töten? Zu spät? Für Ali in dem Moment? Ja, aber das war gar nicht der, ne? Das ist der Rare. Hat er auch kurz Angst, weil er so ungetackt war. Aber das ist tatsächlich der Rare. After flying around for a little while, it will land. Okay. Er fliegt jetzt einfach ein bisschen rum. Wir müssen ihn verfolgen, Leute. Wir müssen bei ihm bleiben. Wir müssen ihn als unseren besten Freund akzeptieren. Und wenn wir ihn dann zu einer schön kalten Cola einladen, was total legit ist, dann wird er runterkommen. Und wir können ihn töten und sein Haustier nehmen. Sie fliegt zwei Runden. Wieso? Wieso? Was ist mit ihr? Frechheit. Habe auf GetDigital einen schönen Magic-Krug gesehen. Hast du den auch mal bekommen oder mal irgendwo gesehen? Ah, nee. Ich glaube, von Magic hatten wir tatsächlich super, super wenig dabei. Also, wir haben die Partnerschaft mit GetDigital... Ich kann gar nicht mehr reden heute. Alles geschwallt hier von den Wespenstichen. GetDigital. Ja. Haben wir schon sehr lange Pakete ausgepackt. Deswegen kann ich dir gerade nicht mit absoluter Sicherheit sagen, was wir da hatten und was nicht. Aber speziell an diesen Krug erinnere ich mich gerade nicht. Vielleicht kommt er irgendwann. Kann sein. Je nachdem, wie sie die Pakete gerade packen, was hier übrig ist, was da passt und so. Könnte sein, dass wir denen auch noch zu Gesicht bekommen. Durchaus. Zeigt ihm ein richtiges Haustier. Genau, genau. Einfach 900 IQ über 10 Jahre in der Community aufbauen, sich einfach per Streamer nur beschenken lassen. Hallo? Snooper, jetzt mal nicht hier mein Geschäftsmodell liegen. Ja, da werde ich aber. Du. Werde ich rasen, wenn ich das sehe. WoW-Goldmaking geht ab. Von vorgestern Abend, Pleite mit gesetztem Ziel, den magischen Hahn zu kaufen, schon mal direkt Richtung eine Million hoch, stand jetzt. Easy going, ne? Da sind sie. Unsere Gold Mains. Ja, krass, ne? Habe ich letztens auch wieder, oder gucke ich ja immer gerne rein, wenn irgendwie die Kollegen Gold Goblin oder Exitus zum Beispiel streamen, ne? Und das sind so andere Welten, in die man da manchmal eintaucht, ne? Wenn man hört, über was sich da unterhalten wird oder wenn da irgendwelche Challenges gemacht werden, ne? Klar machen wir Creator auch immer irgendwo was gleich, aber im Detail, wie viel man doch in WoW anders machen kann, ja? Ja, worauf man Wert legen kann. Das ist immer super interessant zu beobachten. Und wenn es dann da um Goldsummen geht, wo ich mir denke, ja, guck mal hier, schön 10k gemacht, ne? Und dieser 10k, Alter, stehe ich nicht mal für auf, weißt du? Das ist immer nochmal so eine andere Welt. Schlingos haben wir hier, vorne ein wahrer Schlingel. Den werden wir als nächstes gleich unboxen. Den habe ich mal ganz am Anfang probiert, Solo. Und wie es bei den Verschlingern üblich ist, heilt der sich gegen über seinen Schaden. Und dann stande ich hier und stande hier und hab den nicht kaputt bekommen. Und wie so ist, es kam auch niemand vorbei, der mal mit draufhauen hätte können, tutentehen. Dann muss sie abbrechen. Muss sie abhauen, weil er sich einfach zu krass gegen geheilt hat, der Stinker. Freutige Nummer. Mrs. Jackson, zwei Monate, Dankeschön. Die einen gammeln mit 20k Gold rum und andere haben Game Time bis zur Rente, ja. Bis darüber hinaus, ne? Kannst du die Game Time noch den Kindern vererben, weißt du? Oh, Opas Testament, was hat er uns vermacht? Das Haus, den Hund, das Auto, die historische Postkartensammlung? Nee, 30 Jahre WoW Game Time. Geil Jackpot. So sieht's dann nämlich aus. Kann man mal machen. Braucht man natürlich dann auch sehr nerdige Enkel, aber kann man auf jeden Fall machen, ne? Und dann werden alle gesperrt wegen Accountsharing, weißt du? Scheiße gelaufen. Aber der Versuch war da. Der Versuch war da. Bin dann aber raus, HC-Generäle warten. Bin hyped auf BFS-Raids morgen. Schön streamen. Äh, BFA. Ne, jetzt wollte ich gerade sagen, BFS, was jetzt? Da wurde kurz gefettfingert. So sieht's aus. Schön streamen noch. Ja, dann euch viel Erfolg beim Raid und danke fürs Reinschauen. Nisch, hallöchen. Das ist dein Ziel, oder, Craft? Vielleicht. Hahaha. Vielleicht, vielleicht. Was gibt es hier? Anima. Yeah. Bisschen Anima für die Gang. Aber die meisten dieser Rares und Events, die wir hier gerade abklappern, die ziehen ja auch für Erfolge mit rein. Das heißt, wer hier jetzt mitkommt und die auch mal nebenbei kurz aus dem Leben pimmelt, der muss das dann später auch nicht gezielt machen. Und vieles von dem, gerade was dieses Töten zum Beschwören angeht, ja, unsere kleinen Massaker-Einlagen, die sind natürlich Solo dann auch ein bisschen räudiger. Würde ein bisschen länger dauern. Deswegen machen wir es ja auch in solch schönen Grüppchen. Alles fit? Ja. Kann ich meckern. Alles cool soweit. Und hoffe, bei dir sieht das ähnlich aus. Es ist nach wie vor arschkalt. Und das, obwohl es zwischenzeitlich schon wieder warm war, hast du diese Wetterwechsel immer, ne? Aber ihr wisst, solange man nur übers Wetter zu meckern hat, ist eigentlich alles in bester Ordnung. Deswegen kann ich mich da gar nicht weiter beschweren. Och, hier, gucke. Fancy Boy, ne? Mit Augen auf der Qualle, Augen auf den Schultern. Junge, Augen auf, auch im Straßenverkehr vor allem. Das ist wichtig. Das steht bestimmt so auf dem Wappenrock. Oh, was jetzt? Gut, das ist, das ist nicht unser, unser Gruppenleiter hier. Unser Reiseführer, wollte ich sagen. Das war eher so Lemming einmal nach unten, ne? Ich fange das schon auf, Freunde. Die Ameisen werden mich schon auffressen. Ah, wir sind bei, 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 ich hätte jetzt gesagt Giga, aber wir sind auf der gegenüberliegenden Seite, oder? Ja, da müssen wir nämlich da drüben. Mittlerweile, wenn man so seine Farmspots hat, erkennt man doch Sachen schon wieder. Das war am Anfang, oder ist generell bei neuen Zonen, bei neuen Addons immer ganz schlimm, mit der Orientierung bei mir. Ja, ich bin jetzt keine totale Niete, ich bin jetzt nicht irgendwie Zorro und verlaufe mich sogar in eine andere Welt oder so, weil ich falsch abbiege. Aber ich brauche ein bisschen, bisschen häufiger diese Bezüge, ja? Ja, deswegen kommt mir das mit meiner Twinkerei sehr zugute, bis ich das dann alles richtig, ähm, erfasst habe. Gerade was dann auch die Umgebung angeht, ne? Falls du dann mal von der anderen Seite ankommst und es sieht plötzlich alles ganz anders aus, ne? Weil du die Rückansicht von dem Haus hast oder so. Das kriege ich selten sofort auf die Kette. Da brauche ich immer ein bisschen länger. So. Kraft im Sterbewert zu seinen Kindern. Mein letzter Wille, ihr müsst den Raid abschließen. Ihr müsst die Horde zum Sieg führen. Genau so. Ich sitze seit sechs Stunden im selben Zug. Gleich komme ich dann auch endlich mal in Stuttgart an. Bumsbirne. Geschafft. Die ganz eigene Odyssee, oder? Großartig. Bald kommen die Pollen wieder. Oh ja, es geht langsam wieder los. Ich hatte jetzt die freien Tage des halbwegs freien Atmens und dann kommt die Pollenzeit endlich wieder. Ja, Tabletten nehmen, Inhalator, der Dream. Ach, was bin ich froh, dass wir mittlerweile Medikamente und so für den Scheiß haben, ne? Junge, sonst könnte ich ja gar nichts mehr machen. Könnte ich nur irgendwie da liegen und müsste mich aufs Existieren konzentrieren. Wie scheiße wir das sind. Noch fünf Rares zum Schluss, Sabriel. Ja, das passt ja aber auch zeitlich super hier, Maverett. Einfach Planungsikone, ja? Ja, ikonisch, Junge. Unser Vorbild. Schön. Ich frage mich ja auch, ob irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo man dann mit den Kindern raiden geht und so Sätze kommen wie, Vater und Simon, bitte KR. Tatsächlich, Shailroon hat mit ihrer gesamten Familie geradet, als sie auch noch, ja, er WoW-Kiddy war, würde ich sagen. Da haben die zusammen in ihrer Gilde mit der Familie, mit Mutter, Vater, Bruder und sie, die haben tatsächlich zusammen geradet. Und ich meine mich an eine Geschichte zu erinnern, wo die dann alle nicht konnten und sie dann auch als stellvertretende Familien gelten Leitung, die Raid Calls quasi gemacht hat, in relativ jungem Alter. So was gibt es auch immer mal wieder, ne? Sicherlich, äh, unterschiedlich erfolgreich und in unterschiedlichem Ausmaß, aber da habe ich sogar einige schöne Storys in der direkten Umgebung, ne? Was sowas angeht. Das Wetter geht mir auch auf den Sack. Wir hier im Norden haben ja auch mal etwas Schnee abbekommen. Heute Morgen mit dem Roller zur Arbeit war eine scheiß Idee. Reins zur Höllenfahrt, oh ja. Da ist man bestimmt auch immer so die ganze Zeit in so einem Modus zwischen Shit, 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 Shit und oh nice. Und dann wieder irgendwo ein bisschen, bisschen sehr matschig, bisschen andere Autofahrer, ne? Ja, und generell Roller und sonst was Fahrer, die haben ja eh immer keine Ahnung und fahren ganz, ganz schlimm, ne? Mein Wirtschaftslehrer hat immer gesagt, du kannst gar nicht so blöd denken, wie andere Autofahrer, fahren und das entspricht ja häufig der Wahrheit. Und dann wieder Shit, Shit, Shit ran vorbei, oh alles cool, kommt irgendeine Eisfläche, Shit, Shit oder eine Kurve. Das Wetter, ne? Nicht so einfach, nicht so einfach. Ich verlaufe mich vor meiner Haustür und ich wohne seit 18 Jahren hier. Das ist natürlich so ein bisschen das Leid auch der WoW-Spieler, ne? Das kenne ich sehr genau. Das ist mir nicht fremd, ja. Das ist mir nicht fremd. Habe allergiebedingtes Asthma, ich auch. Das ist echt scheiße, aber letztes Jahr brauchte ich kaum Medis dafür. Oh, das freut mich für dich, weil ich genau weiß, wie beschissen das auch sein kann. Aber wenn das sogar besser wird, ne? Dein Körper damit umgehen kann. Sehr cool, drücke ich dir die Daumen, dass das so bleibt. Ich habe eine Piratenflagge bekommen. Seltsamer Stoff für meine Monstrositätenflickerei. Sehr cool. Den Rare habe ich ohne Witz noch nie gesehen. Äh, äh, noch nie gesehen. Hier, in der Ecke, ist man da überhaupt mal? Nee, ne? Wenn man sich verläuft, da sind wir wieder. Dann findet man bestimmt, äh, solche lustigen Sachen. Sheroon war also in so familiären Gilden. Ja, ob sie wollte oder nicht, ne? Die Family war immer mit dabei. Zwar kein Raid, aber ich war am Sonntag mit Ableger 2, 8 in HDW. War ziemlich nice. Ach, cool. So, die ersten Dungeons, das ist ja auch noch was Besonderes, ne? Also, nochmal Besonderra, muss man ja mittlerweile sagen. Ah, die ersten Erfahrungen. Schön. Füße haben die Stützräder gebildet. Stabilisieren wurde nur gerufen, ne? Und dann, schön, transformiert, die neuen Stützräder. Oh, was geht mit dem Sound von den Negro-Begleitern? Oh, das ist, das ist wirklich schlimm. Also, so cool und witzig, wie die zum Teil sind. Gerade, wenn du mehrere davon hast, ne? Habt ihr Glitzerzeug? Hö, Hö, Feuerball und so. Also, wenn sich das dann überschneidet. No Joke, die klingen wirklich 1 zu 1, so wie ich es gerade gemacht habe. Vielleicht noch ein bisschen geisteskränker. Und wenn sich das echt überschneidet, in so einen Negro-Blitz, genau. Die haben ja teilweise so einen hängenden Kiefer und klingen dann halt so ein bisschen seltsam, ja. Und wenn sich das dann überschneidet in einer großen Negro-Gruppe, Junge, da denkst du dann auch wirklich, ey, was ist hier denn eigentlich heute schon wieder falsch gelaufen? HDW in Kleswig, oh, das war nochmal anders schlimm. Also, HDW ist ja sogar heute noch schlimm, nach der Überarbeitung. Zumindest auch für neue Gruppen, ja, mit dieser Sprungpassage. Und erst runter, links, dann rechts, dann hoch, dann nochmal zurück, dann zum eigentlichen Endboss. Junge, das ist ja ein Dungeon-Modell, wenn du vorher irgendwie fucking Flammenschlund warst, dann fällst du ja erstmal vom Glauben ab, ne? Aber, äh, das ist immer noch belastend, ja. Immer noch belastend. Auf Englisch klingen die auch nicht besser. Das glaube ich gerne, ja, dass die auch wirklich auf den Sack gehen sollen. Oder generell ja cool sind, aber wenn dich dann diese Zitate langsam in deinen Albträumen jagen, dann ist halt schon eher schlimm. Auf jeden Fall haben wir aber viele, viele lustige Anime-Items bekommen, Leute. Der große Grind hier heute. Schöne Sache. Nächsten Rare kannst du erklären, mit dem Knochenumhang, ja. Ist ein schöner Rare, wir reiten erstmal in die Nähe. Dann kann ich euch genauestens sagen, was da passiert. Entweder er ist einfach ab. Wenn er ab ist, dann haben wir gar kein Problem. Dann muss nur jemand eine Kugel dabei haben, die wir von der Quest bekommen. Und dann können wir den reanimieren. Generell geht es jetzt aber um Knochenhaufen. Dazu müssen wir jetzt erst zu einer Position. Da reiten wir bestimmt jetzt gerade noch hin. Und da gibt es eine Quest, die ist auch mehrmals machbar, mehrmals annehmbar. Und bei dieser Quest erhaltet ihr ein Item. Ich hab sie hier sogar noch, weil ich sie nicht abgeschlossen habe. Animaterie Wiederbelebung heißt sie. Und mit diesem Item können wir Knochenhaufen, die rumliegen, die können wir animieren, wiederbeleben. Wenn wir das häufig genug tun, dann spawnt ein bisschen weiter hinten ein ganz großer Knochenhaufen. Der hat mit der Quest an sich, mit dem Thema an sich, sehr wenig zu tun. Zumindest aus Sicht des Questgebers. Aber wir können, solange wir die Quest nicht abgeben oder irgendwann wieder angenommen haben, diese Kugel eben benutzen. Und auf diesen sehr großen Knochenhaufen schmeißen. Und wenn wir das tun, dann spawnt aus diesem großen Haufen der entsprechende Mob. Ich weiß gerade nicht, ob wir die alle töten sollten oder ob wir einfach weiterlaufen. Das ist gerade ein bisschen seltsam rauszufinden und zu klären. Aber letztendlich müssen wir da hoch, wo Malveridge schon ist, weil da ist der quasi große Knochenhaufen. Und da müssen wir, wenn der ab ist, die Kugel draufschmeißen oder eben noch mehr kleinere animieren, bis er dann am Start ist. Ich gucke mal hoch und er ist schon da. Jawollo, das ist dann quasi der große Knochenhaufen. Und wenn ihr da jetzt eure Kugel draufschmeißt, dann kommt da der Rare raus. Sehr schön, Freunde. Ein bisschen langsamer draufpimmeln, weil einige sind da unten auch mit dem Kämpfen beschäftigt. Dass wir den jetzt nicht binnen Sekunden aus dem Leben boxen. Und einige sind gerade noch unten am Animieren von den kleinen Häufchen. Ich bin deswegen ganz in Ruhe, unseren Umhangskollegen. Interessante Mechanik, wie ich finde. Und ganz wichtig, dass sie die Quest wiederholbar gemacht haben. Dass man, auch wenn man die schon gemacht hat, wirklich hier drauf zugreifen kann. Der kann solche Flügel droppen als Umhang. Auch schön. Feuerball Junge, könnte ich auch mal wieder schauen. Genau mein Humor. Ja, richtig schön dumm. Wie wir am Anfang schon darüber gesprochen haben. Charlie the Unicorn und Lamas mit Hüten. Nicht lustig Comics. New Kids, Charlie. War auch eine schöne Zeit, auf jeden Fall. Jeden Tag, hoch und runter. Schlimm ist auch, wenn du einen neuen Char anfängst und nur ein Teil der Sarg kannst. Und du ständig von den Dinos in der Mitte geführt wirst, da noch keiner kicken kann. Ich muss nicht erwähnen, dass ich danach Chromie-Time aktiviert habe. Das glaube ich. Das glaube ich. Happy Tree Friends. ADF-Movies. Genau. Solche schönen Sachen. Wobei Happy Tree Friends schon immer einfach nur geisteskrank war. Aber so geisteskrank, dass man zum Teil wieder drüber lachen konnte. Das ist dann das Gute dabei. Yo, da ist er. Da ist er. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Weitere knochige Flügelchen gedroppt hier. Sehr, sehr cool. Ein Rare und Samriels noch. Der Rare ist Smorgas. Okay, Smorgas. Sagt mir auch erstmal nichts. Klingt irgendwie wie ein Alkopop, oder? Das neue Smorgas. Jetzt mit Guarana und 2,3% Alkohol. Geile Nummer. Mal Daxus-Werbung. Yeah. Aber Craft, es tötet Menschen. Genau so. Ja, Sabriel. Honky war das, ne? Der den Leiter hat. Da müssen wir dann nur gucken, dass wir irgendwen rausschmeißen. Wenn Honky nicht schon drin ist. Das habe ich jetzt gar nicht so verfolgt. Ihr wisst, ich verlese sofort den Überblick, wenn wir so viele sind. Ey, keine Ahnung, wer jetzt überall mit dabei ist. Aber Sabriel kann meines Wissens nach eh nur für die Nekrolords droppen. Das heißt, wer da... Oh, so viel dazu. Muss eh weg. Alles klar. Du, super Timing. Alles cool. Danke fürs Mitkommen. Sonst hätten wir einfach die Nicht-Nekrolords frech wie wir sind rausgeschmissen. Ja, weil für die da eh nicht viel droppen kann. Logozos. 11 Monate. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Und dann können wir Honky gleich noch dazuholen, nachdem wir bei... Wie ist der Smorgas? Smorgas irgendwie so waren. Gerade gelesen, am 14. Mai kommt Mass Effect, ja, ist Shion vorhin schon Feuer und Flamme wieder gewesen. Hat uns alle Infos rausgescheppert. Lul, die es so gab. Und freue ich mich auch. Hab Bock, hab die Reihe ja dank euch, durch euch, mit euch auch sehr lieben gelernt. Und bin sehr gespannt auf alle weiteren Entwicklungen. Über Merch haben wir heute auch gesprochen. Nicht über meinen, sondern über schöne Helme und so. Oh, Leute. Warum muss Qualität eigentlich immer ihren Preis haben? Was ist das eigentlich für ein System? Da ist er tatsächlich, ja. Das haben wir ganz am Anfang uns schon mal angeschaut. Das ist ein super Spot, gerade wenn ihr auf Tahonta wartet zum Beispiel. Ähm, denn hier liegt innerhalb dieses Käferpulks, liegt so ein Fleischstück. Und hin und wieder könnt ihr dieses Fleischstück anklicken. Und wenn ihr Glück habt, dann kommt der Rare dabei raus. Wenn ihr Pech habt, dann zerfetzen euch die anderen Käfer. Also die Käfer werden immer aggressiv, wenn ihr ihr Fleisch klaut. Aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit, die auch nicht gerade gering ist. Also den sehe ich hier sehr häufig, dass eben dieser dicke Rare spawnt. Ja, dann klickt er das Fleisch an. Könnt dann von den Käfern auch einfach wegrennen, wenn der Rare nicht dabei ist. Oder er ist eben da und ihr boxt ihn um. Kann auch ein Pad droppen, wenn ich mich nicht irre. Kann auch Haustiermarken droppen, irgendwie ein bisschen Anima und so. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Gut, dann war das der Letzte. Dann wird es jetzt zu Sabriel gehen. Honky, dann bitte ich dich, dich einmal noch anzumelden bei unserem Grüppchen. Und dann treffen wir uns beim Theater in der Mitte. Und müssen da eventuell auch nochmal ein bisschen was freiräumen. Bis Sabriel dann am Start ist. Und vielleicht gibt es ja sogar Necrolord Mount. Ja, wer, wie gesagt, schon hat oder so gerne Platz machen. Dann können wir da im Zweifelsfall nochmal auffüllen. Ansonsten geht es erstmal rein. Mega nice Nummer. Das war dann auch die Maldraxxus-Runde. Und zeitlich war das ja hier. Sowas von on top, hör mal. Kannst du ja keinem erzählen. Wahrscheinlich kommt genau dann 9.1. Wenn sie ganz ekelhaft sind, dann lassen sie uns da noch so lange schmoren. Frechheit einfach. Also ich war jetzt gedanklich auch schon wieder beim Mai. Das wäre dann sicherlich eher 9.2. Aber bin generell gespannt auf die nächsten zeitlichen Abstände, die Patches betreffen. Wie lange sie da brauchen oder eben auch nicht. Mal sehen. Nächstes Mal dann in den Wald. Ja, bestimmt. Also wir müssen natürlich gucken, wie Mavrid Bock hat. Wie er da das Ganze wieder sehr schön plant. Denn dieser gute Mann hat uns ja auch heute hier wieder wunderbar durchgeführt. Wunderbar durchgeguided. Und wenn er dann sagt, so, wir gönnen uns jetzt den Wald und gehen da mal eine Runde, dann können wir das auf jeden Fall auch sehr gern wieder so machen. Und Berserkerwut ran, bam. Bei diesem Mob übrigens, Leute, ich sehe immer noch ganz, ganz viele immer umfallen. Sobald die Glewe von dem leuchtet, macht er einfach unmenschlich viel Schaden. Und wenn ihr dann nicht der beste, fünfteste Tank der Welt seid, dann werdet ihr davon einfach umgeboxt. Ihr werdet fast gewoneshottet. Deswegen einfach kiten. Der macht dann viel, viel mehr Schaden und ist auch super verlangsam. Wenn also die Waffe leuchtet, einfach abhauen. Ja, ganz simple Nummer. RxP, halluchin. 9-1 kommt dann, wenn Craft mal kurz Urlaub macht. Oder so, das kann auch sein. Also wenn alles gut geht, dann ist ja Sharoon auch da. Wenn die digitale BlizzCon ist. Mal sehen, mal sehen, wie unsere Planungen sich wieder überschneiden oder halt auch nicht. So, wir müssen jetzt, wie gesagt, die Arena noch einmal komplett machen, komplett aufräumen. Ich wollte gerade Affen sagen. Wieso denn? Affen? Habe ich zu viel Godzilla-Trailer gesehen? Oder was ist da denn los? Freunde, wir haben ja letztens, haben wir über diesen Kong gegen Godzilla-Trailer ja gesprochen. Und da hatten wir ja auch einige Fans hier. Und einige, die richtig mitfieberten. Und ich habe das an sich nie groß verfolgt. Aber klar, so einige Monster kennt man ja. Was ich jetzt aber überhaupt nicht verstanden habe. Und da habe ich bisher auch nur Memes gesehen, die in diese Richtung gehen. Denn hat das Äffchen überhaupt eine Chance gegen diese Riesenechse? Haben wir Fans am Start, die legit erklären können, wie Kong quasi Godzilla wegballern kann? Wer Angst vor Spoilern hat, jetzt kurz weghören. Ich habe keinen Plan davon. Ich weiß nicht, ob es da einen durchgehenden Plot gibt. Irgendwelche Leute schrieben dann riesige Kommentare unter irgendwelche Trailer-Videos mit noch irgendwelchen Mecha-Formen und mit noch 30.000 anderen Viechern. Und von der hohlen Erde, wo ich nicht wusste, ist das jetzt wieder irgendeine Verschwörungstheorie oder gehört das dazu? Und irgendwelchen anderen Wesen, die in der Erde hausen. Ey, ich kam gar nicht klar. Ich dachte so, Bruder, was ist denn jetzt passiert? Ich wollte eigentlich nur Monster sehen, die sich kloppen. Und auf einmal, boom, war das so diese Mega-Kong-Godzilla-Community. Und ich dachte so, ey, da geht es ja richtig zur Sache. Gerne doch, Wald und Revendress nächsten Dienstag, geil. Bester Mann, vielen, vielen Dank für diese schönen Runden. Theoretisch nein, plottechnisch ja. Ah, okay, da wird es interessant, der Plot. Da werden sie was gebastelt haben. Ja, wäre ja auch schön blöd, wenn sie nichts basteln, sodass es dann gar nicht spannend ist. Dann treffen sie aufeinander und Kong wird dann mal eben mit irgendeinem radioaktiven Beam zerlötet. Das wäre natürlich scheiße gelaufen. Aber ja, das war im Grunde ja auch die Frage, ob sie so eine Plot-Möglichkeit haben. Oder ob der Film quasi von Anfang an nur in eine Richtung gehen kann. Deswegen muss er ja nicht scheiße sein. Kann immer noch geiles Gekloppe werden. Aber wenn jetzt der ein oder andere von euch sagt, doch doch, also plottechnisch kann das noch so und so gedreht werden. Dann ist das natürlich nochmal anders. Vielleicht werden sie beste Freunde und heiraten. Sogar sowas habe ich gelesen. Es gab dann auch Kommentare, wirklich ellenlang. Ja, wie manche aus unserer Community auch unter den Lore-Videos teilweise eskalieren. Was immer sehr schön zu lesen ist. Was sich dann die Zuschauer, die Community, ihr in diesem Fall auch so für Gedanken machen. Aber da ging es dann auch um das Neutrale. Und wer ist jetzt eigentlich der Gute? Wer ist der Böse? Und so wie ich das mache bei Trailer-Analysen, wurde da jeder Frame dieses Trailers analysiert. Auf einmal ging es um irgendeine Datennetzwerkstruktur im Hintergrund. Ein Frame. Irgendein so ein Frame. Und im Hintergrund war ein PC. Und dann haben die da ran gesoomt und versucht, die Wörter, die abgeschnitten waren, aufgrund des Kamerawinkels zusammenzusetzen. Und daraus dann den Plot zusammenzuspinnen. Und haben da Aussagen auf die Goldwaage gelegt. Und ich dachte, ey, das kenne ich von mir, Leute. Nice. Gibt es auch bei King Kong und Co. Ja, wild. Wild. Hatte auf jeden Fall Spaß gemacht, einfach mal so ins kalte Wasser zu springen, was ein anderes Fandom angeht. Und mal zu wissen, wie sich WoW-Anfänger fühlen müssen, wenn sie unsere Diskussion so hören. Und nicht WoW-Spieler halt. Und war mal eine etwas andere Kommentar-Erfahrung in dieser Richtung. Habe ich so in dieser Form auch nicht erwartet. Weil du denkst, es ist einfach ein bisschen stumpfes Gebäsche. Und dann kommt vielleicht doch noch der ein oder andere Twist. Whatever. Kommt darauf an, ob du die japanische Version nimmst. Da gewinnt meist Godzilla. Bei der amerikanischen benutzt Kong gerne mal Werkzeuge, um zu gewinnen. Oder unentschieden. Okay, dann so diese Intelligenz-Schiene quasi vom Äffchen. Wild. Der simpelste Plot wäre, dass Gotzi in Kongs Revier gepinkelt hat und der dann freidreht. Aus Versehen der halbe Stadt verlegt. Scheiße gelaufen. King Kong hat im Film eine nice T-Mog-Axt. Ja, fresh. Die brauchen wir auch, ne? Wir müssen den Gewinner des Kampfes auf jeden Fall erstmal looten, Leute. So, Sabriel, vielen Dank für das Zurverfügung stellen. Unser letzter Mob jetzt hier am Stizzle. Sehr nice. Hab dann auch sowas gelesen wie, ja, der heißt ja auch gar nicht mehr King Kong. Der heißt ja jetzt nur noch Kong, weil der kriegt den King-Titel erst, wenn er Godzilla besiegt hat und so. Und ey, das war, boah, Junge, es war so viel Stuff, ne? Holy Shit. Es war ein komplett kranker Deep Dive auf spontan, aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ganz ehrlich, wenn mich WoW nicht so abgeholt hätte, wäre ich vielleicht der Typ mit den Kong-Trailer-Analysen. Nice. Es gab einen Haufen Erfolge. Das ist sehr, sehr schön. Und es gab auf jeden Fall auch heute Umhänge, Schwerter, Mounds, was weiß ich nicht alles für Kram. Ne? Anima, Leute. Haufen Anima. Insofern war das, denke ich, eine super, super erfolgreiche Sache. Vielen, vielen Dank an Maverick, der ja unseren Reiseführer an der Stelle gemacht hat. Es war alles schön hinterhertackeln konnten. Vielen Dank an alle, die mitbeschworen, mitgestellt, sich mitgeopfert haben für diverse Aktivitäten. Waren auf jeden Fall zwei sehr, sehr coole Runden. Und die werden wir so in dieser Form erstmal noch beibehalten, was die Diensttage angeht. Weil kurz zum ID-Reset, da haben wir das meiste, ich denke, überwiegend schon getan. Und da können wir uns dann schön in einer Open World eben zusammen einen abpimmeln. So, nice, oder? Hab heute mit einer Freundin, der Physikerin, geschrieben. Und die ist derbeschlau. Darauf schrieb ich einen Kumpel an. Kennst du das? Wenn du mit wem schreibst, der schlauer ist als du. Darauf er muss erstmal welche neben mir. Und die finden. Darauf ich zu ihm. Das dürfte schwer sein. Das ist ja wie ein Pferd unter Giraffen. Erstmal leicht bambuselt, na. Erstmal hops genommen. Wild. Muss meine Aussage revidieren. Ableger 1. Zehn Jahre. Godzilla-Fachmann. Geil. Sagt, wenn Godzilla pinkeln würde, würde er eine ganze Stadt überfluten. Wir sollten auf die Experten hören. Ja, wenn wir sie haben, dann sollten wir auf sie hören. Das ist wohl wahr. Gut. Dann reite ich mal noch zurück. Und dann hatten wir nicht nur einen sehr schönen eskalativen Stream. Sondern auch sehr schön eskalative Themen. Mit wirklich einem unglaublich breiten Feld wieder. Crazy. Kong ist nicht mehr King. Das ist schon seit längerem ein gewisser Louis. Oh wow. Schubidu. Ich wäre so gern wie Du, Hu, Hu und so. Das war eher Eulen-Modus, oder? Hu, Hu. Mock den Umhang. Ja. True. Warte, das ist der würdige Abschluss. Den Umhang moggen. Das mag ich ja an meinem Hochbergtauern. Heldenhafter Sprung und dann noch der Charge nach vorne. Das ist echt nice. Umhang muss gemockt werden. Das ist absolut richtig. Warte mal. Ähm. Da-dum, da-dum. Da sind sie, die Flüge. Ja. Schicki. Schicki. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ha, 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 ha. Sehr nice, sehr nice, Leute. Coole Runden gewesen. Dankeschön. Na mal an Mervid für die schöne Führung. Vielen Dank an euch fürs Mitmachen. Hoffe, hat euch auch wieder gefallen. Patrix, vielen Dank für dein Abo. Das gefällt mir wiederum sehr gut. Und, sag mal. Das hier gerade für den Posing. Ha, ha, ha. Frechheit. Die Dieter hat mich bejubelt. Sehr schön. Das ist ein sehr guter Name für einen weiblichen Panda. Und unser Ende an dieser Stelle. Zumindest für diesen Stream. Oh, ich werde heute, glaube ich, bestellen, Leute. Schön Döner, eiskalt, auf eurem Nacken. So bin ich. Frech, oder? Einfach frech. Ich danke euch fürs Dabeisein. Morgen werden wir uns dann in die BFA-Rates mal wagen. Wir werden ganz salopp mit Normal anfangen. Einfach mal schauen, wie es jetzt letztendlich skaliert ist. Ja, einfach mal schauen, wie weit wir da kommen, wo wir was spielen müssen, ob wir geistlos durchwaffeln. Bin sehr gespannt. Haben wir uns ja schon länger vorgenommen. Jetzt fangen wir an, so einiges auch langsam umzusetzen. Und es wird wie immer eine relativ gemütlich entspannte Runde werden. Und wer mitkommen will, kommt mit. Und wer nicht, der nicht. Der guckt sich das aus sicherer Entfernung an. Wie ihr das am liebsten möchtet. Das sollte immer laufen. Dann Freunde. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für euren großartigen Support auch heute wieder. Und dann drücke ich euch die Daumen für morgen, was die Kisten angeht. Was den Loot generell angeht. Da werden wir auch wieder einiges im Stream machen morgen. Erstmal so ein bisschen Weekly-Kram. Ein paar Kisten zusammen öffnen. Vielleicht hier unter Weltboss. Und dann eben schauen wir, dass wir uns die Raids angucken. Das ist der Plan vorne. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.